Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Beisitzer. Ich darf Sie begrüßen zur heutigen Sitzung des Bundeswahlausschusses, zur Vorbereitung der Bundestagswahl. Erlauben Sie mir erst zwei, drei kurze organisatorische Hinweise. Dann gibt es einen Teil, den nenne ich immer Einleitung zur Wahlausschusssitzung und dann nach knapp zehn Minuten steigen wir in die Beratung der einzelnen Vereinigungen ein. Das läuft jedes Mal für die Kollegen aus den Vereinigungen so ab, dass ich frage, ob ein Vertreter da ist und sich bitte melden. Dann werde ich einen Sachverhalt darstellen. Dann kommt eine Fragestellung, ob Sie Ergänzungen zum Sachverhalt haben und danach kann es sein, dass es zu einzelnen Fragen Erörterungsbedarf gibt. Das kann dann auch immer die Beisitzer des Wahlausschusses können dann auch Fragen stellen und danach kommt es zu einem Entscheidungsvorschlag und danach kommt es zur Abstimmung. So ungefähr ist das Grundschema, sodass Sie als Vereinigungen immer Gelegenheit haben, ob wir den Sachverhalt richtig wiedergegeben haben, da können Sie Ergänzungen machen. Ich bitte Sie, keine Ausführungen zum Parteiprogramm zu machen und hier eine Wahlkampfräde zum, das ist hier nicht der Ort. Hier geht es um Formalien, die wir entscheiden, was das andere müssen Sie auf der politischen Bühne des Vorwahlkampfs, des Wahlkampfes, das müssen Sie da machen. Das ist hier nicht der Ort. Der Bundestagspräsident hat Vorschriften für die Pandemie erlassen, an die wollen wir uns auch halten. Das heißt, wenn Sie sich bewegen vom Sitzplatz weg, dann bitte ich Sie, die Masken aufzuziehen und bitte auch den Abstand einzuhalten. Das ist einfach ein Schutz. Wenn es hier zu eng wird, haben wir oben in den noch genügend Raum und selbstverständlich wird auch immer wieder Platz frei hier unten, wenn die einzelnen Vereinigungen dran sind. Bitte schalten Sie Ihr Handy aus, dass wir nicht gestört werden in der Sitzung. Das wäre schön. Das zu den Vorbemerkungen. Jetzt käme ich zu der Einleitung. Wir haben heute rein formal die zweite Sitzung des Bundeswahlausschusses. Die erste Sitzung war entstanden, weil wir eine Anrufung einer Vereinigung und Partei hatten, um Fragen vorab zu klären. Das haben wir getan in einer öffentlichen. Damals die erste virtuelle Sitzung des Bundeswahlausschusses hat gut geklappt, fand ich. Und wir mussten das machen, weil wir sonst dieser Vereinigung Rechte hätten nicht mehr einräumen können, wenn wir diese Rechtsfrage nicht vorher geklärt hätten. Deshalb, je nachdem, wie Sie zählen, haben wir jetzt entweder die erste oder die zweite Sitzung. Und deshalb finden Sie manchmal in den Verlautbarungen der Presse oder unseren eigenen diese etwas andere Zahlenreihenfolge. De facto sind wir jetzt hier in der Vorbereitung der Vereinigungen in der ersten Sitzung der Ausschüsse. Ich begrüße die Mitglieder des Bundeswahlausschusses, die erschienen Vertreter der Parteien und politischen Vereinigungen, die die Beteiligungsanzeigen eingereicht haben und alle übrigen Anwesenden, insbesondere die Anwesenden im Internet. Ich erkläre immer wieder, wenn ich gefragt werde, ist das Wahlsystem in Deutschland valide, sicher und vertrauenswürdig? Dann sage ich, ein ganz wichtiger Pfeiler dieser Vertrauenswürdigkeit ist die völlige Transparenz, die wir haben. Deshalb ist das hier eine Tagung in der Öffentlichkeit unter Pandemiebedingungen ein wenig reglementiert und zweitens werden wir durch das Parlamentsfernsehen die ganze Zeit übertragen. Der dritte wichtige Punkt ist, alle Beratungen des Bundeswahlausschusses finden in keinem Hinterzimmer statt, sondern die finden hier live vor der Bühne. Ich glaube, das gibt so häufig, bis zur Abstimmung gibt es das auch nicht. Das führt aber, glaube ich, ganz wesentlich zur Validität unseres Wahlsystems und ist auch mehrfach durch Bundesverfassungsgerichte auch in dieser Sinne so geklärt. Das können insbesondere die Kollegen, die schon länger hier die Arbeit im Bundeswahlausschuss machen, erklären. Das hat sich, glaube ich, sehr gut bewährt, schon unter meinen Vorgängern. Insofern will ich darauf hinweisen, diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wesentlich auch für unser Wahlsystem und die setzt sich später auch fort bei der Auszählung der Wahlen. Da werde ich immer wieder gefragt, kann da die Öffentlichkeit dabei sein? Und selbstverständlich, bei jeder Urne, die geöffnet wird, kann die Öffentlichkeit immer dabei sein, kann das kontrollieren. Und das finde ich einen wichtigen Prozess. Ich stelle fest, dass mit Schreiben vom 24.06. die Beisitzer des Bundeswahlausschusses gemäß § 5 Absatz 2 Bundeswahlordnung ordnungsgemäß geladen worden sind. Mit Schreiben vom 25.06. auch die Vertreter der politischen Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag angezeigt haben. Gemäß § 33 Absatz 2 ordnungsgemäß geladen worden sind. Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen wurden gemäß § 5 Absatz 3 Bundeswahlordnung durch Aushang am Eingang des Sitzungsgebäudes und am Eingang des Sitzungssaales öffentlich bekannt gemacht. Außerdem habe ich durch Pressemitteilungen vom 29. Juli 2021 und vom 07.07.2021 auf die Sitzung hingewiesen. Ich komme nun zu einigen kurzen allgemeinen Hinweisen. Die Verhandlung, Beratung und Entscheidung muss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der Bundeswahlausschuss ist nach § 5 Absatz 1 Bundeswahlordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig. Aber alle Beisitzer sind heute erschienen. Bei den Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Für die Ablehnung der Anerkennung als Partei, für die Wahl zum 20. Bundestag ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Über die Sitzung wird nach § 5 Absatz 7 Bundeswahlordnung eine Niederschrift angefertigt, die vom Vorsitzenden, den Beisitzern und den Schriftführern zu unterzeichnen ist. Der Bundeswahlausschuss hat seine Entscheidungen entsprechend den geltenden Vorschriften zu treffen. Er ist nicht berechtigt, die Verfassungsmäßigkeit von Parteien oder sonstigen politischen Vereinigungen zu überprüfen. Die Beratung, Feststellung und Entscheidung des Bundeswahlausschusses sind nach den tatsächlichen Gegebenheiten am Tage der Entscheidung, also heute, in freier Beweiswürdigung zu treffen. Gegen die Feststellung des Bundeswahlausschusses, die eine Partei oder Vereinigung an der Einreichung von Wahlvorschlägen hindert, kann binnen vier Tagen nach Bekanntgabe Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben werden. In diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung von den Wahlarganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Gemäß § 33 Absatz 4 Bundeswahlordnung wird die Niederschrift über die Sitzung im Anschluss daran unverzüglich ausgefertigt. Ich werde Parteien oder Vereinigungen, die durch die Feststellung des Bundeswahlausschusses an der Einreichung von Wahlvorschlägen gehindert sind, unverzüglich spätestens am Tag nach der Sitzung des Bundeswahlausschusses auf dem schnellsten Weg eine Ausfertigung des die betreffenden Teils der Niederschrift übermitteln. Ich komme zur Feststellung der erschienenen Mitglieder des Bundeswahlausschusses. Von den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses sind anwesend in alphabetischer Reihenfolge Herr Prof. Dr. Brenner, Frau Diekmanns, Herr Geil, Frau Hock, Frau Kansi, Herr Dr. Langer, Herr Pasterski, Frau Pochner, Herr Rüssel und Herr Schmidt. Ich mache vorab aufmerksam, dass Frau Kansi für die Sitzung am morgigen Tag verhindert sein wird. Die Sitzung wird morgen mit der für Frau Kansi benannten Vertreterin Frau Gabriele Hauser fortgesetzt werden. Ich möchte Ihnen jetzt das Team vorstellen, das uns heute bei der Sitzung des Bundeswahlausschusses unterstützt. Und insbesondere ist das auch das Team, das hier die komplette Vorbereitung bis zu diesem Punkt gestemmt hat. Dafür bitte allen herzlichen Dank an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist zunächst Herr Herberts, der ist der stellvertretende Bundeswahlleiter. Da ist Frau Schorn, die Leiterin des Wahlbüros. Herr Stemmer, Frau Marun und Frau Oehl, Mitarbeiterin alle im Büro des Bundeswahlleiters. Frau Schorn wurde bereits in der Sondersitzung am 8. April 2021 nach § 5 Absatz 4 Bundeswahlochnung zur Schriftführerin bestellt. Ich komme nun kurz zur heutigen Tagesordnung. Der erste Tagesordnungspunkt ist Hinweis auf die Bestellung der Schriftführerin. Der zweite Tagesordnungspunkt beinhaltet den Hinweis auf die Verpflichtung der Beisitzer und des Schriftführers für unparteiische Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit. Der dritte Tagesordnungspunkt betrifft für alle Wahlorgane verbindliche Festlegungen gemäß § 18 Absatz 4 Bundeswahlgesetz. Welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit der letzten Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren und welche Vereinigungen als Parteien anzuerkennen sind? Ich bitte nun die Ausschussmitglieder, ob sie mit dieser Tagesordnung, die ja sehr kurz ist und immer traditionell so ist, einverstanden sind. Das ist der Fall. Damit ist die Tagesordnung in der vorgetragenen Form beschlossen. Aufgrund der Fülle der heutigen zu behandeln Fälle ist eine halbstündige Pause so zwischen 12 und 13 Uhr vorgesehen. Wir haben die Vereinigungen auch in vier Blöcken geladen, damit jetzt nicht unbedingt sehr viele vor den Türen warten müssen, bis sie dran sind am nächsten Tag. Also wir haben heute zwei Blöcke gemacht und wir haben für Freitag auch entsprechende zwei Blöcke gemacht. Tagesordnungspunkt 1. Wir haben schon in der ersten Sitzung, von der ich eben gesprochen habe, Frau Schorn am 8. April 2021 nach § 5 Absatz 4 Bundeswahlordnung zur Schriftführerin bestellt. Damit kann ich sofort zur Tagesordnung Punkt 2 kommen und weise die Beisitzerinnen und Beisitzer sowie die Schriftführerin darauf hin, dass sie gemäß § 10 Absatz 2 Bundeswahlgesetz zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihren amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten verpflichtet sind. Top 3 befasst sich mit den für alle Wahlorgane verbindlichen Festlegungen des Bundeswahlausschusses. Kommen wir nun zur Feststellung nach § 18 Absatz 4 Nummer 1 Bundeswahlgesetz. Nach unseren Feststellungen sind folgende Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten. Das sind die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, Die Linke, Kurzbezeichnung Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, Kurzbezeichnis Grüne, Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., Kurzbezeichnung CSU, Freie Demokratische Partei, Kurzbezeichnung FDP, Alternative für Deutschland, Kurzbezeichnung AfD, Freie Wähler, Kurzbezeichnung Freie Wähler im Bayerischen Landtag seit deren letzter Wahl mit 27 Abgeordneten vertreten. Ich schlage vor, festzustellen, dass die genannten Parteien die Voraussetzungen nach § 18 Absatz 4 Nummer 1 Bundeswahlgesetz erfüllen. Ich darf bitte um Handzeichen bitten, ob Sie diesem Vorschlag zustimmen. Das ist dann einheitlich mit Ja. Ich komme nun zum zweiten Teil des Top 3, nämlich zur Feststellung nach § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz. Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 21. Juli 2021, 18 Uhr. Und danach sind in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Bundeswahlleiter Beteiligungsanzeigen für die Bundestagswahl 2021 von insgesamt 88 Vereinigungen eingegangen. Die Namen der Vereinigungen werden nun bei der nun folgenden Prüfung ihrer Parteieneigenschaft genannt. Ich komme nun zum Ergebnis der Vorprüfung der Beteiligungsanzeigen durch den Bundeswahlleiter und stelle die Kriterien der Prüfung dar. Gemäß § 18 Absatz 3 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Bundeswahlordnung hat der Bundeswahlleiter den fristgemäßen Eingang der Beteiligungsanzeigen festzustellen. Er hat die eingereichten Beteiligungsanzeigen unverzüglich darauf zu prüfen, ob den Anforderungen des Bundeswahlgesetzes sie entsprechen. Für die Feststellung ist zu prüfen, ob die politischen Vereinigungen ihre Beteiligung in rechtswirksamer Weise angezeigt haben und ob die Voraussetzungen des § 2 Parteiengesetz erfüllt sind. Zur Erfüllung sind nach diesem Maßstab folgende Fragen zugrunde zu legen. Erstens formelle Voraussetzungen. Ist die Beteiligungsanzeige fristgerecht eingegangen? Ist der Name satzungsgemäß angegeben? Haben die gesetzlich vorgeschriebenen Vorstandsmitglieder die Beteiligungsanzeigen unterschrieben? Liegen Satzung und Programm in einer gültigen Form vor? Liegt ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Bundesvorstandes der jeweiligen Vereinigung vor? Das sind die formellen Voraussetzungen. Materielle Voraussetzungen sind die Kriterien. Liegt eine Vereinigung von Bürgern vor? Besteht eine Einflussnahme auf die politische Willigungsbildung durch Verteilnahme an Bundestags- oder Landtagswahlen mit eigenen Wahlvorschlägen? Und wie ist das Gesamtbildnis der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere Umfang und Festigkeit der Organisation, Zahl der Mitglieder, hervortreten in der Öffentlichkeit, bisherige Teilnahme an Bundes- oder Landtagswahlen? Ich bitte daher alle Beteiligten, ihre Beiträge auf diese für die Entscheidung des Bundeswahlausschusses maßgeblichen Kriterien zu beschränken. Ich weise nochmals darauf hin, dass für die Ablehnung der Anerkennung als Partei gemäß § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Die Vorprüfung der Beteiligungsanzeigen und der Parteieneigenschaft habe ich vorgenommen. Über das Ergebnis werde ich berichten. Und bei Bedarf haben wir alle Aktenstücke, die bei uns eingegangen sind, hier mit nach Berlin gebracht. Und die können bei Bedarf eingesehen werden. Nach Abschluss der Prüfungen der Beteiligungsanzeigen hat der Bundeswahlleiter den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses beginnend in der 26. Kalenderwoche alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Insofern, glaube ich, sind wir alle gut auf die kommenden Erörterungen vorbereitet. Ich komme jetzt zum Bericht über das Ergebnis der Vorprüfung und zu den treffenden Entscheidungen des Bundeswahlausschusses. Ich schlage vor, dass mein Bericht über das Ergebnis der Vorprüfung und die Entscheidungen des Bundeswahlausschusses für die heute vorgesehene Entscheidung in der Reihenfolge des Eingangs der Beteiligungsanzeigen erfolgt. Mit Ausnahme von Nummer 67. Diese wird aufgrund des sachlichen Zusammenhangs unmittelbar in Anschluss von Nummer 41 und Nummer 41a behandelt werden. Ich rufe die Vereinigungen in dieser Reihenfolge auf. Sie sind auch entsprechend geladen worden in den vier Blöcken, von denen ich eben geredet habe. Ich nenne die Namen der Vereinigung und gehe soweit im Einzelfall erforderlich auf Probleme hinsichtlich der Erfüllung der dargestellten Kriterien für die Rechtmäßigkeit der Beteiligungsanzeigen und die Parteieneigenschaft ein. Sofern zu den immer wieder notwendigen Einführungen, die müssen sein, sind immer für die Zuhörer ein bisschen ermüdend, aber zur Klarstellung der Sache müssen wir sie einfach hier bringen. Dann rufe ich jetzt die erste Partei auf, Partei der Gewaltfreien und frage, ob ein Vertreter hier anwesend ist. Partei der Gewaltfreien. Das sehe ich nicht. Wenn ich einmal nicht übersehe, bitte übermelden in der Richtung. Wir gucken da immer drauf. Zum Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz nicht erfüllt sind, da die Beteiligungsanzeige nur per Fax und damit nicht im Original eingereicht wurde und nur von einer Person unterzeichnet war. Im Übrigen wurden weder Satzung noch Programm noch ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes eingereicht. Da kein Vertreter der Parteien anwesend ist, frage ich die Beisitzer. Wünscht einer das Wort hierzu? Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die PDG nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen. Wer folgt meinem Vorschlag? Das ist eindeinig. Die Partei der Gewaltfreien, kurz bezeichnend PDG, wird nicht als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die formellen Voraussetzungen des § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz sind nicht erfüllt. Da die Beteiligungsanzeige nicht im Original eingegangen ist, die Beteiligungsanzeige nicht von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes unterzeichnet war, kein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes geführt wurde und der Beteiligungsanzeige weder Satzung noch Programm beigeführt waren. Rechtsbehelfbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Ich komme zu Nummer zwei. Deutsche Kommunistische Partei ist ein Vertreter der Partei anwesend. Das ist nicht der Fall. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. Gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz verliert eine Vereinigung die Reststellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang entgegen der Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß § 23 Parteigesetz keinen Rechenschaftsbericht eingereicht hat. Rechenschaftsberichte müssen bis zum 30. September des auf das Rechenschaftsjahr folgenden Jahres eingereicht werden und die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen. Der Präsident des Deutschen Bundestages kann die Frist bis zum 31. Dezember des entsprechenden Jahres verlängern. Nach dieser Vorschrift schritte der Verlust der Rechtsstellung als Partei also ein, wenn eine Partei zuletzt für die Rechenschaftsjahre 14 bis 19 keinen Rechenschaftsbericht vorgelegt haben, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt. Mit Schreiben vom 03.09.2020 habe ich alle Parteien und politischen Vereinigungen, die Unterlagen in der Unterlagensammlung hinterlegt haben, auf diese Regelung hingewiesen. Darüber hinaus habe ich seit März 2020 in den Informationen für Wahlwerber auf meiner Internetseite auf die Rechenschaftspflicht und die Rechtsfolge eines Verstoßes aufmerksam gemacht. Und im Rahmen des Mängelbeseitigungsverfahrens habe ich alle politischen Vereinigungen, die eine Beteiligungsanzeige bei mir eingereicht haben, über diese Regelung informiert. Vereinigungen, die in der Vergangenheit gegen die Rechenschaftspflicht verstoßen haben, hatten daher die Möglichkeit, noch 2020 oder Anfang 2021 einen Rechenschaftsbericht für das vergangene Jahr beim Präsidenten des Deutschen Bundestages einzureichen, um an der Bundestagswahl 2021 teilzunehmen. Am 15.04.2020 ist die Beteiligungsanzeige der DKP bei mir eingegangen. Auch in meinen Mängelbeseitigungsschreiben vom 20.04.2020 habe ich die DKP auf die Regelung des Paragrafen 2 Absatz 2 Parteiengesetz hingewiesen. Mit Mail vom 05.09.2020 hat die Vereinigung die Frage an mein Büro gerichtet, ob sie die Voraussetzung des 23 Parteiengesetz bezüglich Rechenschaftslegung erfülle. Mein Büro hat der Vereinigung am 8. September 2020 mitgeteilt, dass Rechenschaftsberichte beim Präsidenten des Deutschen Bundestages einzureichen sind und von diesem zu prüfen seien. Der DKP wurde erfohlen, sich in dieser Frage mit dem Deutschen Bundestag in Verbindung zu setzen. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Kollegen des Deutschen Bundestages, die diese Rechenschaftsberichte prüfen, begleiten und das Verfahren, hier heute dabei sind. Und als Sachverständigen, Fachleute uns hier dann gegebenenfalls auch Auskunft geben können. Die DKP wurde am 25.09.1968 gegründet, also vor mehr als sechs Jahren. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 hat mir der Deutsche Bundestag nunmehr mitgeteilt, dass die DKP trotz meiner Hinweise in den letzten sechs Jahren Rechenschaftsberichte stets verspätet eingereicht habe. Und zwar den Rechenschaftsbericht für das Rechenschaftsbericht für das Rechenschaftsjahr 2014, erst am 26. März 2017. Den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2015 am 15. Mai 2018. Den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 am 19. August 2019. Den letzten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 am 21. Dezember 2020. Nach Auffassung des zuständigen Referates der Verwaltung des Deutschen Bundestages ist damit die Rechtsfolge des Paragrafen 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz eingetreten. Das heißt, die DKP hat die Rechtsstellung als Partei verloren, weil sie sechs Jahre lang keinen Rechenschaftsbericht, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt, fristgerecht beim Deutschen Bundestag eingereicht hat. Ein Vertreter der Partei ist hier anwesend. Wünscht einer der Beisitzer das Wort? Ja, bitte. Herr Lange. Das heißt, es hat keinen Rechenschaftsbericht abgegeben, das ist im Parteiengesetz. Das wird zum Ausschluss. Erfasst es auch die Fälle? Das wäre eine Frage an die Vertreter des Bundestages. Es wurden ja Rechenschaftsberichte vorgelegt, aber eben verspätet. Das wird kein Rechenschaftsbericht vorgelegt, so gelesen, dass es auch der verspätete Rechtsbericht kein Bericht ist. Die Frage bitte direkt weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also wir verstehen das so, dass eben kein Rechenschaftsbericht dieser Partei in der gesetzlichen Frist eingereicht wurde. Das heißt also, da wird ja verwiesen im 222 auf den Paragrafen 23, der wiederum auf die Fristregelung 19a Absatz 3 Satz 1 verweist. Und da ist eben eindeutig diese Frist Folgejahr 30. September mit schriftlicher Verlängerung durch den Präsidenten bis 31. Dezember des Folgejahres. In diesem Sinne kein Rechenschaftsbericht fristgemäß eingereicht. Weiterer Erörterungsbedarf. Das wird uns heute und morgen durch die Sitzung noch häufiger begleiten, dieser Punkt. Also jetzt nicht wegen der DKP, sondern diese Frage, weil es neu ist. Ich finde, die Partei ist mehrfach darauf hingewiesen worden, auf die Folgen. Also ich hätte gerne noch ein paar mehr Argumente, weil ich meine, auch ein verspäteter Rechenschaftsbericht ist ein Rechenschaftsbericht. Das ist ja oft ein Unterschied, ob ich, also was weiß ich, wenn ich meine Steuererklärung verspätet einreiche, dann kriege ich vielleicht zwei Misszuschläge. Aber wenn ich sie gar nicht einreiche, ist es Steuerhinterziehung. Also ich finde das nicht so ganz, also ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Futter. Da bringen Sie mich jetzt in die Lage, die Regelung, die der Gesetzgeber getroffen hat, gewissermaßen verteidigen zu müssen. Es ist eine stramme Regelung, das ist zuzugeben. Aber sie ist auch in der Begründung des Gesetzentwurfs für diese gesetzliche Verschärfung, die ja seit 1. Januar 2016 gilt, ist sie ausdrücklich dargelegt, sodass also auch uns gar kein Spielraum bleibt, das auszulegen. Also wir können uns da nicht nur, weil wir in diesem Haus angesiedelt sind, sondern auch aus Überzeugung eben nicht über das Gesetz stellen. Wenn das angegriffen wird, wir haben ja keine Rechtsprechung bisher dazu, dann wird man sehen. Aber wir können als Verwaltungsstelle sozusagen nur das Gesetz anwenden. Diskussion gerne einen anderen Punkt einwerfen. Den hatten wir in der Vor-, in unserer Überlegung mal hier auch miteinander diskutiert. Wo ist die Grenze nach hinten? Wenn eine Partei jetzt heute in dieser Sitzung oder zwei Tage vorher, wie machen wir das Ende für unsere Beratung? Das ist mir bei all dem, also wenn wir jetzt diese Sache kein mit Frist eingereicht, dann frage ich aber direkt, ja, wie weit geht das denn? Geht das noch bis einen Tag vorher? Können wir hier in der Sitzung die Dinge noch besprechen in der Richtung? Das glaube ich, das sehe ich in der Praktikabilität dann. Am Ende, wenn wir diese strenge Regelung auflösen, sehe ich keine Möglichkeit, wie wir das hier in den Sitzungen dann beraten sollen, diesen Punkt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die gesamten Wahlvorschriften, und da ist ja jetzt ergänzend auch die Rechenschaftslegungspflicht, sind strenge Formvorschriften, und Fristen sind Fristen. Ich würde sagen, dieses kein, jetzt ist es hartes Geschäft für einen Verwaltungsjuristen, sich anzulegen mit Richtern des Bundesverwaltungsgerichtes, in Anführungszeichen, die Frist wäre ja unsinnig, wenn wir das kein argumentieren würden, da kann auch ein zu später wäre noch eine Möglichkeit. Also ich glaube, das meine ich, müsste man im Zusammenhang lesen. Wir haben, deshalb ist mir auch wichtig festzustellen, dass wir die Parteien lange vorher darauf hingewiesen haben, dass hier etwas fehlt und dass sie das bitte einreichen müssen. Und wir haben gerade in den letzten Tagen vorher, auch noch eine ganze, in den letzten Wochen waren noch einige, die das haben, dann ganz schnell alles noch nachgeholt, dass das fristgerecht eingeführt war. Dass das System funktioniert, zeigen uns gerade diese nachgeholten Rechenschaftslegungen, die dann noch hier eingegangen sind, werden wir nachher auch noch mehrere sehen. Also deshalb ist so ein bisschen die Auffassung des Büros und meine, dass wir hier streng wieder formal vorgehen müssen, weil wir ansonsten eine Türe öffnen, wo ich nicht weiß, wie wir die am Ende hier handhaben wollen in der Sitzung. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu, Diskussionsbeiträge dazu? Ja, bitte. Vielleicht noch eine Ergänzung. Es ist ja bekannt, dass das Bundesverfassungsgericht in Sachen Wahlrecht eigentlich immer streng formalisiert argumentiert. Und Fristen und ähnliche Voraussetzungen eigentlich immer auch strikt am Wortlaut des Gesetzes ausrichtet. Und deswegen wäre das vielleicht ein weiteres Argument, Herr Geil, dafür, dass dann tatsächlich diese verspätet, deutlich verspätet abgegebenen Rechenschaftsberichte als nicht abgegeben anzusehen sind und damit die Auffassung des Bundestages auch unterstützt und unterstrichen wird. Dieser formale Charakter des Parteienrechts und des Wahlrechtes spricht, glaube ich, für die vorgetragene Auffassung. Ich habe Herr Risse gesehen. Gibt es weitere Beiträge, Beisitzerinnen und Beisitzer? Das sehe ich nicht. Dann käme ich zum Beschlussvorschlag. Ich schlage vor, die DKP aus diesem Grund nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, wer diesem Vorschlag folgt. Das ist mit einer Enthaltung oder Nein-Stimme? Ich habe akustisch nicht verstanden. Mit einer Gegenstimme ist der Vorschlag dann angenommen. Die Deutsche Kommunistische Partei, Kurzbezeichnung DKP, wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 Parteiengesetz sind nicht erfüllt, da die Vereinigung nach Mitteilung des Deutschen Bundestages die Rechtsstellung als Partei verloren hat, da sie sechs Jahre lang entgegen der Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß §23 Parteiengesetz keinen Rechenschaftsbericht eingereicht hat, der die gesetzlichen Mindestanforderungen gemäß §2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz erfüllt. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zum nächsten Vorschlag. Das ist die Partei. Vorschlag Nummer drei. Menschliche Welt. Zusatzbezeichnung für das Wohl und Glücklichsein aller. Kurzbezeichnung. Menschliche Welt. Ist ein Vertreter der Partei anwesend? Könnten Sie bitte uns Ihren Namen nennen? Mein Name ist Asbak. Herr Asbak, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr Asbak, wir gehen jetzt vor, wie ich das eben gesagt habe, und dann können wir sehen, ob Sie noch. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 des Parteiengesetzes ist festzustellen, Die menschliche Welt wurde am 08.29.2013 gegründet. Mit Schreiben vom 23.09.2021 hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung zuletzt für das Jahr 2019 fristgerecht einen Rechenschaftsbericht bei ihm eingereicht hat. Nach der Mitteilung des Deutschen Bundestages hat die Vereinigung nicht nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Zweitens. Ausweislich der bei mir geführten Unterlagensammlung und nach Angabe der Vereinigung in der Beteiligungsanzeige verfügt die menschliche Welt über elf Landesverbände. Die Vereinigung wurde am 4. März 2014 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung hat sie im Dezember 2020 angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut nicht näher belegten Angaben der Vereinigung 669. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 an der Bundestagssaal 2017, an der Europawahl 2019 sowie an sieben Landtagswahlen teilgenommen. Zuletzt im März 2021 in Baden-Württemberg. Sie hat angegeben, außerdem 2019 bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg angetreten zu sein. Hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie auf Medienberichte von Rundfunkanstalten, von Zeitungen sowie auf eines offenen Kanals in Kaiserslautern und Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung verwiesen. Als Nachweis hat sie dem Ausdruck eines Wikipedia-Artikels über die Vereinigung eingereicht. So viel zum Sachverhalt. Herr Asker, wünschen Sie Ergänzungen zum Sachverhalt oder habe ich das richtig wiedergegeben? Vielen Dank, Sie haben alles richtig wiedergegeben. Vielen Dank. Ich schlage vor, die menschliche Welt als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wünscht einer der Beisitzer hierzu noch eine Nachfrage oder das Wort? Das ist nicht der Fall. Folgen Sie meinem Vorschlag. Ich bitte um Handzeichen. Das ist einheitlich. Vielen Dank. Herr Asker, vielen Dank. Schönen Tag. Oder Sie können gerne auch bleiben. Vielen Dank. Gut. Dann muss ich jetzt den Beschluss vorlesen. Die menschliche Welt-Kurzbezeichnung, menschliche Welt-Zusatzbezeichnung für das Wohl und Glücklichsein aller wird als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch elf Landesverbände, 669 Mitglieder verfügt, und Teilnahme an der Bundestagswahl 2017 und Europawahl sowie in mehreren Landtagswahlen liegen ebenfalls vor. Und das Sonstige Hervortreten in der Öffentlichkeit ist ebenfalls gegeben. Damit sind die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 Parteiengesetz erfüllt. Gut. Damit hätten wir die. Damit kommen wir zu Nummer 4. Das ist die deutsche Tradition, sozial, kurz DTS. Ist jemand von der DTS da? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zum Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 nicht erfüllt sind, da die Beteiligungsanzeige nicht unterzeichnet war. Außerdem hat die Vereinigung keinen Nachweis für die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes eingereicht. Darüber hinaus wurden keine Nachweise über Parteitagsbeschlüsse, über die eingereichte Satzung und das Programm vorgelegt. Müncht einer der Beisitzer dazu das Wort? Ich schlage vor, die deutsche Tradition, sozial, kurz DTS, nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, ob Sie meinem Vorschlag folgen. Das ist einheitlich. Dann komme ich zum Beschluss. Die deutsche Tradition, sozial, kurz DTS, wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die formellen Voraussetzungen des §18 Absatz 2 sind nicht erfüllt, da die Beteiligungsanzeige nicht von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes unterzeichnet war, kein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstands geführt wurden und keine Nachweise zu Parteitagsbeschlüssen über Satzung und Programm eingereicht wurden. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur Nummer 5. Das ist die Tierschutzallianz, kurz bezeichnend Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, kurz bezeichnend Tierschutzallianz. Ist ein Vertreter der Partei hier anwesend? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfungen ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft des § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. Die Tierschutzallianz wurde am 30.11.2013 gegründet. Nach den Veröffentlichungen des Deutschen Bundestages für die Feststellung der staatlichen Mittel hat die Vereinigung zuletzt für die Rechenschaftsjahre 2015 bis 2015 und 2017 bis 2019 fristgerechte Rechenschaftsberichte bei ihm eingereicht. Die Vereinigung hat daher nicht gemäß § 2 Absatz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nichtseinreichens eines Rechenschaftsberichts verloren. Ausweislich der bei mir geführten Unterlagensammlung und nach eigener Angabe der Vereinigung verfügt sie über fünf Landesverbände. Sie wurde am 4. Dezember 2014 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung beruht auf 2019. Die Vereinigung hat laut eigener Angabe am 31.12.2019 insgesamt 97 Mitglieder. Nachweise hierfür hat sie nicht eingereicht. Im letzten veröffentlichten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 ist die Zahl der Mitglieder mit 116 angegeben. Das Hervortreten der Öffentlichkeit stellt sich wie folgt dar. Die Tierschutzallianz hat seit ihrer Gründung 2013 an der Bundestagswahl 2017, an der Europawahl 2019 sowie an drei Landtagswahlen im Jahr 2016, und zwar in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Berlin, sowie an der Langtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Sie hat außerdem mitgeteilt, an mehreren Kommunalwahlen zuletzt 2019 teilgenommen zu haben. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat sie angegeben, politische Arbeit unter anderem durch Informationsstände, Straßenfeste, Mahnwachen, Kundgebungen, Demonstrationen und Gesprächsrunden mit der Bevölkerung und anderen Organisationen. Sie betreibe Pressearbeit, sei im Internet und sozialen Netzwerken sowie mit einem eigenen YouTube-Kanal aktiv. Als Nachweis hat sie eine Liste einzelner Aktivitäten übersandt, eine Veröffentlichung der Stadtratsfraktionen mit Darstellung ihrer politischen Aktivitäten und Anfragen sowie Wärmematerial wie Aufkleber, Handzettel und anderen Veröffentlichungen übersandt. Wünscht einer der Beisitzer dazu das Wort? Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die Tierschutzallianz als Partei im Sinne von 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, wenn meinem Vorschlag gefolgt wird. Dann kommt das Ergebnis. Die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, Kurzbezeichnung Tierschutzallianz, wird als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch fünf Landesverbände, 97 oder 116 Mitglieder teilnahm an den Bundestagswahl 2017, an der Europawahl 2019 sowie an mehreren Landtagswahlen und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit eingereicht haben und damit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt sind. Damit kommen wir zur Nummer 6. Das ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, Kurzbezeichnung Die Partei. Ist ein Vertreter von dabei? Ich dürfte bitte um die Namen bitten. Das dürfte Herr Schiller und Frau Kölper. Entschuldigung, Frau Täubner, ich habe Sie in meiner Liste jetzt gefunden. Gut. Ich trage zuerst vor und dann können Sie da, wenn Sie wünschen, ergänzen. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Die Partei wurde am 02.08.2024 gegründet. Nach der Veröffentlichung des Deutschen Bundestages über die Feststellung der staatlichen Mitteln hat die Vereinigung zuletzt für die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2016, 2018 und 2019 fristgerechte Rechenschaftsberichte bei ihm eingereicht. Die Vereinigung hat daher nicht ihre Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Die Vereinigung verfügt nach ihren Angaben und ausweislich der bei mir geführten Unterlagensammlung in allen Ländern über Landesverbände. Außerdem hat sie angegeben, dass sie 298 Kreis- und 330 Ortsverbände hat. Die Vereinigung wurde am 11.02.2005 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung wurde im Dezember 2020 angezeigt. Die Vereinigung hat laut eigener Angabe über 46.000 Mitglieder. Im letzten veröffentlichten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 sind 43.504 Mitglieder angegeben. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung im Jahre 2004 an der Bundestagswahl 2005, 2013, 2017, an den Europawahlen 2014 und 2019 sowie an zahlreichen Landtagswahlen teilgenommen. Zuletzt in diesem Jahr an den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. Sie ist mit zwei Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten und hat außerdem mitgeteilt, mehr als 100 Mandatsträger auf kommunaler Ebene zu stellen. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung angegeben, dass sie regelmäßig Versammlungen, Aufzüge sowie Mahnwachen, Anmelde und durchaus in allen gängigen sozialen Netzwerken präsent sei und mit eigener Internetangeboten Einfluss auf die politischen Willensbildungen im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus nehme. Als Nachweis hat sich Screenshots ihrer Auftritte in sozialen Netzwerken, ein Faltblatt mit Wahlwerbung sowie Wahlwerbeaufkleber übersandt. Wünscht, wünschen Sie, Frau Teubner oder Herr Schiller noch das ergänzende Wort? Das ist nicht der Fall. Wünscht einer der Beisitzer das Wort hierzu? Das ist nicht der Fall. Ich schlage dir vor, die Partei als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, wenn Sie meinem Votum folgen. Einstimmig. Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, Kurzbezeichnung, die Partei wird als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch Landesverbände in allen Ländern sowie 628 Untergliederungen auf Kreis- und Ortsebene mehr als 46.000 Mitglieder, Teilnahme an den Bundestagswahlen 2005, 2013 und 2017, den Europawahlen 2014 und 2019, sowie zahlreichen Landtagswahlen und ihr sonstiges Hervortreten in der Öffentlichkeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 Parteiengesetz erfüllt. Ja, Frau Teubner und Frau Schiller, dann hätten wir das. Dann kommen wir zu Vorschlag Nummer 7. Das ist die Bayern-Partei. Ist ein Vertreter der Bayern-Partei anwesend? Das ist nicht der Fall. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß §2 lässt sich Folgendes feststellen. Die Bayern-Partei wurde am 28.10.1946 gegründet. Nach den Veröffentlichungen des Deutschen Bundestages über die Feststellung der staatlichen Mittel hat die Vereinigung zuletzt für die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2019 fristgerechte Rechenschaftsberichte bei ihm eingereicht. Die Vereinigung hat daher nicht die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ihre Parteienstellung verloren. Die Vereinigung verfügt über einen Landesverband in Bayern, der sich nach Mitteilung der Partei in acht Bezirksverbände und Kreis- und Ortsverbände gliedert. Die Vereinigung wurde am 9.05.1969 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung hat sie im Dezember 2019 angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut Angabe der Vereinigung am 31.12.2018 5.047 Mitglieder. Die Vereinigung hat insoweit auf ihren Rechenschaftsbericht 2018 verwiesen. Im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 ist die Zahl der Mitglieder mit 4.729 angegeben. Hinsichtlich des Vortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat seit dem Jahr 2000 an allen Bundestags-, Europawahlen- und Landtagswahlen in Bayern teilgenommen. Zum Nachteil ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie Vereinigung Fallblätter mit Wahlwerbung sowie zwei Ausgaben eines von der Vereinigung herausgegebenen Magazins eingereicht. Wünscht einer der Beisitzer das Wort? Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die Bayern-Partei als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Bitte um Anzeichen, wer dafür ist. Das ist einstimmig. Die Bayern-Partei, Kurzbezeichnung BP, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch einen Landesverband in Bayern mit weiteren Gebietsverbänden im Land mehr als 4.000 Mitgliedern regelmäßigen Teilnehmern an Bundestags- und Europawahlen und Landtagswahlen und ihr besonderes Hervortreten in der Öffentlichkeit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 erfüllt. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 8. Das ist die gerade Partei, keine Kurzbezeichnung DGP. Ist jemand von der DGP da? Das ist nicht der Fall. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft lässt sich Folgendes sagen. Gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz verliert eine Vereinigung die Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang entgegen der Pflicht zur öffentlichen Rechtsprechung gemäß 23 Parteiengesetz keinen Rechenschaftsbericht fristgerecht eingereicht hat. Der Verlust der Rechtsstellung als Partei tritt also ein, wenn eine Partei zuletzt für die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2019 keinen Rechenschaftsbericht fristgerecht beim Deutschen Bundestag eingereicht hat, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt. Zur Einreichung von Rechenschaftsberichten sind allerdings nur Parteien im Sinne des Parteiengesetzes verpflichtet. Nach § 2 Absatz 2 Parteiengesetz verliert eine Partei ihre Rechtsstellung als Partei auch dann, wenn sie sechs Jahre lang weder einer Bundestags- noch einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Das ist bei der DGP der Fall. Die DGP wurde am 04.07.2010 gegründet. Sie hat seit ihrer Gründung noch nie an Bundestags- und Landtagswahlen teilgenommen. Sie hat daher im Juli 2016 wegen Nichtteilnahme an Wahlen die Rechtsstellung als Partei verloren. Ihre Unterlagen wurden daraufhin aus der Unterlagensammlung entfernt. Da die DGP seit 2016 keine Partei im Sinne des Parteiengesetzes mehr ist, ist sie seit diesem Zeitpunkt zur Einreichung von Rechenschaftsberichten nicht mehr verpflichtet und kann daher auch nicht gegen die im Parteiengesetz angeordnete Rechenschaftspflicht verstoßen. Die DGP ist daher nicht nach § 2 Absatz 2 Parteiengesetz von der Wahlteilnahme ausgeschlossen. Zum Umfang der Festigkeit der Organisation. Die Vereinigung hat angegeben, über Mitglieder in Hamburg und Schleswig-Holstein zu verfügen. Die Zahl der Mitglieder betrug nach ihrer Angabe 374. Nachfolgerweise hierfür hat sie nicht eingereicht. Hinsichtlich der Vortritts in der Öffentlichkeit ist festzustellen. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat sie ausgeführt, dass sie seit ihrer Gründung 32 Vorstellungsveranstaltungen durchgeführt habe, auf die sie mit Plakaten und Briefvorsendungen beworben hat. Sie habe in Beilagen von Zeitungen für sich geworben, in Märkten und Einkaufszentren wurden diese ausgelegt. Sie sei außerdem seit mehreren Jahren auf Facebook vertreten. Für Mitglieder und interessierte Gäste seien Podiumsdiskussionsgespräche durchgeführt worden. Sie werbe mit fünf Kfz-Aufhängern und PKW-Werbung für sich. Sie habe sich zu den Bundestagswahlen 2013 und 2017 am Deutschen Bundestag vorgestellt. Als Nachweis hat sie uns dann zwei Fallblätter sowie mehrere Exemplare, zwei Handzettel, acht Bestätigungen, zwei Restaurants aus dem Jahre 2017 bis 2020 vorgelegt, dass sie als Vereinigung dort politische Stammtische durchgeführt habe. Außerdem hat sie mehrere Fotos von Kfz- und Plakatwerfungen übersandt. Eingereicht hat die Vereinigung außerdem eine Sondernutzungserlaubnis der Gemeinde Halstenbeck über die Aufstellung eines Infostandes im Februar 2017, zwei Zeitungsartikel für die Vereinigung aus den Jahren 2016 und 2017, zu dem Ausschnitt eines Medienberichtes zur vergangenen Bundestagswahl, in dem sie namentlich genannt ist. Außerdem hat sich Schriftverkehr zu einer nicht realisierten Teilnahme in einer Dokumentation über sogenannte kleine Parteien über den Screen-Code eines Auftrittes in der ZDF-Sendung Heute-Show eingereicht. Aktuelle Nachweise zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit zur Bundestagswahl hat sie nicht vorgelegt. Diese Vereinigung hat angegeben, dass eine weitere Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2020 pandemienbedingt nicht durchgeführt worden sei. Wünscht einer der Beisitzer dazu das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich vor, die DGP nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, wenn Sie meinem Votum folgen. Das ist einheitlich. Die gerade Parteikurzbezeichnung DGP wird nicht als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere die Rechtsstellung als Partei verloren hat, da sie seit ihrer Gründung sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Sie wurde deshalb aus der Unterlagensammlung herausgenommen. Die Zahl ihrer Mitglieder ist nicht nachgewiesen. Bisher in der Öffentlichkeit ist sie kaum aufgetreten, im Übrigen nahezu ausschließlich regional hervorgetreten. Gegen Rechtsbehelfbelehrung, gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tage ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur laufenden Nummer 9. Das ist die Gartenpartei, Kurzbezeichnung Gartenpartei. Ist ein Vertreter der Gartenpartei anwesend? Das müsste Herr Zander sein. Ja, Herr Zander. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. Die Gartenpartei wurde am 07. 08. 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 Parteien gesetzt, die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Nach der bei mir geführten Unterlagensammlung verführt die Vereinigung über einen Landesverband in Sachsen-Anhalt. Nach ihrer Satzung ist das Tätigkeitsgebiet der Vereinigung das Land Sachsen-Anhalt. Es handelt sich daher um eine Landespartei. Die Vereinigung wurde am 25.03.2014 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung wurde im Februar dieses Jahres angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut nicht näher belegter Angaben in der Vereinigung 349. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung im August 2013 an der Bundestagswahl 2017 sowie 2016 und 2021 an den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Sie hat außerdem angegeben, sich in den Jahren 2014 und 2019 auch an den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt beteiligt zu haben und seit 2014 im Magdeburger Stadtrat vertreten zu sein. Zur Öffentlichkeitsarbeit hat sie angegeben. Die Vereinigung hat in der Beteiligungsansage ihre Werbeaktivitäten zu den Kommunal- und Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt dargestellt. Darunter das Verteilen von Flugblättern, Anbringen von Wahlbierkarten, Fernsehauftritte und Fernsehwerbung und die Durchführung eines Wahlforums mit Kandidaten anderer Parteien. Zur Bundestagswahl 2017 habe die Vereinigung für Fernseh und Radio je einen Wahlwerbespot produziert, Flugblätter verteilt und in Plakatwerbung auf sich aufmerksam gemacht. Die Vereinigung betreibe als Anlaufstelle für interessierte Bürger ein Büro und habe Mitglieder in den Seniorenbeirat der Stadt Magdeburg entsandt. Als Beleg hat sich Screenshots ihrer Internetseite und ihres Facebook-Profils Fotos von Infoständen, Faltblättern als Dateien und weitere Wahlwerbung elektronisch übersandt. Angaben zum Hervortreten in der Öffentlichkeit zur Bundestagswahl 2021 hat die Vereinigung nicht gemacht. Herr Zander, wünschen Sie da noch was zu ergänzen oder habe ich das so? Okay. Wünscht einer der Beisitzer das Wort? Ich schlage vor, die Gartenpartei als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen. Das ist einheitlich. Die Gartenpartei, kurzbezeichnung Gartenpartei, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch einen Landesverband in Sachsen-Anhalt nach eigener Angabe 349 Mitglieder Teilnahme an Bundestagswahl 2017 und zwei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und ihr sonstiges Hervortreten in der Öffentlichkeit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 erfüllt. Herr Zander, vielen Dank für Ihr Kommen und guten Nachhauseweg. Hier kommen wir zur laufenden Nummer 10. Das ist die Humanwirtschaftspartei, ist ein Vertreter der Humanwirtschaftspartei anwesend. Das ist Herr Reuter. Danke, Herr Reuter. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige sind erfüllt. Nach § 2 Absatz 2 Parteiengesetz verliert eine Vereinigung die Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang entgegen der Pflichten zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß § 23 Parteiengesetz keinen Rechenschaftsbericht eingelegt hat. Nach dieser Vorschrift tritt der Verlust der Rechtsstellung der Partei also ein, wenn eine Partei zuletzt für die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2019 keinen Rechenschaftsbericht, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt, fristgerecht beim Präsidenten des Deutschen Bundestages eingereicht hat. Die Humanwirtschaft wurde am 09.09.1950 gegründet. Die Mitschreiben vom 01.07.2021 hat mir der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung für das Jahr 2019 Unterlagen eingereicht hat, die als Rechenschaftsbericht bezeichnet waren. Die Unterlagen hätten jedoch nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen des Parteiengesetzes entsprochen. Weitere Rechenschaftsberichte seien nicht eingereicht worden. Nach Auffassung des zuständigen Referates der Verwaltung des Deutschen Bundestages ist damit die Rechtsfolge des § 2 Absatz 2 Parteiengesetz eingetreten. Das heißt, die Humanwirtschaft hat die Rechtsstellung als Partei verloren, weil sie sechs Jahre lang keinen Rechenschaftsbericht der gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt, fristgerecht beim Deutschen Bundestag eingereicht hat. Herr Reuter, ich würde jetzt erst vorschlagen, dass wir noch mal die Kollegen des Deutschen Bundestags bitten, dazu noch was ausführlicher zu sagen, und dann bekommen Sie dazu das Wort. Ja, einverstanden? Der Rechenschaftsbericht für 2019 wurde eingereicht. Mit Rückmeldung des Bundeswahlleiters an den Anwalt des Bundesschatzmeisters unserer Partei ist der Rechenschaftsbericht auch soweit in Ordnung. Mit dem freundlichen Hinweis, dass wir auch zur Bundestagswahl antreten müssen, um den Parteienstatus zu behalten. Das ist der Fall. Wir treten mit einer Kandidatin in Hamburg-Altona an im Wahlkreis. Und es sind in der Öffentlichkeit bis Ende September 2021 bis zur Bundestagswahl auch noch weitere Auftritte mit Infoständen geplant. Wir haben auch in der vergangenen Zeit Flugblätter verteilt, in Diesdorf, in der Altmark. Und der Rechenschaftsbericht für 2020 ist in Bearbeitung. Herr Reuter, lassen wir bitte jetzt erst mal die Frage des Rechenschaftsberichts klären. Wenn ich da den Kollegen des Deutschen Bundestages bitte mal das Wort erteilen dürfte. Hallo, ja. Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 ist zunächst in einer unwirksamen Form am Tag. Ist zunächst in einer, ja. Ist zunächst lediglich per E-Mail eingereicht worden am 30. November 2020. Er wurde allerdings im Original nachgereicht, fristgemäß am 29. Dezember 2020. Dieser Bericht entspricht allerdings nicht den Mindestanforderungen des Parteiengesetzes aus mehreren Gründen. Erstens entspricht er nicht der in §24 Parteiengesetz vorgegebenen Gliederung. Der Verweis auf §24 Parteiengesetz ergibt sich unmittelbar aus §2 Absatz 2 Satz 2, der seinerseits auf §19a Absatz 3 Satz 5 verweist und §19a Absatz 3 Satz 5 nennt unter den Mindestanforderungen unter anderem die Gliederung des §24 Parteiengesetz. Der Rechenschaftsbericht entspricht nicht dieser Gliederung. Zweitens ist ein Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei nicht durch das zuständige Mitglied des Bundesvorstands unterzeichnet worden. Und drittens ist in diesem Fall festzustellen, dass es bereits fraglich ist, ob die Humanwirtschaftspartei einen Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei im Sinne des Parteiengesetzes eingereicht hat. Denn diese Vereinigung hat uns Unterlagen für die Bundesgeschäftsstelle sowie für die einzelnen Landesverbände vorgelegt. Diese sind allerdings durch den Bundesverband zu einem einheitlichen Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei zusammenzustellen. Danke. Erst Fragen an den Kollegen des Deutschen Bundestages dazu. Ich habe da eher eine juristische Überlegung. Der Kollege aus dem Deutschen Bundestag hat fachliche Mängel dieses Rechenschaftsberichts dargelegt und ich zögere, sozusagen Unbeholfenheiten bei der Erstellung eines Rechenschaftsberichtes zu der Rechtsfolge führen zu lassen, dass eine Organisation keine Partei mehr ist. Kann das wirklich richtig sein? Können Sie noch mal was zu mir zu den Zeiten sagen, wann der eingereicht worden ist und ob es aus Fürsorgegesichtspunkten Hinweise gab, wie man es hätte verbessern können? Der Rechenschaftsbericht wurde zunächst, ist zunächst am 30. November 2020 per E-Mail bei uns eingegangen. Das Original ging ein am 29. Dezember 2020, also kurz vor Ablauf der FIST für eine Einreichung eines FIST gemäßten Berichts für das Jahr 2019. Am 19. Januar 2021 wurde die Partei auf die Mängel hingewiesen. Gleichzeitig wird die Partei anwaltlich vertreten in dem Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Bundestag. Der Bevollmächtigte der Partei ist von uns mit Schreiben vom Juni 2021 darauf hingewiesen worden, dass die Partei noch die Möglichkeit hat, einen Bericht für das Jahr 2020 FIST gemäß und korrigiert einzureichen. Das ist allerdings nicht bis zu dieser Sitzung erfolgt. Ich möchte auch meine Ausführungen von vorhin in einem Punkt vervollständigen. Der Rechenschaftsbericht, der von der Partei eingereicht worden ist, hätte auch durch einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer testiert werden müssen. Das gehört ebenfalls zu den Mindestanforderungen eines Rechenschaftsberichts, sofern die Partei im Rechenschaftsjahr Einnahmen oder ein Reihenvermögen in Höhe von über 5000 Euro hatte. Das ist bei der Humanwirtschaftspartei der Fall. Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 ist allerdings ebenfalls nicht testiert, womit auch die Mindestanforderungen in dieser Hinsicht nicht erfüllt worden sind. Danke. Ergänzende Fragestellungen? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zu meinem Sie noch mal das Wort. Können Sie ein bisschen lauter? Ich sehe nicht, ob das Mikrofon, da muss das rote Lämpchen um das Mikrofon an. Jetzt ist es an. Jetzt ist es wieder aus. Okay, also immer für die anderen auch das rote Lämpchen muss hier vorher so an sein. Gut, keine weiteren Anmerkungen. Dann komme ich zu dem Vorschlag. Ich schlage vor, die Humanwirtschaft nicht als Partei im Sinne von Paragraf 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer folgt meinem Vorschlag? Enthalt? Enthalt. Dann kommt der Beschluss. Die Humanwirtschaft, Kurzbezeichnung Humanwirtschaft, wird nicht als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung nach Mitteilung des Deutschen Bundestages die Rechtsstellung als Partei verloren hat, da sie sechs Jahre lang entgegen der Pflicht zur öffentlichen Rechenschaft stellen gemäß Paragraf 23 Parteiengesetz keinen Rechenschaftsbericht eingereicht hat, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der leutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Herr Reuter, vielen Dank für das Dabeisein und mitmachen. Dann kommen wir zu Vorschlag Nummer 11, laufende Nummer 11. Das ist die deutsche konservative Zusatzbezeichnung. Keine Kurzbezeichnung deutsche konservative. Ist ein Vertreter der deutschen Konservativen anwesend? Das ist nicht der Fall. Nach den Vorprüfungen sind die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige erfüllt. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 lässt sich Folgendes sagen. Wenn eine politische Vereinigung im sechsten Jahr in Folge keinen Rechenschaftsbericht fristgerecht eingereicht hat, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt, verliert sie nach Paragraf 2 Absatz 2 Parteiengesetz automatisch die Rechtsstellung als Partei. Die deutsche Konservative wurde am 19.10.2009 begründet. Der Deutsche Bundestag hat am 28.05.2021 mit Schreiben an die deutsche Konservative gerichtet, dass er mir nachrichtlich übersandt hat. Darin teilt der Deutsche Bundestag der Vereinigung mit, sie habe nach Paragraf 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei verloren, weil sie sechs Jahre lang keinen Rechenschaftsbericht fristgerecht beim Präsidenten des Deutschen Bundestages eingereicht hat, der den gesetzlichen Mindestanforderungen entspreche. Ich möchte jedoch an dieser Stelle auf Folgendes hinweisen. Zur Einreichung von Rechenschaftsberichten sind nur Parteien im Sinne des Parteiengesetzes verpflichtet. Nach Paragraf 2 Absatz 2 Parteiengesetz verliert eine Partei ihre Rechtsstellung, auch dann, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestags- noch einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Die deutsche Konservative hatte zunächst am 18. September 2011 zuletzt an der Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin teilgenommen. Weil sie danach erst mal nicht mehr an Bundestags- und Landtagswahlen teilgenommen hat, hat sie sechs Jahre später, also im September 2017, wegen Teilnahme nach Paragraf 2 Absatz 1 Parteiengesetz wegen Teilnahme an Bundestags- oder Landtagswahlen die Rechtsstellung als Partei verloren. Ihre Unterlagen wurden daraufhin aus der Unterlagensammlung entfernt. Am 1. September 2019 hat die deutsche Konservative dann erstmalig wieder an einer Landtagswahl teilgenommen, und zwar in Brandenburg. Mit dieser Wahlteilnahme hat sie die Rechnung als Partei wiedererlangt. Sie hat daher erfolgreich die Wiederaufnahme in die Unterlagensammlung beantragt. Damit hatte die deutsche Konservative zwischen September 2017 und August 2019 gemäß Paragraf 2 Absatz 2 Parteiengesetz keinen Parteistatus und war daher in diesem Zeitraum auch nicht rechenschaftspflichtig. Somit kann sie meines Erachtens aber auch von heute an rückwirkend nicht sechs Jahre lang gegen ihre Pflicht zur öffentlichen Rechnungslegung verstoßen haben. In der Gesetzesbegründung heißt es, eine Partei müssen im sechsten Jahr in Folge keinen Rechenschaftsbericht eingereicht haben. Im sechsten Jahr in Folge bedeutet nach meiner Meinung, dass eine Vereinigung sechs Jahre lang ohne Unterbrechung gegen die Rechenschaftspflicht verstößt. Das ist nicht der Fall, wenn sie in diesem Zeitraum zeitweise keinen Parteistatus hatte und in dieser Zeit nicht rechenschaftspflichtig war. Aus diesem Grund liegt aktuell bei der deutschen Konservativen nach meiner Auffassung kein durchgehender sechsjähriger Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht vor. Sie hatte zuvor schon die Parteienangenschaft wegen fehlender Wahlteilnahme verloren. Sie hat damit auch nicht die Rechtsstellung als Partei wegen eines Verstoßes gegen Rechenschaftspflichten verloren. Propos ich weiterfahre, schlage ich vor, dass wir zunächst über diesen Punkt kurz beraten. Folgen Sie da. Ich würde erst mal den Kollegen des Deutschen Bundestages vielleicht noch mal aus einem fachlichen Votum da die Chance geben, was zu sagen. Ich räume ein, dass ich da gewisse Probleme habe. Die sind, wenn man so will, auch ein Stück verwaltungspraktischer Natur. Im Sinne einer parteienfreundlichen Betrachtung ist das sicherlich nachvollziehbar, was hier gesagt wird. Wir haben aber zum Beispiel auch andere Fälle im Auge zu behalten, wo eine Partei beispielsweise im Verlauf ihres Gründungsprozesses oder auch zwischendurch dann einmal zum Beispiel die Voraussetzungen des Paragrafen 2 Absatz 1, also die hinreichende Struktur und Organisationskraft sozusagen nicht mehr hatte. Wir sie beispielsweise bei Geltendmachung dieses Umstands auch nicht weiter verfolgen mit Zwangsgeldandrohungen und dergleichen. Und trotzdem haben wir in der Situation dann zum Beispiel uns überlegt, das ist noch gar nicht praktisch geworden, muss ich dazu sagen, in einem solchen Fall so zu verfahren, dass man die Sechsjahresregelung bezogen auf die Rechnungslegung trotzdem am Gründungsdatum grundsätzlich festmachen muss, weil wir sonst in eine, wie gesagt, verwaltungspraktische Schwierigkeit auch verfallen. Ich hoffe, ich konnte mich da verständlich machen. Also die Gesetzeslage ist da in der Tat, die uns da geschaffen wurde, ist da in der Tat schwer zu handhaben. Und man kann das natürlich parteienfreundlich sehen in diesem Sinne. Also wir würden uns da nicht dagegen aussprechen. Das steht uns, glaube ich, auch gar nicht zu. Aber wir haben es bezogen auf die Verpflichtung zur Rechnungslegung, haben wir es eigentlich schon so gesehen, dass der 222, also die Rechnungslegung eben nicht erfüllt wurde, bezogen auf das Gründungsdatum. Wenn jetzt der Bundeswahlausschuss beispielsweise sich hier anders entscheidet, werden wir das selbstverständlich auch zu unseren Überlegungen dann hinzufügen und uns weiter darüber Gedanken machen, wie wir in vergleichbaren und solchen Fällen dann künftig verfahren wollen. Das ist in der Tat jetzt auch ein verwaltungspraktisches Problem, dass wir noch nicht für alle Konstellationen überhaupt Präzedenzfälle haben und die jetzt uns schaffen müssen. Vielen Dank. Ich habe so von meinen Vorgängern und von Herrn Risse übernommen, am Ende soll bei unklaren Rechtsauslegungsfragen eigentlich immer der Wähler an der Wahlurne entscheiden. Das finde ich einen sinnvollen Grundsatz. Deshalb finde ich gerade bei diesen neuen Regelungen würde ich dann immer, jetzt sage ich jetzt, Sie haben es eben pro Vereinigung oder pro Partei, ich sage, wenn die Formalien nicht ganz eindeutig für sprechen, wie es gehandhabt wird, dann bin ich ehrlich gesagt der Meinung, müssen wir großzügig das auslegen, damit das im Wahlgang am 26. September entschieden wird und nicht hier durch Formalien. Damit sind wir jetzt, ich mache das jetzt beim dritten Mal, einmal Stellvertreter, zweimal, einmal Europawahl, jetzt eigentlich immer ganz gut gefahren. Das wäre meine Meinung dazu. Also ich wäre jetzt für eine großzügige Auslegung in dem Sinne, wie wir es hier in der Vortrüfung für uns formuliert hatten. Würden Sie, Herr Risse, gerne. Ich hätte noch eine Frage an die Kollegen aus der Bundestagsverwaltung. Wenn man jetzt jahrelang diese Rechenschaftspflicht nicht erfüllt hat, darf das doch nicht heißen, dass man auf ewig nicht Partei ist? Wie kann man denn dann wieder Partei werden? Das haben wir jetzt übrigens auch jüngst im Präsidentenbericht zur Parteienfinanzierung, der jetzt im Juni erschienen ist, noch mal dargelegt. Nach unserer Auffassung vielleicht sogar etwas einfacher formuliert, als es in der Gesetzesbegründung damals der Fall war. Ist also keine Neugründung in dem Sinne erforderlich, sondern man muss in der Tat dann einfach nur beschließen, als Partei ordnungsgemäß Rechnung legen zu wollen. Das bedeutet ja auch, die Buchführungspraxis zum Beispiel dann entsprechend aufzupolieren und sich vorzubereiten auf die Rechnungslegung für ein Jahr. Und dann kann man durch die Einreichung eines vorschriftsmäßigen Rechenschaftsberichts sozusagen konkludent erklären, man wolle wieder Partei sein. Und wenn wir dann einen solchen Rechenschaftsbericht als ordnungsgemäß anerkennen, dann ist das eben für uns auch ein Akt, wo wir sagen, gut, das ist ein Rechenschaftsbericht, der eignet sich dann grundsätzlich auch zur Veröffentlichung. Und dann ist dieses Faktum in der Welt. Wir können ja, so ist das, denke ich, bei diesem etwas volatilen Begriff des Parteiseins unvermeidlich, wir können ja nicht für alle Verwaltungsbereiche und für alle Bereiche, wie hier die Wahlzulassung, können wir ja nicht Vorausentscheidungen treffen. Wir würden dann für die Frage der Rechnungslegung, würden wir sagen, ja, das ist erfüllt, da ist jetzt ein Rechenschaftsbericht und dann zählt gewissermaßen die Rechnung neu. Dann würde die Sechsjahresfrist sozusagen für uns wieder neu laufen. Aber ich will jetzt sofort einräumen, wir haben hier auch noch nicht alle Tücken des neuen Gesetzes, wahrscheinlich für alle Zukunft, ausgelotet. Aber ich glaube, damit hat man zumindest hier eine positive, eine konstruktive Brücke geschaffen. Ja, ich glaube, durch die aufkommenden praktischen Fälle muss man da manche Regelungen noch mal nachschärfen. Die Diskussion jetzt nicht, man könnte ja einige Jahre keine Rechenschaft, verliert die Parteieneigenschaft und dann fängt man kurzfristig noch mal an und es lebt dann auf. Also, bleib aber jetzt bei meiner Auslegung, diese etwas nicht ganz klare Form darf meines Erachtens nicht zum Nachteil von jetzt antretenden Vereinigungen oder Parteien sein. Würden dieser Rechtsauslegung, würden wir da, sind wir da alle, würden wir da mitgehen? Denn das, sonst brauchen wir jetzt hier, müssen wir jetzt erst mal ein Zwischenabvotum abgeben. Dürfe ich da mal um Handzeichen, ob Sie das alle mitgehen? Das gehen alle mit. Gut, jetzt, Herr Stemmer, jetzt helfen Sie mir. Jetzt muss ich weitergehen auf Seite 5. Damit kommen wir jetzt, nachdem wir das geklärt haben, zum Umfang und Festlichkeit der Organisation. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass sie sechs Landesverbände hat und darüber hinaus in Kreisverbände gegliedert sei. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut nicht näher belegten Angaben 386. Hinsichtlich des Vervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. An Bundestags- oder Europawahlen hat die Vereinigung bislang nicht teilgenommen. Seit ihrer Gründung 2009 ist sie zur Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2011 und 2019 zur Landtagswahl in Brandenburg angetreten. Außerdem hat sie mitgeteilt, dass sie 2016 an der Kommunalwahl in Berlin teilgenommen hat. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat sie ausgeführt, dass in den letzten Jahren Anzeigen in Zeitung geschaltet wurden und an Informationsstellen Informationsmaterial verteilt worden sei. Außerdem nehmen sie an überregionalen Demonstrationen teil. Es seien flächendeckend Flugblätter zu aktuellen Bundes- und Landesthemen in Briefkästen verteilt worden. Im Übrigen hat die Vereinigung auf ihrer Internetseite sowie ihre Auftritte bei Facebook und YouTube verwiesen. Als Beleger hat sie Faltblätter und Handzettel und Fotos von Demonstrationen, Infoszen, Zeitungsanzeigen und Werbematerial eingereicht. Wünscht einer der Beisitzer noch einmal das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich vor, die Deutsche Konservative als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer folgt diesem Votum? Das ist einheitlich. Dann kommt das Ergebnis. Die Deutsche Konservative, kurz bezeichnend Deutsche Konservative, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch sechs Landesverbände in der Angabe der Vereinigung mehr als 380 Mitgliederteilnahme an zwei Landtagswahlen und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 erfüllt hat. Wir kommen weiter zur laufenden Nummer 12. Das ist die Ganzheitliches Recht auf Leben, Kurzbezeichnung GRAL. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Da müsste Frau Ines Meisner da sein. Ja, Frau Meisner. Herzlich willkommen. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige in § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Kleinen Moment, bitte. Ich gehöre auch dazu. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Herr Olindschuk. Ich hatte schon Schwierigkeiten, hier reinzukommen. Ja, weil uns hier ein Herr Gerhard Jakobs genannt worden ist auf der Liste. Ja, das ist ein Irrtum. Jetzt fange ich nochmal an. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes sagen. Die GRAL wurde am 01.05.2020 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Reststellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hat im Februar diesen Jahres einen Landesverband in Sachsen-Anhalt gegründet. Weitere Gebietsverbände existieren nicht. Die Vereinigung wurde am 17.12.2020 in die Unterlagensammlung aufgenommen und hat im März 2021 die letzte Änderung angezeigt. Die Vereinigung hat erklärt, dass sie am 05.10.2020 vier Mitglieder hatte. Hinsicht des Hervortritts in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat bisher nicht an Wahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie angegeben, verschiedene Medien 2020 über ihre Gründung informiert zu haben. Hierzu hat sie mehrere an den Medien gerichtete Schreiben eingereicht. Weiter trete die Vereinigung durch einen Schaukasten am Sitz der Vereinigung öffentlich hervor. Nachgewiesen durch zwei Fotos und verfüge über eine Internetseite. Sie habe Drucksachen versandt und in Geschäften der Wittenberger Innenstadt verteilt. Außerdem habe sie E-Mail-Anfragen beantwortet. Wünschen Sie das Wort dazu, Ergänzung zum Sachverhalt? Ich möchte dazu sagen, dass die Gründung und auch alles bis zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich sehr stark beeindruckt oder beeinträchtigt wurde oder ist durch die Pandemie. Wir hatten kaum Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit auszutreten. Das hat uns eben sehr begrenzt oder eingegrenzt. Die wirkliche Arbeit beginnt eigentlich erst jetzt, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Okay, danke. Danke. Möchte einer der Beisitzer das Wort hat? Herr Risse. Stimmt denn diese Angabe von vier Mitgliedern noch? Also nicht korrekt. Es sind inzwischen wohl mehr, aber ich kann Ihnen im Moment auch keine genauen Zahlen nennen. Sind das mehr eher im einstelligen Bereich? In dem einstelligen Bereich, ja. Weitere Fragen? Ja, Herr Brenner. Vielleicht noch die Frage, wie wollen Sie denn mit unter zehn Mitgliedern an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken, bis er Artikel 21 des Grundgesetzes vorsieht? Vielleicht, dass Sie uns das noch mal ein bisschen erläutern können. Nun denn, in erster Linie geht es um Inhalte. Und dass alles seine Zeit braucht. Es geht nicht um die Zahl der Mitglieder. Darum geht es nicht. Es geht darum, was getan ist und was gesagt wird. Also ich messe mich an dem, was ich sage und an dem, was ich tue. Und einzig daran. Und wer wirklich etwas zu sagen hat, der wird auch was bewirken. Danke. Dankeschön. Weitere Fragen? Dann komme ich zu meinem Rotumsvorschlag. Ich schlage vor, die GRAL nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer folgt meinem Vorschlag? Das ist einheitlich. Die ganzheitliche Partei auf Leben, kurz bezeichnet GRAL, wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft genäß §2 sind nicht erfüllt, da sie Vereinigung insbesondere lediglich vier oder im einstelligen Bereich zählt und bisher in der Öffentlichkeit kaum bis gar nicht im Übrigen nur regional hervortritt. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Gut. Vielen Dank fürs Kommen. Dann kommen wir zu Vorschlag Nummer 13. Das ist die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, MLPD. Da müsste Herr Jasensky und Herr Reich da sein. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Zwar hat die Vereinigung ihren Bundesvorstand zuletzt im Herbst 2019 gewählt. Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz muss der Vorstand einer Partei in jedem zweiten Jahr gewählt werden. In einer Sitzung am 8. April 2021 hat der Bundeswahlausschuss festgestellt, dass nach § 5 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über die Maßnahmen in Gesellschaft und Genossenschaft, Vereins, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auslösung der Covid-19-Panierrechte und der Vorstand einer Partei in jedem zweiten Jahr gewählt werden. Sie haben es nicht einmal fertiggebracht, um meinen Namen ordnungsgemäß einzutragen. Was wollen Sie überhaupt noch bewerten oder beurteilen? In seiner Sitzung am 8. April 2021 hat der Bundeswahlausschuss festgestellt, nach § 5 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über die Maßnahmen in Gesellschaft, Genossenschaft, Vereins, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkung der Covid-19-Panierrechte, Pandemie, die Vorstandsmitglieder der MLPD in den Jahren 2020 und 2021 bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben, längstens bis zum 31.12.2021. Außerdem waren die Mitglieder des Bundeswahlausschusses einstimmig der Auffassung, dass die Erklärung der Parteivertreter in Verbindung mit dem eingereichten Unterlagen einen geeigneten Nachweis über den Beschluss der aktuellen Satzung und des aktuellen Programms darstellen. Ich verweise insofern auf die Niederschrift der damaligen Sitzung. Sonstige formelle Mängel sind nicht zu beanstalten. Erlauben Sie mir bitte als Parteipartin zwei Hinweise. Diese beiden Punkte, die sind nur nach unserer Auffassung, weil wir diese Covid-Sonderregelung haben, übersprungen worden. Deshalb also bitte für die Hinweise, für diese Wahl ist das jetzt alles gut, aber für die kommenden Wahlen bitte den Vorstand in ordnungsgemäßen Turnus wählen. Sonst haben wir dann einen formellen Mangel. Ich will das nur noch mal klarstellen. Ich war mir in der Videokonferenz damals nicht so ganz klar, ob die Vertreter da so ganz mitgehen. Deshalb wollte ich das hier an der Stelle noch mal hinweisen. Die Covid-Regeln haben wir jetzt jetzt sauber geklärt. Aber für die Zukunft bitte einfach darauf achten, dass die Vorstände dann in dem richtigen vorgesehenen Turnus gewählt werden, damit wir da keine Probleme miteinander bekommen. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft, gemäß § 2 lässt sich Folgendes sagen. Die MLPD wurde 1982 gegründet, also mehr als sechs Jahre vor dem Wahl. Mit Schreiben vom 23.06.2021 hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung mindestens für das Jahr 2019 fristgerecht einen Rechenschaftsbericht bei ihm eingereicht hat. Die Vereinigung hat nach der Mitteilung des Deutschen Bundestages nicht gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Zu Umfang und Festigkeit der Organisation ist Folgendes zu bemerken. Die Vereinigung verführt nach eigenen Angaben in allen Ländern über Landesverbände. Nach eigenen Auskunft verfügt sie darüber hinaus, über Kreis- und Ortsverbände. Sie sei in über 450 Städten vertreten. Zur Zahl der Mitglieder hat sie keine Angaben gemacht. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die MLPD hat seit dem Jahr 2020 an sämtlichen Bundestagswahlen, mit Ausnahme der Wahl im Jahr 2002, an den Europawahlen 2014 und 2019, sowie an mehreren Landtagswahlen, zuletzt an der Landtagswahl in Thüringen, teilgenommen. Als Öffentlichkeitsarbeit hat sie unter anderem angegeben, dass die Kreis- und Ortsverbände ein weites Spektrum öffentlicher Veranstaltungen durchführen. Darüber hinaus hat sie in ihrer 14-tägig erscheinenden Parteizeitung und ihrer Internetseite als weitere Angaben zur Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Sie habe verschiedenes Material zur Wahlwerbung herausgegeben und aktuell ein Buch herausgegeben. Als Nachweis hat sie Ausdrucker, eine Internetseite sowie eines Flyers übersandt und einem Link zu einem YouTube-Video. Wünscht ein Vertreter der Parteien das Wort? Da würde ich bitten, noch ein paar Angaben zur Zahl der Mitglieder zu machen. Wir hatten diese Sondersitzung des Bundeswahlausschusses am 8.4., wo es ja auch um diese Frage ging, dieser demokratischen Legitimation des Vorstands der MLPD. Und wir hatten das damals schon gerügt und das auch sehen es nach wie vor so, dass es dem Bundeswahlausschuss oder dem Bundeswahlleiter hier nicht zusteht, die demokratische Legitimation hier infrage zu stellen. in einer Partei, in der die sämtliche Mitglieder den Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees rund ein Jahr vor dem Parteitag erhalten und Möglichkeiten haben, hier Anträge zu stellen, ihre Meinung hier auf den Parteitag zu bringen. Dieses formale Kriterium mit den zwei Jahren, das wird sicherlich noch eine Auseinandersetzung geben. Aber es ist hier festzustellen, dass die demokratischen Grundsätze der MLPD hier über jeden Zweifel erhaben sind. Es gibt keine Partei, in der die Mitglieder solche Mitwirkungsrechte haben an der Beschlussfassung und der Erstellung der Rechenschaftsberichte, beispielsweise des Zentralkomitees. Das gilt für alle Ebenen der Partei. Wenn Sie hier nach der Zahl der Mitglieder fragen, dann machen wir das so wie jedes Mal hier in der Sitzung des Bundeswahlausschusses. Ihr Brötchengeber, der Herr Seehofer, lässt ja die MLPD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachten. Und wie hieß es so schön im letzten Bundesverfassungsschutzbericht 2019, aufgrund der in den Rechenschaftsberichten angegebenen Informationen, müsste die Zahl der Mitglieder der MLPD von 1.800 jetzt auf 2.800 erhöht werden. Und ich will hier den Verfassungsschutz nicht diskreditieren und er liegt hier sicherlich nicht daneben. Gut, vielen Dank. Weitere Fragen der Beisitzer? Ja, bitte. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich möchte gern vier Sätze ergänzen. Wir wollen eigentlich deutlich gegen alle Versuche protestieren, vor allem gestützt auf den Verfassungsschutzgenossen und Genossinnen der MLPD willkürlich zu kriminalisieren. An der Spitze steht hier die diffamierende Gefährdereinschätzung von Stefan Engel. Es ist Ausdruck einer antikommunistischen Mottenkiste, ihn als Schirmherr des rebellischen Musikfestivals 2019 so anzugehen. Es wäre lächerlich, wenn dies nicht schon heute zur Einschränkung demokratischer Rechte führen würde und als Vorbereitung weiterer Schritte in diese Richtung zu werten wäre. Vielen Dank. Okay, waren drei Sätze mehr, aber das ist auch okay. Gut, dann kommen wir zum Ich schlage vor, die MLPD als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer folgt meinem Votum? Einheitlich. Dann komme ich zum Ergebnis. Die marxistische Leninistische Partei Deutschlands, Kurzbezeichnung MLPD, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere über 16 Landesverbände, ich ergänze jetzt hier, 2800 Mitglieder verfügt und seit 2005 Teilnahme an allen Bundestagswahlen, den Europawahlen 2014 und 2019 sowie mehreren Landtagswahlen und ihr besonderes Hervortreten in der Öffentlichkeit. Die Kriterien der Parteieneigenschaft ermäß § 2 erfüllt. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu der laufenden Nummer 14. Der dritte Weg. Zusatzbezeichnung Römisch 3, Punkt Weg. Ist ein Vertreter... So, wir sind jetzt, wir hatten, Sie hatten jetzt Ihren Part und jetzt lassen wir allen... Herr Reich, wir sind hier nicht, das haben wir am Anfang geklärt, das habe ich hier zweimal, wir sind hier nicht zur weiteren Erklärung und jetzt sind die anderen Parteien dran. Sie hatten die Erklärung, hier etwas abzugeben und das wollen wir jetzt auch bitte bei den anderen Parteien fair und ehrlich behandeln. Aus dem dritten Weg müsste Herr Matthias Fischer und Yves Denk... Ja, sind die beiden? Herr Fischer, sind Sie? Ja, okay. Dann komme ich zum Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft nach § 2 Parteiengesetz hat meine Vorprüfung Folgendes ergeben. Der dritte Weg wurde am 28.09.2013 gegründet. Mit Schreiben vom 21.04.2021 hat mir der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung zuletzt für das Jahr 2020 fristgerecht einen Rechenschatzbericht bei ihm eingereicht hat. Die Vereinigung hat daher aktuell nicht die Rechtsstellung als Partei wegen des Nichtseinreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Nach Mitteilung der Vereinigung und der bei mir geführten Unterlagensammlung verfügt die Vereinigung über Landesverbände in Bayern und Sachsen. Darüber hinaus hat sie einen Gebietsverband West. Zum Zeitpunkt der Einrechnung der Beteiligungsanzeige am 12. November 2020 hatte der weitere Gebietsverband Mitte keinen handlungsfähigen Vorstand. Die Vereinigung wurde am 2. Dezember 2013 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung hat sie im Dezember 2020 angezeigt. Die Zahl der Mitgliederbetruglauf nicht näher belegten Angaben am 12. November 2020 insgesamt 631. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat nach ihrer Gründung am 28. September 2013 nicht an der Bundestagswahl 2017 teilgenommen. Jedoch an der Europawahl 2019 und im Jahr 2016 an der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Sie hat außerdem mitgeteilt, im Jahre 2019 an mehreren Kommunalwahlen teilgenommen zu haben. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie mitgeteilt, dass sie im Jahr 2000 mehrere Demonstrationen, Kundgebungen durchgeführt habe und eine Million Flugblätter verteilt habe. Darüber hinaus hätten bis heute regionale Gruppen, Landesverbände der Vereinigung, auch Zeitungen und Infoschriften verteilt und eine Internetseite sowie einen Twitter-Kanal betrieben. Als Nachweis hat sie eine Liste von Veranstaltungen im Jahre 2020 und eine Reihe von Beiträgen eingereicht, die in den Jahren 19, 20 und 2021 auf der Internetseite der Vereinigung veröffentlicht wurden. Darin wird teilweise mit Fotoaufnahmen über die politischen Aktivitäten der Vereinigung berichtet, unter anderem durchgeführte Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen, Aufführungen und sonstige Versammlungen, öffentliche Vorträge und das Verteilen von Flugblättern. Herr Denk und Herr Fischer, wünschen Sie das Wort? Dann frage ich die Beisitzer. Ist hier Wort? Auch nicht. Ich schlage vor, den dritten Weg als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer folgt meinem Vorschlag? Eine Enthaltung? Der dritte Weg, Kurzbezeichnung Römisch 3 Weg, wird als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Da er insbesondere durch zwei Landesverbände und einen zwei weitere Gebietsverbände nach Angaben der Vereinigung 631 Mitgliederteilnahme an der Europawahl 2019 sowie einer Landtagswahl 2016 und mehreren Kommunalwahlen und ausreichenden Nachweisen zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 erfüllt hat. Vielen Dank fürs Kommen. So, jetzt kommen wir zur laufenden Nummer 15. Das ist der Schleswigische Wählerverband. Ist ein Vertreter des Schleswischen Wählerverbandes da? Das ist der Herr Mayer, wenn ich das richtig sehe. Herr Mayer. Ich darf da noch mal dran erinnern. Wähler werden sich freuen. Die sind doch im Landtag vertreten. Aber die haben halt nicht die Anzahl von Mitgliedern. Deshalb müssen wir jetzt hier über dieses Verfahren gehen. Das ist der Grund. Nur noch mal als Hintergrund für die Sache, warum wir jetzt hier und nicht vorher, wo wir die Parteien zugelassen haben. Der Südschleswigische Wählerverband hat in seiner Beteiligungsanzeige zugleich den Antrag gestellt, durch den Wahlausschuss als Partei einer nationalen Minderheit anerkannt zu werden. Genes §6 Absatz 3 Bundeswahlgesetz gilt bei der Sitzverteilung im Deutschen Bundestag die Sperrklausel und nach §20 Absatz 2 und 27 Absatz 1 Bundeswahlgesetz auch das Erfordernis zur Einreichung von Unterstützungsvorschriften mit dem Wahlvorschlag nicht für Parteien nationaler Minderheiten. Ob es sich bei der Vereinigung um eine Partei einer nationalen Minderheit handelt, hat der Bundeswahlausschuss für alle Wahlorgane bindend festzustellen, wenn die Vereinigung dies in der Beteiligungsanzeige beantragt. Ich schlage daher vor, dass wir in einem ersten Schritt über die Anerkennung des SSW als Partei zur Bundestagswahl entscheiden. Wenn der Wahlausschuss feststellt, dass die Vereinigung als Partei anerkannt ist, stellen wir fest, ob es sich um eine Partei einer nationalen Minderheit handelt. Ich gehe davon aus, mit dem Vorgang sind alle einverstanden. Zum Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft lässt sich Folgendes feststellen. Der SSW wurde am 25.06.48 gegründet. Nach der Veröffentlichung des Deutschen Bundestages über die Feststellung der staatlichen Mittel hat die Vereinigung über die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2019 fristgerecht Rechenschaftsbericht bei ihm eingereicht. Die Vereinigung hat daher nicht gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Die Vereinigung verfügt über einen Landesverband. Nach ihrer Satzung ist die Vereinigung ausschließlich in Helgoland tätig. Insofern handelt es sich um eine Landespartei. Die Vereinigung ist nach eigenen Angaben außerdem in vier Kreisverbänden und 60 Ortverbände gegliedert. Sie wurde am 20.03.1969 in die Ur-Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung geschah im Oktober 2020. Die Zahl der Mitglieder betrug am 19.11.2020 insgesamt 3.217. Als Nachweis hat sich Screenshots der Datenbank zur Verwaltung der Mitgliederdaten übersandt. Im letzten veröffentlichten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 ist die Zahl mit 3.306 angegeben. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat bisher noch nie an Europawahlen und seit dem Jahr 2061 auch nicht mehr an Bundestagswahlen teilgenommen. Sie hat jedoch rückwirkend bis 2002 an den fünf Landtagswahlen in Schleswig-Holstein teilgenommen. Sie ist mit drei Abgeordneten im Schleswig-Holstein-Landtag vertreten. Sie hat mitgeteilt, außerdem seit 1948 bei sämtlichen Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein angetreten zu sein und auf kommunaler Ebene 176 Mandatsträger zu stellen. Als Beispiel ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung Informationsveranstaltungen und ihre Mitgliederzeitung genannt. Die Zeitschrift wird zweimal jährlich als Beilage einer dänischen Zeitung mit einer Auflage von 11.500 Exemplaren veröffentlicht. Weiter hat sie auf vielfältige Presseaktivitäten verwiesen. In den Jahren 2019 und 20 hat die Vereinigung insgesamt 661 Pressemitteilungen veröffentlicht. Als Nachweis hat sie umfangreiche Belege eingesandt, darunter ein Fallblatt, Einladungen zu Informationsveranstaltungen, Belegexemplare der Mitgliederzeitschrift und Pressemitteilung. Wünschen Sie da noch Ergänzungen zu? Ich muss jetzt wieder gucken, Herr Mayer. Da ist auch noch Herr Seidler dabei. Entschuldigung, ich habe Sie jetzt nicht gesehen können. Ich möchte nur ganz kurz eine Klarstellung. Das kam hier so ein bisschen komisch rüber mit nur Helgoland. Nein, die Partei tritt ja im ganzen nördlichen Teil von Schleswig-Holstein, im Landesteil Schleswig auf, zusätzlich auf Helgoland und in der Stadt Kiel. Das nur noch mal zur Frage. Vielen Dank. Das haben wir nicht korrekt. Da habe ich das gerade wiedergegeben. In der Tat. Ich stockte auch. Als ich es vorlas, sage ich das. Aber nur, dass es ganz deutlich ist. Das ergänzen wir. Das ist richtig. Wünscht einer der Beisitzer das so? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt erst mal zum ersten Schritt. Ich schlage vor, den SSW als Partei im Sinne von Paragraf 18, 4 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Sind wir einheitlich alle? Okay. Der Südschleswig-Wählerverband, Kurzbezeichnung SSW, wird als Partei im Sinne des Paragraf 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt, da er insbesondere durch einen Landesverband mehr als 3.000 Mitglieder, kontinuierliche Teilnahme an Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und ihr sonstiges Hervortreten in der Öffentlichkeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 erfüllt. Damit hätten wir den ersten Schritt. Jetzt komme ich aber erst noch zum Antrag auf Feststellung der Rechtsstellung als Partei einer nationalen Minderheit. Für die Eigenschaft als Partei einer nationalen Minderheit sind folgende Kriterien maßgebend. Die Volksgruppe muss die Anforderungen an eine nationale Minderheit erfüllen. Die Vereinigung muss aus der nationalen Minderheit hervorgegangen sein. Sie muss gegenwärtig personell von der Minderheit getragen werden. Sie muss programmatisch von der Minderheit geprägt sein. Sie muss ihre politische Tätigkeit im deutschen Siedlungsgebiet der Minderheit entfallen. Der SSW hat auch hierzu zahlreichende Nachweise vorgelegt. Unter anderem einen Auszug aus dem Zusammenarbeitsabsprache des Südschleswischen Gemeinsamen Rates. Einen Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Südschleswischen Gemeinsamen Rates vom 26.10.2020. Das Wahlprogramm des SSW zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein vom 7. Mai 2017. Und eine Publikation unter anderem über die Bonn-Koppen-Hagener Erklärung von 1955. Hierzu ist Folgendes festzustellen. Bei der Zeichnung eines Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995 hat die Bundesrepublik in einer Erklärung unter anderem festgestellt, dass die Dänen deutscher Staatsangehörigkeit eine nationale Minderheit in Deutschland sind. In einer Entscheidung vom 13.09.2013 hat das Landesverfassungsgericht des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Gültigkeit der Landtagswahl auf Grundlage des Landesrechts nach ausführlicher Auseinandersetzung mit den rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten festgestellt, dass es in Schleswig-Holstein auch unverändert eine dänische Minderheit gibt. Diese zum Beispiel durch ihre Schulen, den dänischen Kulturverein mit einer Einrichtung und Veranstaltung durch wie eine dänische Sprache erscheinende Zeitung wahrnehmbar in Erscheinung tritt. Der SSW aus der dänischen Minderheit hervorgegangen ist. Der SSW gegenwärtig personell von der Minderheit getragen wird und der SSW programmatisch von ihr geprägt ist. In der Literatur wird daher ausgeführt, dass im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland derzeit nur der schleswig-holsteinische Wählerverband SSW als Partei der dänischen Minderheit die Voraussetzung einer Minderheitspartei erfüllt. Strehlen in Schreiber-Bundestagswahlgesetz 11. Auflage 2017, Paragraph 7, Randnummer 50. Das ist für uns immer so die Kommentarbibel, deshalb zitiere ich sie hier ausnahmsweise mal. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ausliederfragen und nationale Minderheiten gibt in seiner Veröffentlichkeit an, dass die dänische Minderheit zu den vier anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland zähle, da diese sei politisch durch eine eigene Partei, den südschleswischen Wählerverband, aktiv. Wir mussten uns da noch ein bisschen einlesen in die Sache, aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Haben Sie deshalb noch Ergänzungen wollen? Nein, ich habe keine Ergänzungen. War schon alles korrekt. Wünscht einer der Beisitzer das Wort, oder der Beisitzerin. Ich schlage vor, das wäre mein Votum, dass der SSW den Rechtsstatus einer Partei einer nationalen Minderheit im Sinne des Bundeswahlgesetzes hat. Wer würde dem Votum folgen? Das ist einheitlich. Gut. Jetzt nur für uns mal Erklärung, Frau Schorn, wir müssen das dann in der Presseerklärung auch irgendwie mit einem eigenen Zusatz noch sehen, dass wir es nicht vergessen, weil das ja etwas anders ist von der anderen Sache. Gut. Dann vielen Dank fürs Kommen und schönen Tag. So, dann kommen wir Nummer 16. Das ist die Europäische Partei Liebe, Kurzbezeichnung Liebe. Ist einer der Vertreter da, das ist Herr Kusmin und Herr Sujev Liebe, Moment, wo ich gucke. Ja, Herr Dimitri Kusjev und Frau Sujev Helene, ja? Ja, guten Tag. Sujev Helene von Europäischer Partei Liebe und Dimitri Kusmin anwesend. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da sind. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige erfüllt sind. Die Liebe wurde am 27.01.2018 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen nicht einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurz betreten Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Zum Umfang und Festigkeit der Organisation. Die Vereinigung hat angegeben, dass sie bislang nur einen Bundesverband ohne weitere Untergliederung verfügt. Die Vereinigung wurde am 10.09.2018 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung hat sie im Dezember 2020 angezeigt. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut Angabe der Vereinigung derzeit 53. Nachweise dazu hat sie nicht eingereicht. Hinsichtlich des Hervorstehens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung 2018 an der Europawahl und nach eigener Angabe an der Kommunalwahl der Stadt Bergheim teilgenommen. Dort zeigen wir sie mit einer Mandatsträger im Rat vertreten. Zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit hat die Vereinigung erklärt, dass bisher etwa 1,2 Millionen Personenwerbeklitz und andere Werbeprodukte der Vereinigung in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram diese Produkte gesehen hätten. Im Übrigen hat die Vereinigung auf ihren Wahlkampfaktivitäten zur Europawahl 2019 und zur Kommunalwahl 2020 verwiesen. 2019 habe es vielseitige Auftritte der Bewerber und Vorstandsmitglieder in bundesweiten Fernseh- und Radiosendungen gegeben. Es seien Druckerzeugnisse in einer Auflage von mehr als 200.000 Exemplare in Umlauf gebracht worden. Es seien mehr als 200 öffentliche Treffen und Kundgebungen durchgeführt. 2020 seien mehr als 40 öffentliche Treffen und Kundgebungen in der Stadt Bergheim durchgeführt worden. Es seien Werbeerzeugnisse von mehr als 130.000 Exemplare in Umlauf gebracht worden. Das Wahlprogramm sei in der Zeitung Werbepost Bergheim veröffentlicht worden. Die Vereinigung hat ausschließlich Nachweise zu Werbeaktivitäten zur Kommunalwahl in der Stadt Bergheim übersandt, darunter unter anderem Briefumschläge, zwei Anschreiben an die Einwohner, Einwohnerinnen der Stadt, sowie eine Werbeanzeige in der Zeitung Werbepost. Außerdem hat sie eine Kooperationsvereinbarung der CDU-Fraktion und der Mandatsträgerinnen der Liebe im Rat der Stadt Bergheim übersandt. Zu Ihrem Vortreten zur Bundestagswahl 2021 hat die Vereinigung keine Angaben gemacht. Wünschen Sie jetzt ergänzende Angaben zu machen? Entschuldigung, ich muss nachfragen. Haben Sie jetzt Fragen wegen Mitglieder, Anzahl oder? Ich habe jetzt den Sachverhalt versucht, wiederzugeben. Haben Sie ergänzende Fragen dazu, Anmerkungen dazu, die Sie uns machen wollen? Nein. Gut. Dann die Beisitzer. Haben Sie Fragen? Ja, Herr Brenner. Ich hätte eine Nachfrage. Aus den Unterlagen geht ja vor allem hervor, dass Sie sich in Bergheim politisch aktiv gezeigt haben. Das reicht mir, ehrlich gesagt, für eine Parteitätigkeit vielleicht noch nicht so ganz aus, wenn Sie eher so als Lokalpartei agieren. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen was dazu erläutern. Und was ich auch noch nachfragen wollte, wie können Sie mit 53 Mitgliedern den Anspruch erheben, an der politischen Willensbildung des Volkes teilzunehmen? Das scheint mir doch ein bisschen gering, um da jetzt als Partei tatsächlich Einfluss nehmen zu können, vielleicht, dass Sie da auch noch mal einige erläuternde Worte uns geben können. Ja, da wir noch recht junge Partei sind, haben wir dementsprechend auch nur 53 Mitglieder momentan und 115 sind in Anfrage, weil durch Corona-Pandemie können wir nicht solche Veranstaltungen oder Treffen oder Versammlungen durchgeführt haben. Ja, dass wir nur in Bergheim politisch aktiv sind, das ist auch Geldfrage, weil so junge Partei, da wird ja nicht von Stadt oder sonstigen politischen Mittel oder Budgets sponziert. Deswegen ist das momentan halt im BHK nur bei Kommunalwahlen, haben wir teilgenommen. Ansonsten werden auch in andere... Ich hätte auch noch eine ergänzende Frage. Können Sie, Sie haben 53 Mitglieder, können Sie uns da irgendwie einen Nachweis geben, dass Sie 53 Mitglieder tatsächlich haben? Haben Sie mich verstanden? Gibt es irgendwie einen Nachweis, wie viele Mitglieder Sie tatsächlich haben? Gibt es eine Mitgliederliste, die Sie vielleicht dabei haben, uns zeigen können? Ja, wir haben Nachweis natürlich, also wir haben Bewerbungen von diesen Mitgliedern da und auch, wo wir bei Kommunalwahlen teilgenommen haben, da haben wir auch in 22 Bezirken unsere Mitglieder. Haben Sie eine Mitgliederliste dabei, die Sie uns mal zeigen könnten? Jetzt dabei haben wir nicht, aber auf jeden Fall, wir können das beweisen und nachreichen, wenn Sie das brauchen. Also, wie gesagt, wir haben jede Menge Anfragen noch stehen, die in unserer Partei beitreten möchten und Nachweise haben wir auch hundertprozentig da von Mitgliedern und deren Bewerbungen und so weiter. Weitere Fragen, Herr Beisitzerinnen und Beisitzer? Herr Risse. Ein Hinweis für uns alle, 53 Mitglieder ist natürlich extrem wenig für eine Partei, die erfolgreich an der Bundestagswahl teilnehmen will. Das ist mir auch klar realistisch gesehen. Ich will uns aber daran erinnern, bei einer der vorhergehenden Wahlen hat das Bundesverfassungsgericht abweichend von unserer Entscheidung, Beides waren Mehrheitsentscheidungen, gesagt, bei einem Fall, wo eine Partei ungefähr 30 Mitglieder hatte, ja, das reicht doch schon. Na ja, ganz einig waren die sich auch nicht und wir waren uns auch nicht ganz einig, aber da scheint es so für das Bundesverfassungsgericht so ein Grenzbereich zu sein. Ja, aber vielleicht ergänzend, die Partei hat es dann hinterher nicht geschafft, die entsprechende Anzahl von Unterstützungsunterschriften beizubringen, was letztendlich dann wieder die Auffassung des Bundeswahlausschusses bestätigt hat. Also das nur als kleine Ergänzung, Herr Dr. Risse. Das stimmt. Aber dürfte ich noch eine weitere Frage stellen? In der Anlage, Moment 5, das ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der CDU-Fraktion und Ihnen, Frau Susoyev, da wird geschrieben, dass Sie der CDU-Fraktion Ihre volle Unterstützung zusagen und Sie in der Regel den Beschlussvorschlägen der CDU-Fraktion zustimmen. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen der eigenständige Charakter Ihrer Partei, wenn Sie sich so bedingungslos den Vorschlägen der CDU anschließen wollen. Vielleicht können Sie uns das auch noch mal ein bisschen erläutern. Also wir haben in Bergheim Kooperation nicht nur mit CDU, das ist CDU, SPD, FDP und die Liebe. Ja, ich bin da als Stadträtin. Alleine von unserer Partei und entscheidend ist Mehrheit und ja, also, was soll ich dazu sagen? Wenn wir gleiche Meinung in irgendwelche Fragen sind, dann stimmen wir auch zu. Das ist ja in Ordnung, aber wenn Sie das so pauschal von vornherein der CDU-Fraktion zusagen, dann lässt es doch ein bisschen wenig politische Eigenständigkeit erkennen. Ich möchte noch vielleicht zwei weitere Aspekte einwerden. Also erstens glaube ich, wir müssen die Pandemiebedingungen irgendwie mit betrachten. Bei Mitgliedern, das ist einfach für kleinere Parteien einfach schwer. Ich kann das aber jetzt nicht an der Zahl anwenden. Auf der anderen Seite muss ich das Gründungsdatum der Partei jetzt auch mal sagen, das sind ja auch schon ein paar Jahre. Das ist ja jetzt nicht gerade, die haben sich nicht gerade zu der letzten Partei, zu den letzten Wahlen gegründet, sondern die sind seit 2018 im Geschäft und seitdem nur 53 Mitglieder. Also das würde ich einfach als Argumente, ich will jetzt noch kein Votum, aber das würde ich gerne aus meiner Sicht noch als Abwägungsargumente einbringen. Jetzt weiter Herr Geil. Ja, in Ergänzung von dem, was Sie gerade gesagt haben und von Herrn Risse, es war tatsächlich damals meiner Erinnerung nach eine Partei, die erst ein oder zwei Jahre unterwegs war. Allerdings müssen wir, das möchte ich auch unterstützen, hier die Pandemiebedingungen bedenken. Ich meine, die letzten anderthalb Jahre sind schon weitgehend für Mitgliederwerbung ausgefallen und für Öffentlichkeitsarbeit. Insofern, gut und wahr, was die enge Kooperation mit der CDU betrifft, das ist schon ein Problem, aber ich glaube, keins, das uns hier wirklich beschäftigen sollte. Also ich meine, meine Meinung ist, unter diesen besonderen Bedingungen müssten wir in dubio pro Partei, Partei gibt es, glaube ich, nicht, jedenfalls solche nicht. Also ich habe das mit der Zusammenarbeit eigentlich auch eher gesehen, die wollen sein, wir sind im politischen Geschäft im Bergheim drin. Ich habe das jetzt nicht als Aufgabe der Eigenständigkeit gesehen, ein bisschen vielleicht nicht so ganz geschickt formuliert, aber ich habe es jetzt auch nach dem Sachvortrag der Partei noch mal gesehen, das ist eher, wir sind in der Region, aber da sind wir jetzt gut vernetzt und arbeiten politisch mit den Partnern. Ich habe es nicht als Verlust der Eigenständigkeit jetzt gesehen. Jetzt waren noch einige Wochen, Herr Brenner. Ich bin ja mit dem einverstanden, was Sie gerade gesagt haben, Herr Geil. Nur, was mir ein bisschen fehlt, ist die überregionale Ausrichtung. Also es ist doch eine sehr deutliche Konzentration auf Bergheim erkennbar und das macht für mich eben den Eindruck eher einer Lokalpartei. Bei dem anderen Argument Corona und so bin ich auf Ihrer Seite. Vielleicht noch eins, immerhin die Teilnahme an der Europawahl nicht. Das sind zwar jetzt keine berauschenden Ergebnisse, aber immerhin. Gut. Ja. Also wie gesagt, von diesen drei Jahren oder vierten Jahr, was die Partei existiert, sind wir jetzt, hoffentlich werden wir schon drittes Mal bei den Wahlen dabei sein. Und die Sache dazu, ich habe, glaube ich, also hier höre ich auch ganz schlecht akustisch, aber Sie haben gesagt, wir haben noch Unterstützungsunterschriften zu Bundestagwahlen nicht vorgelegt. Hat jemand, glaube ich, von Ihnen gesagt? Ja, Herr, Entschuldigung. Also ich wollte noch mitteilen, dass wir die Unterstützungsunterschriften für Bundestagwahlen schon vorgelegt haben, teilweise für den Wahlkreis. Um die Landesliste warten wir auf Bearbeitung von Wahlbüros. Also die Unterschriften sind vollständig gesammelt. Und da warten wir nur, dass die zurück zu uns kommen. Dann können wir die Landeswahlleiter vorlegen. Okay. Keine weiteren Fragen. Dann mache ich mal meinen Vorschlag. Ich schlage vor, die Liebe als Partei im Sinne von Paragraf 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer würde dem folgen? Das ist mit einer Enthaltung oder nein? Mit einer. Moment, jetzt müssen wir eben die Buchführung hier machen. Dann kommt es zum Ergebnis. Die Europäische Partei Liebe, Kurzbezeichnung Liebe, wird als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere nach Angabe der Vereinigung derzeit über 53 Mitglieder und weitere Anträge auf Mitgliedschaft verfügt, Teilnahme an der Europawahl 2019 sowie ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit eingereicht hat und damit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 erfüllt. Gut, damit haben wir das. Ich will noch mal zur Klarstellung sagen. Je häufiger Sie sich beteiligen, umso mehr müssen natürlich die Mitgliedszahlen steigen. Und es müssen auch mal nachgewiesen werden durch Sachen, welche Mitglieder da sind. Das ist jetzt sozusagen der Bonus des Jung-Dabei-Seins. Vielen lieben Dank an allen. Dann kommen wir zu Nummer 17. Bündnis C, Christen für Deutschland. Kurzbezeichnung Bündnis C. Ist ein Vertreter, das müsste Frau Karin Heppen sein, wenn meine Frau Heppen, herzlich willkommen. Das Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß Paragraf 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 lässt sich Folgendes feststellen. Die Bündnis C wurde am 28.03.2015 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Nach eigener Angabe und der bei mir geführten Unterlagensammlung verführt die Vereinigung über acht Landesverbände, sowie darüber hinaus über neun Kreis- und Bezirksverbände. Die Vereinigung wurde am 21.12.2015 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung ist im Dezember 2020 angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut nicht näher belegter Angabe die Vereinigung am 20. Dezember 2020 insgesamt 1.077. Hinsichtlich des Vortritts in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung 2015 an der Bundestagswahl 2017, der Europawahl 2019, sowie an fünf Landtagswahlen teilgenommen, zuletzt 2021 in Baden-Württemberg. Sie hat außerdem angegeben, in der Vergangenheit an mehreren Kommunalwahlen teilgenommen zu haben, zuletzt 2020 in Nordrhein-Westfalen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung unter anderem angegeben, öffentliche Veranstaltungen im Rahmen von Wahlkämpfen, Podiumsdiskussionen, Infostände, Medieninterviews, Anzeige in Medien, Plakatwerken, Verteilung von Postwurfsendungen, Newsletter zu aktuellen politischen Themen und Aktivitäten der Vereinigung, sowie dem Internetauftrag der Vereinigung und Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Als Nachweise hat sie eingereicht, links auf ihrer Internetseite und Screenshot der Seite, Belädexemplare von Fahlblättern und eines Handzettels, sowie der quartalsweise erscheinenden Parteizeitung. Wünschen Sie, Frau Heppen, noch was zu ergänzen? Korrekt. Dann komme ich, die Beisitzer. Eine Frage, Nachfrage? Das ist nicht der... War keine Handzeige. Dann komme ich, schlage vor, die Bündnis C als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer würde meinem Votum folgen? Einheitlich. Vielen Dank. Frau Heppen, vielen Dank fürs Kommen. Und gute Heimreise. Dann kommen wir zu der laufenden Nummer 18. Das ist Allianz für Vielfalt und Mitbestimmung. Kurzbezeichnung Allianz Vielfalt. Ist ein Vertreter von Allianz und Vielfalt im Raum? Das ist nicht der Fall. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Die Allianz Vielfalt wurde am 14.07.2019 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nichtanreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen der erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Nach der bei mir geführten Unterlagensammlung verfügt die Vereinigung über Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mit Schreiben vom 16.04.2021 hat die Vereinigung mitgeteilt, dass der Landesvorstand Rheinland-Pfalz aktuell jedoch nur zwei Mitglieder habe. Aufgrund der Corona-Lage habe noch keine Nachwahl stattgefunden. Die Vereinigung wurde am 16.07.2020 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung ist von April diesen Jahres. Die Zahl der Mitglieder hat die Vereinigung, dazu hat sie keine Angaben gemacht. In Sicht des Vortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes zu festzustellen. Die Vereinigung hat bisher nicht an Bundestagswahlen oder Landtagswahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung keine Angaben gemacht. Ich gehe davon aus, keine Beisitzerin oder kein Beisitzer möchte eine Frage oder Anmerkung. Dann, ich schlage vor, die Allianzvielfalt nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer würde meinem Votum folgen? Einheitlich. Die Allianz für Vielfalt und Mitbestimmung, kurz bezeichnet Allianzvielfalt, wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere keine Angaben zur Zahl ihrer Mitglieder gemacht hat, die Zahl der Mitglieder nicht nachgewiesen hat und keine Angaben zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit gemacht hat. Rechtserhältnisbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlarganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie ein wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zum laufenden Nummer 19. Das ist die Unabhängige für bürgernahe Demokratie, kurz bezeichnet Unabhängig. Ist ein Vertreter dieser Partei der Vereinigung anwesend? Das ist nicht der Fall. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft lässt sich Folgendes sagen. Die Unabhängige wurde am 9.09.2002 gegründet. Mit Schreiben vom 23.06.2021 hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung zumindest für das Jahr 2014 fristgerecht einen Rechenschaftsbericht bei ihm eingereicht hat, der die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt. Die Vereinigung hat nach der Mitteilung des Deutschen Bundestages nicht gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Nach eigener Angabe verfügt die Vereinigung derzeit über sechs Landesverbände. Alle Landesverbände wurden im Laufe des Jahres 2021 gegründet. Die Vereinigung wurde am 28.12.2004 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung stammt von Mai diesen Jahres. Zum 31.05.2021 betrug die Zahl der Mitglieder und Angabe der Vereinigung 155. Ein Nachweis hierfür wurde nicht eingereicht. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2002 an den Europawahlen 2.04 und an vier Landtagswahlen teilgenommen. Zuletzt 2011 in Berlin. Außerdem hat sie sich an der Bundestagswahl 2.05 und 2017 beteiligt. In der Beteiligungsanzeige hat sie angegeben, auch bei Kommunalwahlen angetreten zu sein. In der Öffentlichkeit trete sie durch Werbung für ihre Kandidatenaufstellung, durch Webseiten und durch Gruppen in sozialen Medien in Erscheinung. Außerdem organisiere sie Informationsveranstaltungen und erstelle Flyer. Diese würden derzeit überwiegend durchgeführt. Gemeinsam mit anderen Parteien erarbeitet sie darüber hinaus Petitionen. Zudem habe sie ihre Internetseite aktuell überarbeitet. Als Nachweis hat sie Fotos von Werbematerial und Infoständen eingereicht, sowie einen Link zu einer Online-Petition angegeben. Wünscht einer der Beisitzer dazu das Wort? Ich schlage vor, die Unabhängige als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, wer diesem Votum folgen würde. Das ist einheitlich. Dann das Ergebnis. Die Unabhängige für bürgernahe Demokratie, Kurzbezeichnung Unabhängig, wird als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch sechs kürzlich gegründete Landesverbände, 150 Mitglieder, teilnah aber an den Bundestagswahlen 2.5 und 2.17 der Europawahl 2.4 zu mehreren Landtagswahlen und insbesondere ihr Hervortreten in der Öffentlichkeit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 erfüllt hat. Wir kommen zur laufenden Nummer 20. Das ist die anarchische Pogo-Partei Deutschlands. Anarchistische, Entschuldigung, war nicht Absicht. Pogo-Partei Deutschlands, APPD. Sie müssen jetzt Ihren Namen bitte nennen, dass ich Sie mit Namen anreden kann. Ich bin der Herr Reiter und bin der Bundesvorsitzende. Der Herr Reiter. Genau. Ich bin der Herr Steinhäuser und pass auf den Namen auf. Ich bin der Präsident des Schiedsgerichts. Ich komme zum Ergebnis der Vorprüfung. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz nicht erfüllt sind, da die Beteiligungsanzeige über das Internetkontaktformular und damit nicht im Original eingereicht wurde. Die Beteiligungsanzeige war daher auch nicht handschriftlich von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes unterschrieben, unterzeichnet. Ich kann Sie schlecht verstehen. Können Sie das Mikrofon anschauen, dass der rote Button da an ist? Drücke ich eigentlich drauf. Ich habe das unterschrieben. Einmal online habe ich es weggeschickt und einmal habe ich es in Handschrift losgeschickt. Ich habe da alles fristgerecht eingelegt. Das ist bei uns nicht angekommen. Wir haben nur die Online-Sache. Können wir bitte nochmal checken, ob das eingegangen ist? Wir prüfen das nochmal, aber wir hatten es in der Vorprüfung. Wir haben das nicht. Haben Sie irgendeinen Nachweis, wo Sie uns das nachweisen können? Herr Reiter von 88 Vereinigungen ist das alles eingegangen. Und wir haben Ihnen das am 7. Februar auch nochmal gesagt, 7. Februar diesen Jahres, dass diese Online-Einreichung nicht ausreicht. Ja, das habe ich alles gelesen. Und dann hat es auch gelesen, es braucht nochmal einen Rechenschaftsbericht. Und genau da habe ich den ganzen Scheiß nochmal einen reingeschrieben. Letztendlich habe ich es zweimal weggeschickt, weil einen Rechenschaftsbericht habt ihr auch gekriegt. Das sind ja zwei unterschiedlichen. Der Rechtschachtbericht liegt auch nicht vor, aber es sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Das kann man gar nicht sagen. Für was schicke ich denn eine Scheiß Post aus, wenn nichts ankommt? Gut. Wir haben es nochmal gecheckt. Es ist nichts bei uns eingegangen. Gut. Noch Fragen der Beisitzer? Wollen Sie noch etwas zum Schluss sagen? Herr Reiter? Also ich? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe als fristgerechter eingereicht und wenn da nichts zurückkommt, das tut mir echt leid. Aber ich habe mir an die Fristen gehalten. Also was soll ich jetzt noch machen? Deswegen bin ich eigentlich jetzt da, um das eben zu klären. Gut. Okay. Ich schlage vor, die APPD nicht als Partei im Sinne von Paragraf 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Wer würde meinem Votum folgen? Ist das eigentlich ernst, eine Partei, die was 53 Mitglieder hat, die darf das schon irgendwie antreten und wir mit unserer 8000 Mitglieder, nur weil die Scheiß Post in die Uhr käme, ist das eigentlich scheiß Ernst oder was? So, wir kommen weiter zu Nummer 21. Was war es? Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ja, ja, Sie kriegen noch eine Begründung. Gut, dass Sie mich noch ein Stück aufgehalten haben. Das hätte ich jetzt also. Also, danke. Die anarchistische Pogopartei Deutschland, Kurzbezeichnung APPD, wird nicht als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die formellen Voraussetzungen nicht erfüllt, da die Beteiligungsanzeige nicht im Original eingegangen ist und nicht von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes unterzeichnet war. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von dem Wahlorgan bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. So, jetzt machen wir doch Nummer 21, bitte. Und für den Scheißer wird es nüchtern bleiben müssen. Danke dafür, danke für nichts. Ihr kriegt euren Scheißzettel innerhalb von vier Tagen. Servus und Feckheil. Okay, gut. Wir machen jetzt eine Pause, weil wir die nächsten Kollegen, die nächsten Vereinigungsmitglieder kommen. Gut. Also wir machen jetzt eine Pause bis 1 Uhr, dann geht es wieder weiter, weil dann der nächste Schwung geladen ist. Ja? Du warst schon durch mit der ersten Frage. Ja. Also ich habe mir das jetzt geschickt. Ja. Gut. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. der Corona-Pandemie durch hunderte offene Treffen, Demonstrationsteilnahmen und Versammlungen öffentlich hervorgetreten sei. Seit dem Lockdown hätten alle Treffen online stattgefunden. Außerdem sei die Vereinigung auf den gängigen Internetplattformen aktiv. Darüber hinaus hätte sie bei den meisten der vergangenen Wahlen Wahlplakate aufgehangen. Als Nachweis hat sie Fotos von Infostellen, Werbematerial und Mitgliedern beim Verteilen von Handzetteln zugesandt. Außerdem hat sie mir das Video eines Redebeitrags auf einer Demonstration sowie links auf ihre Kanäle in sozialen Netzwerken übersandt. Frau Krause, ist da noch was anzuführen? Können Sie das Mikro bitte? Inzwischen sind wir 1920 Mitglieder, ansonsten ist alles korrekt. Das nehmen wir gerne auf. 1920. Ich hoffe, das haben Sie heute Morgen auch noch mal nachgezählt, damit die Zahl korrekt ist. Also, jetzt kommt der Vorschlag von mir. Wenn die Beisitzer und Beisitzerinnen keine Fragen hätten. Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die Humanisten als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzukennen. Wer schließt sich meinem Votum an? Das ist einvernehmlich. Dann kommt die Entscheidung. Die Partei der Humanisten, Kurzbezeichnung die Humanisten, wird als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch Landesverbände in fast allen Ländern nach Angaben der Vereinigung 1.920 Mitglieder und Mitgliederinnen hat, durch die Teilnahme an der Bundestagswahl 2017, an der Europawahl 2019 sowie mehreren Landtagswahlen und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit vorgelegt hat, sind die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß §2 Parteiengesetz erfüllt. Frau Krause, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und Dabeisein. Dann kommen wir zur Nummer 22. Das ist die SLAM-Gruppe. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig ausgesprochen. Da müsste Herr Schmitt und Herr Günther da sein. Oder Frau Schmitt, Herr Günther oder Herr Schmitt? Keiner da? Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 nicht erfüllt sind, da die Beteiligungsanzeige nicht von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes unterzeichnet waren. Die Beteiligungsanzeige ist nur von einer Person unterschrieben worden. Es wurde kein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes eingereicht. Zudem war die Beteiligungsanzeige weder einer Satzung noch am Programm beigefügt. Wünscht einer der Beisitzerinnen und Beisitzer das Wort dazu? Dann komme ich zu meinem Votum. Ich schlage vor, die SLAM-Gruppe nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 anzuerkennen. Wer schließt sich meiner Meinung an? Einvernehmlich. Die SLAM-Gruppe wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die formellen Voraussetzungen des §18 Absatz 2 sind nicht erfüllt, da die Beteiligungsanzeige nur von einer Person unterschrieben wurde, kein Nachweis für die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes geführt werden, weder eine Satzung noch ein Programm der Beteiligungsanzeige beigefügt war. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tage ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur laufenden Nummer 23. Das ist die Basisdemokratische Partei Deutschland, Kurzbezeichnung Die Basis. Ist jemand, von der die Basis da? Das sind Herr Hacker und Herr Rödel. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes festhalten. Die Basis wurde am 4.7.2020 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurz bestehenden Vereinigungen ausgeschlossen. Die Vereinigung hat angegeben, dass sie in allen 16 Ländern über Landesverbände verfügt. Die Vereinigung wurde am 6.01.2021 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung ist vom Februar 2021 diesen Jahres. Die Zahl der Mitglieder betrug nach Angabe in der Beteiligungsanzeige am 11. Februar 6.577 Mitglieder. Nach der eingereichten Broschüre belief sich die Mitgliederzahl zum 13. 25. 21 bereits auf 17. 771 Mitglieder. Die Vereinigung hat zum Nachweis eine anwaltliche Bestätigung eingereicht, nach der die Mitgliederzahl am 2. Juni 2021 19.594 betrug. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Trotz ihres erst kurzem Bestehens hat die Vereinigung in diesem Jahr bereits an den Landtagswahlen Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt teilgenommen. In der Öffentlichkeit sei die Vereinigung durch Wahlwerbung in Baden-Württemberg LED-Werbewände in Berlin sowie diverse Druckwerke in Erscheinung getreten. Die Vereinigung hat mehrere Handzettel und Faltblätter so weiteres Werbematerial eingereicht. Außerdem hat sie eine umfangreiche Broschüre vorgelegt. Darin ist das Hervortreten der Vereinigung in der Öffentlichkeit, unter anderem zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt, mit zahlreichen Bildern dargestellt. Herr Acker und Herr Rödel, wünschen Sie das Wort zu dem Sachverhalt? Ganz kurz, ich würde gerne die aktuellen Zahlen von den Mitgliedern noch mal korrigieren. Wir wachsen ständig. Wir haben Stand gestern 22.800 Mitglieder. Können Sie die Zahl uns irgendwie nachweisen? Anwaltschaftlich. Ich schlage vor, die Basis als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer ist dafür? Gut, einvernehmlich. Dann kommt die Entscheidung. Die Basis demokratisch bei Deutschland, Kurzbezeichnung, die Basis wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch Landesverbände in allen Ländern mit zahlreichen Untergliederungen, mehr als 22.800 Mitglieder und Mitgliederinnen hat, Teilnahme an zwei Landtagswahlen in 2021 und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit vorgelegt hat. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 sind damit erfüllt. Vielen Dank. Bis kommen. Jetzt kommen wir zur laufenden Nummer 24. Das ist die Deutsche Friedensunion. Ist ein Vertreter der Deutschen Friedensunion anwesend? Das ist nicht der Fall. Kommt zum Ergebnis der Vorprüfung. Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt. Im Hinblick auf die Parteieneingeschafft gemäß § 2 lässt sich Folgendes festhalten. Im Mängelbeseitigungsverfahren konnte nicht abschließend geklärt werden, wann die DVU gegründet wurde. Die Vereinigung hat widersprüchliche Angaben gemacht und kein als solches eindeutig erkennbares Gründungsprotokoll vorgelegt. Als Gründungsdaten wurden unter anderem der 13.02.1999, der 13.02.2020 dargelegt. Für den Parteitag am 13.02.2020 hat die Vereinigung ein handschriftlich unterzeichnetes Protokoll eingereicht, aus dem sich ergibt, dass sich an diesem Tag die bereits existierende Vereinigung Friedensunion Europa 2004 in Deutsche Friedensunion umbenannt hat. An anderer Stelle ist angegeben, dass sich bereits am 13.02.2004 die Deutsche Friedensunion mit einer Vereinigung mit dem Namen VEAFUFVS 2021 vereinigt und eine Satzung beschlossen habe. Auswärtig des Protokolls des Parteitages vom 13.02.2020 wurde eine Satzung verabschiedet, ein Programm beschlossen und eine Vorstandswahl durchgeführt. Auch in einem Aufruf der Vereinigung an mögliche Unterstützer heißt es, die Vereinigung sei am 13.02.2020 neu gegründet worden. An dieser Stelle halte ich fest, dass ich keine Teilnahme einer Partei mit dem Namen Deutsche Friedensunion oder Friedensunion Europa 2004 an der Bundes- oder Landtagswahl feststellen konnte. Selbst wenn die Vereinigung im Jahr 2004 oder 1999 gegründet sein sollte, hätte sie ihre Rechtsstellung als Partei bereits wegen Nicht-Teilnahme an Wahlen verloren und wäre daher nicht mehr rechenschaftspflichtig, sodass sie nicht nach § 2 Absatz 2 Parteiengesetz wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten von der Wahlteilnahme ausgeschlossen ist. Umfang und Festigkeit der Organisation. Auch zur Zahl ihrer Gebietsverbände hat die Vereinigung keine eindeutigen Angaben gemacht. Zum einen hat sie erklärt, es bestünden drei Gebietsverbände. Andererseits hat sie mitgeteilt, dass über fünf Landesverbände zu verfügen. Sowie über zehn Gebietsverbände auf Kreisortsebene als Untergliederung des Landesverbandes Sachsen. Ein Antrag auf Aufnahme in die Unterlagensammlung hat die DFU nicht gestellt. Die Zahl der Mitglieder hat die Vereinigung, soweit ich das aus der Vielzahl der eingereichten Unterlagen entnehmen kann, keine Angaben gemacht. Im Protokoll des Parteitages am 13.02.20 sind bei Abstimmungen bis zu 35 Ja- und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen angegeben. Hinsichtlich des Ervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat zahlreiche Angaben zur angeblichen Wahlteilnahme gemacht, darunter unter anderem an verschiedenen Kommunalwahlen 94, 99, 2019, an der Bundestagswahl 2009 und 2017 sowie an der Landtagswahl in Sachsen 2014 und 2019. Jedoch hat weder an den Bundestagswahlen 2009 und 2017 noch an den Landtagswahlen in Sachsen 2014 und 2019 eine Vereinigung mit dem Namen Deutsche Friedensunion oder Friedensunion Europa 2004 teilgenommen. Soweit ich ermitteln konnte, nahm der Vorsitzende der DVU lediglich als Einzelbewerbe auf dem Vorschlag einer Wählergruppe 1999 an der Stadtratwahl in Dresden sowie an der Landtagswahl in Sachsen im Jahre 2014 teil. Ich komme dazu im Ergebnis, dass nach meinen Erkenntnissen der DVU mindestens rückwirkend bis zum Jahr 2000 keine Teilnahme an einer Bundestagswahl oder Landtagswahl zurechenbar ist. Zu ihrer Öffentlichkeit hat die Vereinigung unter anderem angegeben, Organisation von Radfernfahrten, Organisation von Friedensläufen in Dresden, Treffen von einer Delegation aus der Partnerschaft Coventry am 13.02.2020. Nachgewiesen durch ein Foto. Als Nachweis hat sie außerdem eingereicht, eine Einleitung der Vereinigung zu einem Treffen mit dem Wahlkreiskandidaten. Auszug eines bebilderten Medienberichtes zum Dresdner Friedenslauf 2003. Diverse Schreiben, Karten, Einleitungen und wie sonstiges Material zur Organisation von Radfernfahrten und Friedensläufen. Ich sage noch mal, ist ein Vertreter der Friedensunion hier im Raum? Fragen oder Anmerkungen von den Beisitzerinnen und Beisitzern? Dann kommt mein Vorschlag. Ich schlage vor, die DFU nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen, wer dem Votum folgt. Entscheidung. Die Deutsche Friedensunion, Kurzbezeichnung DFU, wird nicht als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere bei Gründung 99 oder 2004 die Rechtsstellung als Partei verloren hat, da sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Keine, mindestens nur 35 Mitarbeiter, Mitglieder seit dieser Zeit hat und diese auch nicht nachgewiesen hat, in der Öffentlichkeit kaum, im Übrigen nur regional hervorgetreten ist und keine ausreichenden Nachweise zu ihrem weiteren Hervortreten in der Öffentlichkeit gemacht hat. Rechtsverhältnisbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung bingen vier Tage ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lenkt es bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl, wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur laufenden Nummer 25. Das ist Woll Deutschland. Ist ein Vertreter der Partei anwesend? Das müsste Herr Lüdecke und Frau Friederike Schier sein. Lüdecke? Sie haben sich schon angemeldet. Keiner gekommen. Gut. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes sagen. Die Volt wurde am 03.03.2018 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Eintretens von Rechenschaftsberichten, Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des Erstkurzbestehenden der Vereinigung ausgeschlossen. Zum Umfang und Festigkeit der Organisation ist festzustellen, ausweislich der bei mir geführten Unterlagensammlung verfügt die Vereinigung über 16 Landesverbände und nach eigenen Angaben über zwei weitere Kreisverbände. Die Vereinigung wurde am 12.07.2018 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung ist vom Mai 2021. Die Zahl der Mitglieder betrug laut nicht näher belegten Angaben der Vereinigung am 1. März 2021 2386. Im letzten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 ist die Zahl der Mitglieder mit 1.444 angegeben. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat aufgrund ihres Erstkurzbestehenden noch nicht an Bundestagswahlen teilgenommen. Jedoch an der Europawahl 2019, so war sie an den Landtagswahlen in Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie hat außerdem angegeben, an den letzten Kommunalwahlen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg teilgenommen zu haben. Sie ist mit einem Sitz im Europäischen Parlament vertreten. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung angegeben, dass sie in den letzten Jahren unter anderem Kampagnen-Campagnen-Boost-Events mittels einmal im Monat öffentliche digitale Diskussionsveranstaltungen, öffentliche Expertengespräche, Podiumsdiskussionen, Infostände organisiert hat. Darüber hinaus hätten ihre Mitglieder an Demonstrationen teilgenommen, Flugblätter verteilt, mit mobilen Plakaten für die Vereinigung geworben und Haustürwahlkampf betrieben. Als Nachweis hat sie eine Veranstaltungsliste mit Fotos, Veranstaltungen, Screenshots ihrer Auftritte in sozialen Medien und ihrer Internet jeweils mit Zahlen zu Nutzer, Reichweite, Ausdrucke ihrer Wahlplakate und ein Medienspiegel mit Links sowie Kopieren von Medienberichten eingereicht. Wünscht einer der Beisitzerinnen und Beisitzer eine Fragefrage? Dann kommt das Votum. Ich schlage vor, die Volt als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer schließt sich meinem Votum an? Die Volt Deutschland, Kurzbezeichnung Volt, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt, da sie insbesondere durch 16 Landesverbände nach Angabe der Vereinigung 2386 Mitglieder Teilnahme an der Europawahl 2019 sowie mehr in Landtagswahlen 2020 und 2021 und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt hat. Wir kommen zur laufenden Nummer 26. Sustainable Union ist ein Vertreter der Vereinigung anwesend. Die Vorfolgung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige genäß § 18 Absatz 2 BWG nicht erfüllt sind, da die Beteiligungsanzeige nur per E-Mail und damit nicht im Original eingereicht wurde. Sie war daher auch nicht von drei Mitgliedern unterzeichnet. Außerdem waren die Anzeigen weder ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes, noch Satzung und Programm und auch keine Nachweise zu Parteitagsbeschlüssen und einer Satzung und ein Programm beigefügt. Ein Vot? Gibt einer der Beisitzer? Möchte eine Frage stellen dazu? Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die SU nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkennen. Wer schließt sich meinem Votum an? Einheitlich. Danke. Die SU wird nicht als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt. Die formellen Voraussetzungen des § 18 Absatz 2 sind nicht erfüllt, da die Beteiligungsanzeige nicht im Original eingegangen ist, die Beteiligungsanzeige nicht von drei Mitgliedern des Bundesvorstands unterzeichnet war, kein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstands geführt wurde und weder Satzung noch Programm eingereicht wurden. Rechtsverhältnisbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tage ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstes bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur laufenden Nummer 27. Das ist das Haus Deutschland DHD. Ist ein Vertreter dieser Vereinigung anwesend? Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige sind erfüllt. Zwar wurde einer der drei unterzeichneten Bereiche am 17. 3. 2018 zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz müssen Parteien ihren Vorstand in jedem zweiten Kalenderjahr wählen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende hätte danach also spätestens 2020 erneut bestellt werden müssen. Dieser Verstoß gegen das Parteiengesetz wirkt sich aber nicht auf die Gültigkeit der Beteiligungsanzeige aus. Um sicherzustellen, dass Parteien handlungsfähig bleiben und ihre Aufgaben auch noch erfüllen können. Wenn eine Neuwahl der Vorstandsmitglieder aufgrund der Beschränkung durch die Covid-19-Pandemie nicht rechtzeitig möglich ist, hat der Gesetzgeber das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkung der Covid-19-Pandemie am 27. März 2020 erlassen. Nach § 5 Absatz 1 und 4 Satz 1 des Gesetzes bleiben Vorstandsmitglieder von Parteien auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu ihrer Berufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Diese Vorschrift gilt für in den Jahren 2020 und 2021 ablaufende Bestellung von Parteivorständen. Aufgrund dieser Vorschrift blieb der stellvertretende Bundesvorsitzende auch im Jahr 2020 im Amt und konnte daher bei Einreichung der Beteiligungsanzeige am 12.03.2021 die politische Vereinigung wirksam vertreten. Zur Parteieneigenschaft lässt sich Folgendes festhalten. Die DHD wurde am 16.07.2017 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hat angegeben, den Ortsverband Erzgebirge sei der einzige handlungsfähige Gebietsverband. Weitere Gebietsverbände bestehen nicht. Die im Juli 2017 gegründete Vereinigung wurde ein Jahr nach ihrer Gründung am 21. Juni 2018 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung ist von Dezember des vergangenen Jahres. Die Zahl der Mitglieder betrug laut der von der Vereinigung angelegten Mitglieder am 7. März 1956. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes anzumerken. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung im Juli 2017 noch nicht an Wahlen teilgenommen. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung angegeben, dass sie eigene öffentliche Veranstaltung durchführen und an Veranstaltungen anderer Bewegungen teilnehmen. Darüber hinaus würde sie Flugblätter verteilen und sei auf verschiedenen Social-Media-Plattformen präsent, zum Beispiel durch wöchentliche Gespräche und dazu hat sie Belegexemplare von Faltblättern und Handzetteln, Bilder von Einladungen zur öffentlichen Versammlung, wie zum Beispiel eine wöchentliche Demonstration, außerdem Fotos vom Infostand und Demonstrationen in den Jahren 18 bis 20 eingesandt. Außerdem hat sie Bannerwerbung in sozialen Netzwerken eingereicht und Links zu ihren Kanälen auf Facebook und YouTube übersandt. Möchte ein Beisitzer dazu was und Beisitzerin was sagen? Herr Vorsitzender, hier wieder die Frage, die schon mehrfach aufgetaucht worden ist, reichen 56 Mitglieder aus, um eine Partei sein zu können? Die Aktivitäten sind ja untermauert, aber trotzdem die Frage, kann ich mit 56 Mitgliedern an der politischen Willensbildung des Volkes wirksam mitarbeiten. Aber es ist leider ein Vertreter der Partei da, der uns das vielleicht näher erläutern könnte. Ja, das finde ich in dem Fall auch besonders schade, weil wir haben jetzt noch ein Jahr mehr Eigenschaft und wir haben halt keine Teilnahme an Wahlen und dann kommt ja offenbar noch dazu, dass es nur im Erzgebirge ist, glaube ich, wenn meine geografischen Erkenntnisse nicht trügen, nur ein Teil des Landes Sachsen. Die andere war Bergheim, die Metropole des Rheinlandes. Da ist auch was drin. Ja, also ich finde, es ist wieder ein Grenzfall und ist noch mehr auf der anderen Seite. Kann man uns vielleicht noch? Die Zahl ist ja, also wir haben die gleiche Mitgliederzahl. Ein Jahr Unterschied. Regionale Begrenztheit haben wir in beiden. Muss man, glaube ich, anerkennen. Also es ist kein Unterschied. Und jetzt müssen wir das Ja bewerten. Sie gucken immer auf mein Voto. Ich glaube, ein Unterschied ist, wir hatten zwei Vertreter hier. Darf man das bewerten, ob man persönlich anwesend ist oder nicht? Ich glaube nicht. Dann finde ich nicht. So dass wir das Ja. Nein, nein, nein. Ich versuche nur Unterschiede in der Sache. Herr Lange. Bei der anderen Partei hatte er immerhin ein kommunalpolitisches Mandat errungen. Und ich glaube auch eine Teilnahme an der Europawahl. War das nicht auch noch dabei? Richtig. Da sind doch schon ein bisschen Unterschiede. Gut. Dann kommt mein Votum. Ich würde vorschlagen, ich schlage vor, die DHD nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Wer würde sich diesem Votum anschließen? Die Das Haus Deutschland, Kurzbezeichnung, DHD, wird nicht als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft genieß § 2 sind nicht erfüllt. Da die Vereinigung insbesondere nur einen Ortsverband hat und unter Berücksichtigung des Bestehens der Vereinigung seit dem Jahr 2017 ein weiterer Ausbau von Parteikrustoren nicht erkannt ist, an Wahlen noch nicht teilgenommen hat und bisher in der Öffentlichkeit kaum, im Übrigen nur regional, hervortritt. Gegen diese Rechtsbehelfbelehrung, gegen diese Feststellung kann die Vereinigung wegen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur laufenden Nummer 28. Das ist die Menschenrechte 100 pro. Ist ein Vertreter der Partei anwesend? Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß 18 Absatz 2 sind erfüllt. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes feststellen. Die Menschenrechte 100 pro wurde am 30. 29. 2019 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung der Partei wegen des Nicht-Eintretens von Rechenschaftsberichten, Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung verfügt bisher nicht über Landesverbände. Die Vereinigung wurde am 13. Februar in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die Vereinigung hat laut eingerichteten Mitgliederliste derzeit zehn Mitglieder. Hinsichtlich des Vortritts in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Aufgrund ihres erst kurzen Bestehens hat die Vereinigung bislang nicht an Wahlen teilgenommen. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung angegeben, dass sie bislang weder Präsenzveranstaltungen noch virtuelle Versammlungen durchgeführt haben. Wahlwerbung werde durch das Verteilen von Flyern betrieben. Außerdem sei am Bürofenster Schriftwerbung vorhanden. Als Nachweis hat sie unter anderem eine Rechnung für die Bestellung von Faltblättern ein Belegexemplar eines Faltblattes sowie Screenshots der Internetseite und Visitenkarten eingereicht. Ich will einer der Beisitzerinnen und Beisitzer etwas anmerken. Das Votum. Ich schlage vor, die Menschenrechte 100 pro nicht als Partei im Sinne von 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Bitte Handzeichen, wer dem folgt. Die Menschenrechte 100 pro wird nicht als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere lediglich zehn Mitglieder zählt, an Wahlen noch nicht teilgenommen hat und bisher in der Öffentlichkeit kaum bis gar nicht hervortritt. Rechtsverhältnisbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 29. Undeutscher Verein. Ist ein Vertreter des Vereins oder der Vereinigung da? Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige nicht erfüllt sind. Zu der Satzung, die die Vereinigung mit der Beteiligungsanzeige eingereicht hat, wurde kein Nachweis über einen Parteitagsbeschluss vorgelegt. Nach dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 8. Mai 2021 hat die Vereinigung kläglich einen Beschluss über eine Satzung des Gebietsverbandes Berlin des undeutschen Vereins gefasst. Zu einem handelt es sich dabei aber allein um einen Beschluss zur Einrichtung eines Landesverbandes und nicht um einen Beschluss über die mit der Beteiligungsanzeige eingereichte Satzung. Zudem hat die Vereinigung zwar angegeben, dass sie eine Landespartei sei und sich ihr Tätigkeitsgebiet auf Berlin beschränke. Selbst wenn man daher die Existenz einer Satzung des Landesverbandes ausreichen lässt, ist aber festzustellen, dass der Beschluss der Mitgliederversammlung am 8. Mai 2021 ganz offensichtlich nicht den Mindestanforderungen des § 6 Absatz 2 Parteiengesetz an eine Satzung erfüllt. Es dürfte sich nach meiner Bewertung nicht um eine Satzung im Sinne des Parteiengesetzes, sondern um eine Nichtsatzung handeln. Dabei läge auch in diesem Fall kein Beschluss über eine Satzung im Sinne des § 6 Parteiengesetz vor. Nach § 18 Absatz 3 Bundeswahlgesetz können nach Ablauf der Anzeigepflicht, das war am Montag, den 21. Juni um 18 Uhr, nur noch Mängel an sich gültiger Anzeigen behoben werden. Aufgrund des Geboten der innerparteilichen Demokratie nach Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz ist gemäß § 9 Absatz 3 Parteiengesetz eine Legitimation der Satzung durch eine Beschlussfassung des Parteitages erforderlich. Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt sich folgern, dass die Beschlussfassung dem Bundeswahlausschuss in geeigneter Form nachgewiesen werden muss. Wenn das nicht der Fall ist, liege ein Mangel vor, der nur bis zum Ablauf der Anzeigepflicht, also dem 21.06.21.18 Uhr, behebbar sei. Werde diese Frist versäumt, sei die Teilnahme an der Wahl mit den besonderen Rechten einer Partei versperrt. Damit leidet die Beteiligungsanzeige nach meiner Bewertung an einem unheilbaren Mangel, der die Beteiligungsanzeige ungültig macht. Im Übrigen sind die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt. Unabhängig von den formellen Mangeln ist zur Parteieigenschaft Folgendes zu sagen. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass sie seit gut zehn Jahren existiere. Ein Gründungsprotokoll, das sie trotz Aufforderung nicht vorgelegt hat, so dass nicht geprüft werden konnte, ob diese Angaben zutreffend sind. Die Vereinigung hat bisher nicht an Bundestag oder Landtagswahlen teilgenommen. Nach § 2 Absatz 2 Parteiengesetz verliert eine Vereinigung die Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilnehmen. Geht man davon aus, dass die Vereinigung seit zehn Jahren besteht, so hätte sie vor vier Jahren die Parteieigenschaft wegen der Nichtteilnahme an Wahlen verloren. Damit wäre sie seit diesem Zeitpunkt keine Partei im Sinne des Parteiengesetzes mehr. Zur Festigkeit, zu den eingereichten Satzungen. Die Prüfung mit der Beteiligungsanzeige eingereichten Satzungen hat ergeben, dass diese ebenso wie die Satzung des Gebietsverbandes Berlin offenkundig nicht den Mindestanforderungen des Parteiengesetzes entspricht. Zwar ist die von § 6 geforderte Mindestinhalt nicht Voraussetzung für die Gültigkeit einer Beteiligungsanzeige. Der Bundeswahlausschuss kann aber bei der Prüfung der materiellen Parteieigenschaft berücksichtigen, ob eine Vereinigung nur über eine rudimentäre Satzung verfügt. Darüber hinaus hat die Vereinigung trotz ihres angeblich etwa zehnjährigen bestehend bislang keinen Antrag auf Aufnahme in die Unterlagensammlung gestellt. Zur Zahl der Mitglieder hat die Vereinigung keine Angaben gemacht. An Bundestags- oder Landtagswahlen hat die Vereinigung bisher ebenfalls nicht teilgenommen. In Bezug auf ihre Öffentlichkeit hat sie angegeben, dass sie durch Beiträge in Blogs und Medien und bei Privaten öffentlich hervorgetreten sei. Nachweise hat sie dazu nicht eingereicht. Wünscht einer der Beisitzerinnen und Beisitzer das Wort? Ich schlage vor, den undeutschen Verein nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer schließt sich meiner Meinung an? Nein, vernehme ich. Der undeutsche Verein wird nicht als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Die formellen Voraussetzungen des § 18 Absatz 2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung keinen geeigneten Nachweis über die Beschlussfassung der Satzung vorgelegt hat. Weiterhin sind die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere eine Satzung eingereicht hat, die offensichtlich nicht den Mindestanforderungen des Parteiengesetzes entspricht. Die Rechtsstellung als Partei verloren hat, da sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat, keine Angaben zur Zahl ihrer Mitglieder gemacht hat und keine Nachweise zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eingereicht hat. Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tage ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstes bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl, wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Wir kommen zur Nummer 30, laufende Nummer 30. Das ist die Natürlichen e.V. Und da müsste Herr Christian Kidalla, hat sich angemeldet. Ja, Herr Kidalla. Schön, dass Sie da sind. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß 18 Absatz 2 BWG erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich folgenden sagen. Die Natürlichen e.V. wurde am 19. 15. 2020 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hatte in ihrer Beteiligungsanzeige angegeben, noch über keine Landesverbände zu verfügen. Sie wurde im Juni 2021 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Sie hat laut eigener Angabe am 15.04.2021 insgesamt 994 Mitglieder. Zum Nachweis hat sie eine anwaltliche Bestätigung vom 13.04.2021 eingereicht, in der angegeben war, dass sie laut vorliegender Mitgliederliste 980 Mitglieder hat. Die Natürlichen e.V. hat bislang nicht an Wahlen teilgenommen. Sie hat angegeben, dass ihre Öffentlichkeitsarbeit bislang nur digital unter anderem über ihren Internetauftritt stattgefunden habe. Versammlung und Wahlwerbung seien ab dem zweiten Quartal 2021 geplant. Als Nachweis hat sie die Adresse ihrer Internetseite angegeben. Darüber hinaus hat sie ein Fallblatt und Plakate sowie Online-Anzeigen zur Online-Veranstaltung eingereicht, die in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt wurden. Herr Kedala, wollen Sie zu dem Sachverhalten noch etwas ergänzen? Ich muss mal nur was korrigieren. Ich bin Robert Franz, ich bin der Vorsitzende von der Partei. Sie haben gesagt, Sie können zwei kommen, aber auch ein Mikrofon. Ich bin der Vorsitzende von der Partei. Ihr Name wäre? Robert Franz. Franz. Okay, einer von Ihnen beiden. Wir haben ja nicht nur, wir haben auch Seminare gehabt. Ich selber halte im Jahr über 300 Seminare. Ich bin Unternehmer, 61, habe über 500.000 Kunden. Und bei jedem Seminar, ich war auch bei der Demo in Berlin, wir haben über 40.000 Parteiprogramme verteilt. Das ist die normalen Flyer für die Partei. Wir haben auch Online-Seminare gehalten. Ich beschäftige mich mit Naturheilung und so etwas. Es sind ein Haufen Menschen, die betroffen sind. Wir haben ja jetzt keine Zeit gehabt, alle Verbände zu gründen, aber Plakat ist hingedrückt und alles. Fragen von den Beisitzerinnen und Beisitzern? Jetzt haben Sie eine Demonstration. Hat denn irgendwie eine politische Willensbildung in einer eigenen Parteiversammlung oder Vereinigungsversammlung stattgefunden? Sie haben uns das geschrieben, dass im zweiten Quartal das losgeht. Können Sie da etwas zu sagen? Ja, es ist auch das Kongresszentrum gebucht in Würzburg und für Parteitag und alles. Und die Mitglieder. Ich glaube, Sie müssen noch mal auf den Knopf drücken. Jetzt ist es wieder nicht an. Sie müssen immer gucken, dass hier so ein rotes Lämpchen läuft. Es brennt, wahrscheinlich bin ich zu weit vom Mikrofon. Ich sage, wir halten jetzt auch ein Kongresszentrum, wo alle tausend Mitglieder, Parteisitzungen und alles. Und das auch für Würzburg haben wir gebucht, Stuttgart und Braunschweig. Haben wir Erlaubnis, um öffentlich zu sprechen? Ich bin ja öffentlich. Sie können sehen, es sind über 500.000 Menschen, die ich erreiche. Und ich habe auch Mitglieder von Österreich, von Polen, von der Schweiz, überall. Danke für die ergänzende Information, Frau Kassny. Können Sie mir erklären, wie sich Ihre unternehmerische Tätigkeit von Ihrer politischen Tätigkeit abgrenzen lässt? In dem Moment, wo die Partei bei den Wahlen ist, sieht der Herr Kidal an und er ist ja nicht Unternehmer so wie ich. Wir grenzen ab. Meine politische, meine unternehmerische Tätigkeit hat nichts mit Politik zu tun. In Politik ist separat. Meine Voraussetzungen hat nichts mit meinen Unternehmen zu tun. Und ich führe auch nicht die Partei, indem ich Mitglieder habe. Ich habe selber fast 500.000 Kunden selber. Aber ich grenze Politik von Unternehmen ab. Genau. Entschuldigung, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Deswegen nochmal die Nachfrage. Sie haben vorher erwähnt, dass Sie über 500 Seminare veranstalten. Das ist Ihre wirtschaftliche Tätigkeit, Ihre berufliche Tätigkeit. Aber was hat das jetzt mit der Partei zu tun? Natürliche Gesundheit im deutschen System auch reinbringe. Sie sind so jedes Mal bei jedem Vortrag, wenn ich habe, wird auch über die Partei gesagt und werden die Prospekte verteilt an die Mitglieder. Sie können Internet, Robert Franz eingeben, sind über 500.000 Seiten. Und die kennen mich vom Polizisten bis zum Piloten und alles. Ich habe auch noch eine Frage. Diese Mitgliederzahl, wie groß war die nochmal? Sie hat jetzt irgendwie mit 1.000 oder? Ja, 1.000, 1.000, genau. Und ich habe jetzt bloß hier, in den Akten haben Sie ja diverse Abstimmungen. Bei Mitgliederversammlungen, da werden immer 43 oder 37 gültige Stimmen erwähnt. Das haben wir jetzt kurz gemacht, bevor, das Ding wegen Mitglieder, weil das ist auch alles Briefwahl, genau. Und durch Pandemie, durch alles. Ich habe jetzt auch, die haben gesagt, wir können nur 190 Leute versammeln, wenn ich den Saal mitmitte und der Saal ist für 1.000 Menschen, nur 190 Leute. Aber das passt mir jetzt so nicht zusammen. Das habe doch eine Briefwahl über die Satzungsänderung stattgefunden. Am 15.06.2021. Und da waren es 43 Stimmen. Das kann doch nicht so gut möglich, das kann doch nicht an den Problemen mit Präsenzveranstaltungen liegen. Ja, aber kurzfristig war kein Problem mit den Mitgliedern wegen Pandemie und so. Weil die Mitglieder sind alle registriert und haben sich eingetragen. In den Unterlagen findet sich so ein Flyer, Robert Franz, Lösung für Corona. Und da wird für Vitamin D, D3 und K2 geworben und für ein Olivenblatt, Extrakt und Zink und Reservatrol. Das hat für mich jetzt eher was mit Naturheilkunde zu tun, aber weniger mit Partei im Sinne von Artikel 21 des Grundgesetzes. Also vielleicht, dass Sie uns noch mal erklären, diesen Unterschied zwischen Ihrer unternehmerischen Tätigkeit und Ihrer Betätigung als Politiker, beziehungsweise der Eigenschaft als Partei. Das ist uns, glaube ich, hier allen noch nicht so ganz klar. Ich habe zu den 23 Punkten, was ich in meinem Parteiprogramm habe, angefangen von natürlicher Gesundheit. 80 % der Deutschen haben diesen Vitamin D3-Mangel. Darum habe ich hier auch rein wegen natürlicher Gesundheit. Da geht es um Grundeinkommen, Meinungsfreiheit, Gleichheit bei Frauen. Die Frauen kriegen 30 % weniger Lohn. Sie sind 23, die haben auch da. Alles drauf. Den habe ich nur natürlicher Gesundheit reingenommen. Vorschlag zusätzlich zum normalen Gesundheitssystem. Und die Mängel der Menschen zeigt, was die Mängel haben. 80 % der Deutschen haben Sonnenmangel und 80 % haben Vitamin B12-Mangel. Es ist Wissenschaft erwiesen. Da kann ich in meinem Parteiprogramm das bringen. Hat aber nichts mit meinem Unternehmen zu tun. Ja, zunächst mal danke für Ihre Ausführung. Aber ich muss noch mal auf den Punkt zurückkommen. Und zwar bezüglich der Satzungsänderung. Sie sagen, nur 43 Personen haben von 1.000 teilgenommen. Sie begründen das mit der Pandemie. Aber meines Erachtens hat das gar nichts mit der Pandemie zu tun. Denn abstimmen kann ich doch auch von zu Hause aus. Und wenn Sie sagen, so viele konnten nicht teilnehmen, weil das kurzfristig war. Ich gehe doch davon aus, dass Sie in Ihrer Satzung bestimmte Fristen für solche Veranstaltungen haben. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, was Sie erklärt haben. Und 43 Mitglieder haben den Brief zurückgeschickt. Aber jetzt ist auch Urlaubzeit und alles. Die Menschen sind in Urlaub und deshalb habe ich das begründet. Ja, ja, ja. Wie wird bei Ihnen denn überhaupt festgestellt, wer Mitglied ist? Ich meine, bei einem so geringen Rücklauf bei einer Briefwahl, da frage ich mich wirklich, was an dieser Zahl von 994 oder von 980, was da wirklich hinter steckt. Wie wird entschieden, ob jemand Mitglied ist? Machen Sie es daran fest, dass jemand Beitrag zahlt? Entscheiden Sie über einen schriftlichen Aufnahmeantrag oder was? Mir kommt das alles so unklar vor. Es brennt rot. Hören Sie mich? Okay. Ich nehme auch telefonisch mit jedem Mitglied Kontakt auf. Weil die Mitglieder, die rufen ja an und melden sich an und ich bin telefonisch in Kontakt mit den Mitgliedern. Und jetzt, wenn das Parteiding ist, dann kommen auch alle Mitglieder, alle sind eingeladen und die Partei, da wird kein Beitrag bezahlt. Ich nehme keinen Beitrag für die Partei. Und die ganzen Sachen, was ich habe, sind reelle Sachen, wo in Deutschland die Mängel sind. Ich habe nichts außerirdisches in meinem Parteiprogramm. Es sind Sachen, die ich vorschlage. Und Sie können sehen, von den 23 sind 23 Mängel. Und wenn es schon verboten ist, etwas zu beseitigen oder etwas, eine Partei zu gründen, um diese Mängel vorzuheben, ich finde es voll in Ordnung. Und ich bin ja auch 61 Jahre, ich bin kein Greenhorn, habe keine Eierschalen hinter die Ohren. Ich bin Unternehmer, habe 60 Angestellte. Und vielleicht 60 Millionen Umsatz, ich bewege, was in Deutschland zahlt, 2 Millionen Steuergelder. Und wenn ich als Unternehmer, ich reise durch die ganze Welt, ich habe Flughosten, 400.000 im Jahr, ich fliege überall auf die ganze Welt, die Leute kennen mich überall. Und deshalb will ich auch, dass die Mängel aufmerksam sind. Ob sie von der Bevölkerung angenommen werden, bleibt jemand überlassen. Aber ich glaube, die Chance muss ich haben, um das vorzubringen mit meiner Partei. Bei meinen Seminaren kommen immer 1.000 Menschen. Sie können schauen, es sind 1.000 Menschen bei jedem Seminar. Und in 2018 habe ich gehalten, 1.000 Seminare. Ich war einen Monat zu Hause, 1.000 Seminare. Weltweit, Schweiz, Spanien, Deutschland, Österreich, überall. Darum habe ich gesagt, ich gründe eine Partei, weil ich will diese Mängel hervorheben. Ob die Menschen entscheiden, aber wenigstens recht mir zu geben, dass ich vortritt, der Mensch nicht gleich, Herr Franzi, dürfte das nicht machen. Das liegt an der Entscheidung. Und wenn Sie mein Ding durchgelesen haben, mein Parteiprogramm, sind lauter brisante Themen. Was das sind? Kann es sein, dass eine Frau 30 % weniger Lohn bekommt als ein Mann? Das ist keine Demokratie für mich. Oder seine Frau, wenn sie Rente hat, und der Mann 100 % bezahlt, dass sie noch 55 % kriegt? Das finde ich auch nicht in Ordnung. Manche Witwe hocken auf 600 Euro und müssen zurechtkommen. Und die eine Mahlzeit macht auch nicht aus, wenn der Mann nicht da ist. Gut, wir haben noch weitere Fragen. Herr Geil, bitte. In Ihrer Satzung finde ich keine Bestimmung über ein Schiedsgericht, sondern Bestimmungen darüber, dass die Vorstände Ordnungsmaßnahmen verhängen können. Ist das die derzeit geltende Fassung? Wir haben eine neue Fassung eingereicht. Jetzt haben Sie noch die alte, aber die neue Fassung ist auch unterschiedlich. Das ist die, die ich hier bei den Akten entnehme. Aber ich denke, Sie müssen doch wissen, was drinsteht. Vom 15.06.2021 ist das die Fassung. Ja, nur ich war beim Notar. Moment, jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen haben Sie noch rübergeschickt nach Geldern zum Fahrleiter sein. Also, jedenfalls nach dem Parteiengesetz ist das eine Voraussetzung der Parteien. Ich wollte auch noch mal dem schon mehrfach angesprochenen Punkt nachhaken, wie Sie unternehmen, Ihre unternehmerische Tätigkeit und die Parteitätigkeit trennen. Also nach Ihrer Finanzordnung, auch vom 15.06.2021, werden ja keine Beiträge und keine Aufnahmegebühren erhoben. Also die Partei arbeitet praktisch ohne finanzielle Basis. Und deswegen frage ich mich, mit welchen Mitteln arbeitet die Partei und wie kann sie sich trennen von Ihrer Vortragstätigkeit und Referententätigkeit? Die Partei bekommt auch Unterstützung von Privatpersonen. Ich selber auch. Hat nichts mit meinem Unternehmen. Mein Unternehmen finanziert gar nicht die Partei. Die Partei habe ich selber gegründet als Privatperson. Und als Privatperson ist mein Einkommen. Ich habe auch zum Beispiel sechs Krebspatienten komplett in den Urlaub geschickt. Kostlos, auf meine Kosten, macht niemand in Deutschland. Und ob Sie näher sterben und 300.000 für eine Chemo bezahlen, ist das zweite Ding. Ich habe die Familie mit Kindern mit Vater, Mutter, habe in den Urlaub geschickt, nach Marbea, kostenlos, der hat seinen Urlaub erfahren und dann drei haben überlebt, drei sind gestorben. Aber ich glaube, wenn der Staat 300.000 für eine Chemo gibt, dann kann er 5.000 Euro erst mal die Menschen betroffen in den Urlaub schicken, damit sie letzten Momente mit den Kindern erleben. Das ist mein Interesse, wie es sich finanziert. Von meinem Gehalt, was ich monatlich zahle, helfe ich Menschen. Können Sie bitte noch darauf eingehen, wie die Partei sich finanziert? Das ist mir nicht klar. Ja, von meinem privaten Geld finanziere ich die Partei. Von meinem privaten Geld, genau. Auf die Freie drucken und alles ist nichts über die Firma, ist alles privat finanziert. Aber wenn jetzt Sie die Partei finanzieren, dann sind das ja eigentlich Spendengelder. Und dass eine Partei sich ausschließlich über Spenden finanziert, erscheint mir jetzt doch etwas weit hergeholt. Und normalerweise hat man eigentlich staatliche Zuwendungen, Parteimitgliedschaftsgelder und dann vielleicht auch noch Spenden. Aber ausschließlich aus Spenden finanziert, das kommt mir doch ehrlich gesagt jedenfalls nicht so vor, wie das bei den anderen Parteien läuft, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, und der Beitrag von 1 Euro pro Mitte oder 5 Euro pro Mitte reißt das auch nicht raus. Das meine ich. Und eine Partei muss auch die Gelegenheit haben, zu wachsen. Das sind Parteien, die waren ein paar Mitglieder, die sind groß geworden und wurden nicht abgelehnt. Und andere wurden abgelehnt und eine gute Sache ist verloren gegangen. Vielleicht noch eine Nachfrage. Wo befindet sich denn die Parteizentrale? Die Parteizentrale befindet sich in Kevelar. In Ihrer Firma? Nein, nein, meine Firma ist in Würzburg. Ich wohne in Kevelar. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, in Kevelar. Langstadt 1. Und die Partei ist Langstadt 62. Und die Firma ist in Würzburg, Mainzerstraße 397277 Neubrunn. Hat nichts mit der Firma. Bin separat und da bin ich gegründet und da Kevelar. Und das war, hat nichts, dass ich in Würzburg oder Firma oder hat nichts, ich bin nicht mit der Firma. Ich wohne in Kevelar, 500 Kilometer von Unternehmen entfernt. Mein Unternehmen läuft von alleine. Ich habe nicht mal einen Geschäftsführer. Die Menschen arbeiten alleine. Ich gehe einmal in sechs Monaten in der Firma und es läuft. Die Menschen wissen, was sie zu tun haben. Jeder weiß seine Arbeit. Ich muss die Menschen nicht treiben oder mit der Peitsche oder kontrollieren. Das ist halt so. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen. Wenn ich in Ihrem Internetauftritt sehe, da kann man sich als Mitglied registrieren. Das heißt, wenn ich das alles ausfülle und auf Registrieren gehe, dann bin ich Mitglied. Nein, Sie müssen eine Rückmeldung bekommen. Ohne Rückmeldung sind Sie kein Mitglied. Und von wem kommt die Rückmeldung? Und was wird da geprüft oder so? Ja, auf die Daten passen. Rückmeldung, alles. Genau, es wird geprüft oder sogar mal angerufen. Die Person. Genau. Es wird nicht, du wirst registriert, du wirst ein Non-Name. Da kannst du jeder registrieren, oder? Danke. Ich habe auch noch eine Frage. Sie haben angekündigt, dass Sie wieder Präsenzveranstaltungen ab dem zweiten Quartal machen. Ich sehe aber auch im zweiten Quartal nur Online-Veranstaltungen. Können Sie da noch was bitte zu sagen? Ja, wegen Pandemie-Veranstaltungen habe ich gesagt. Jetzt habe ich Kongresszentrum, zahle ich 5.000 Euro und ich kann nur 190 Menschen rein in einen Saal mit 1.000 Menschen. Zu diesen Anstellungen. Aber jetzt im Freien. Jetzt habe ich auch Flughafen draußen, Flughafen Würzburg, oben auf der Sieboldshöhe. Da kann man die ganzen Menschen offen halten. Draußen auf dem ganzen Flugfeld. Können Sie sich verteilen. Ich schlage vor, die natürlichen e.V. als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer würde sich meinem Votum anschließen? Ja, es gibt ja auch mal andere Seiten. Wer enthält sich der... Wer sagt nein? Bitte stimmen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enthaltung nicht. Wenn es keine Enthaltungen gibt, dann zum ersten Zehn. Eine Enthaltung. Die natürliche e.V. wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft genäß §2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere uns nicht nachweisen konnte, wie die Abgrenzung zwischen wirtschaftlichen und Parteiinteressen ist, wie die Mitgliedschaft organisiert ist und wie die Präsenz in der der politischen Willensbildungslandschaft umgesetzt wird. Rechtsbehelfsbelehrung gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Vielen Dank für die Darstellung. Dann kommen wir zur nächsten. Das ist, jetzt muss ich eben gucken, 31. Das ist Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Kurzbezeichnung Tierschutz Partei. Ist ein Vertreter der Partei anwesend? Können Sie bitte Ihren Namen? Ich bin Frau Henrete Spiering. Spiering. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 BWG sind nach dem Ergebnis meiner Vorprüfung erfüllt. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. Die Tierschutzpartei wurde am 13.02.1993 gegründet. Nach den Veröffentlichungen des Deutschen Bundestages über die Festsetzung der staatlichen Mittel hat die Vereinigung für die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2017 fristgerechte Rechenschaftsberichte bei ihm eingereicht. Die Vereinigung hat daher nicht gemäß § 2 Absatz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ihren Status verloren. Zum Umfang und Festigkeit der Organisation. Die Vereinigung hat angegeben, dass sie bei Einreichung der Beteiligungsanzeige am 20. Februar 2021 über zwölf handlungsfähige Landesverbände verfügt. Vier weitere Landesverbände, und zwar Bremen, Hamburg, Thüringen, Saarland, hätten keinen Landesvorstand. Darüber hinaus gäbe es drei Kreisverbände. Die Vereinigung wurde am 19. April 1993, also kurz nach ihrer Gründung, in die Unterlagensammlung der Parteien aufgenommen. Die letzte Änderung stammt vom Dezember vergangenen Jahres. Nach nicht näher dargelegten Angaben der Vereinigung betrug die Zahl der Mitglieder am 20.02.2021 1.947. Zum letzten veröffentlichten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 ist die Zahl mit 1.573 angegeben. Die Vereinigung hat im Rückblick auf Wahlteilnahmen seit dem Jahr 2000 an allen Bundestagswahlen und Europawahlen sowie an 31 Landtagswahlen teilgenommen. Zuletzt an zwei der drei Landtagswahlen, und zwar in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Nach eigener Auskunft sei sie außerdem bei zahlreichen Kommunalwahlen angetreten. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Tierschutzpartei mitgeteilt, dass sie durch die Teilnahme und Organisation von Demonstrationen, Mahnwachen, Infoständen und ähnlichen öffentlich in Erscheinung getreten sei. Hierzu hat sie Fotos von Podiumsdiskussionen, Demonstrationen, Infoständen und Vorträgen eingereicht. Außerdem hat sie Screenshots von Videobeiträgen und Wahlwerbespots zur Kommunalwahl 2019 sowie zur Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 vorgelegt. Wünschen Sie, Frau Schmiering, noch was zu ergänzen? Nein, alles korrekt. Keine Ergänzung. Gut. Die Beisitzerinnen und Beisitzer. Ich schlage vor, die Tierschutzpartei als Partei im Sinne von 18 Absatz 4 Nummer 4 anzuerkennen. Der Vorsitzende ist wieder glücklich, dass wir alle beieinander sind. Die Partei Menschen, Umwelt, Tierschutz, Kurzbezeichnung Tierschutzpartei, wird als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt, da sie insbesondere durch zwölf Landesverwendungen, fast 2000 Mitglieder, kontinuierliche Teilnahme an Bundestagswahl, Europawahl sowie einer Zielzahl von Landtagswahlen und ihre sonstigen hervortreten in der Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt hat. Frau Schmiering, vielen Dank für das Kommen und fürs Mitmachen. Alpha HHP, gesundheitpolitische Partei für Deutschland in Europa, ist eine Vertretung der Vereinigung hier. Das ist nicht der Fall. Zum Ergebnis der Vorprüfung. Der Bundesvorsitzende der Alpha HHP hat mit Schreiben vom 20.06.2021 mitgeteilt, dass eine Wahlteilnahme als Partei aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr klappe. Auf Nachfrage meines Büros teilte Herr Professor Schlott telefonisch am 1.07.2021 mit, dass er die Beteiligungsanzeige zurücknehme. Herr Professor Schlott wurde darüber informiert, dass die Rücknahme einer Beteiligungsanzeige denselben formellen Anforderungen wie die Einreichung einer Beteiligungsanzeige unterliegen dürfe. Es sei also davon auszugehen, dass eine Rücknahmeerklärung von drei Mitgliedern des Bundesvorstands, darunter den Vorsitzenden oder einem Stellvertreter persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen sei und schriftlich im Original vorgelegt werden müsse. Herr Professor Schlott kündigte telefonisch an, eine formgemäße Rücknahmeerklärung zu schicken. Bis jetzt ist allerdings keine solche Erklärung bei mir eingegangen. Ich bin daher der Auffassung, dass die Beteiligungsanzeige nicht wirksam zurückgenommen worden ist und der Bundeswahlausschuss eine Entscheidung in der Sache treffen muss. Ich komme damit zum Ergebnis meiner Vorprüfung. Ich gehe davon aus, dass Sie alle mal der Bewertung zustimmen. Es muss actus contrarius genauso gemacht werden. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige in § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes sagen. Die Vereinigung wurde am 14.03.2021 gegründet. Ein Verlust der Reststellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist ausgeschlossen, da die Vereinigung erst vor kurzem gegründet wurde. Die Alpha-HHP hat angegeben, dass bis jetzt ein Landesverband in Bayern gegründet hat. Sie wurde am 21.06. in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die Zahl ihrer Mitglieder hat sie mit 323 angegeben. Belege hat sie nicht eingereicht. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat bislang nicht an Wahlen teilgenommen. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat sie angegeben, dass sie in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn informativ tätig sei. Als Nachweis hat sie mehrere Links angegeben. Außerdem hat sie einen Fallplatz, Screenshots und ein Werbebild mit Begleittext eingereicht. Wünscht einer der Beisitzerinnen und Beisitzer das Wort? Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die Alpha-HHP nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Bitte um Handzeichen, wer dem folgt. Das ist einvernehmend. Die Alpha-HHP, Gesundheitspolitische Partei für Deutschland in Europa, Kurzbezeichnung Alpha-HHP, wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere bisher in der Öffentlichkeit auch unter Berücksichtigung ihres erst kurzen Bestehens und der aktuellen Beschränkung aufgrund der Covid-19-Pandemie kaum hervortritt. Rechtsbehaltsbelehrung. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstes bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Damit kommen wir zu laufenden Nummer 33. Team Totenhöfer, die Gerechtigkeitspartei. Kurzbezeichnung Team Totenhöfer. Da ist mir Herr Totenhöfer, Sie haben es schon gesehen, und Frau Schmidt. Ja, stimmt das? Okay, gut. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 sind erfüllt. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß §2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. Team Totenhöfer wurde am 12.11.2020 gegründet. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung verfügt nach Angaben der Vereinigung in allen Ländern über Landesverbände. Zum Nachteil hat sie Protokolle aller Gründungsversammlungen ihrer Landesverbände eingereicht. Einen Auftrag, einen Antrag auf Aufnahme in die Unterlagensammlung hat die Vereinigung bislang nicht gestellt. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut Angabe der Vereinigung trotz ihres erst kurzen Bestehenden 9.695 Mitglieder und Mitgliederinnen. Zum Nachweis hat sie mir eine anwaltliche Bestätigung übersandt. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Team Totenhöfer hat bislang nicht an Wahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie mitgeteilt, regelmäßig mit Infoständen auf sich aufmerksam zu machen und Infobroschüren und Flyer zu verteilen. Außerdem führe sie Zoom-Chats mit verschiedenen Zielgruppen durch. Sie hat auf Veröffentlichungen in den sozialen Medien auf ihren Internetauftritt hingewiesen, auf dem sie Pressemitteilungen veröffentlichen. Im Übrigen trete sie durch öffentliche Kundgebungen hervor. Als Beleg hat sie unter anderem Fotos und Medienberichte von Veranstaltungen, Wahlwerbung, einen Flyer, einen Handzettel sowie Links zu ihren Auftritten im Internet sowie in sozialen Medien, zu YouTube-Videos von Interviews und öffentlichen Veranstaltungen über Sand und Screenshots vorgelegt. Wollen Sie dazu noch was sagen? Fehlt irgendetwas in der Darstellung? Nein? Gut. Die Aufnahme zur Unterlagensammlung, das hatten wir im Schreiben vom 20.06. als Ergänzung unserer Beteiligungsanzeige schriftlich Ihnen mitgeteilt. Das war zwar im Nebensatz. Wir würden uns freuen, wenn Sie die aktuellen Unterlagen prüfen und diese auch in Ihrer Unterlagensammlung aufnehmen. Nehmen wir auf. Fragen der Beisitzerinnen und Beisitzer. Ja, bitte. Ich hätte eine Frage. Was ist eine unbescholtene, natürliche Person? Wie unterscheidet sich die von anderen Personen? Das ist § 3 Absatz 1 Ihrer Satzung. Wie sie sich von juristischen Personen unterscheidet, ist mir schon klar. Aber wie sie sich von bescholtenen Personen unterscheidet, das ist mir nicht klar. Würden Sie den Zusammenhang, den ganzen Satz mal sagen? Wir lernen die Satzung nicht auswendig. Würden Sie den ganzen Satz mal bitte sagen? § 3 Absatz 1 lautet Jede unbescholtene, natürliche Person, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat, mit deutscher Staatsangehörigkeit im Ausland lebt, kann Mitglied der Partei werden. Geht noch weiter. Das ist von Anwälten formuliert und ich gehe davon aus, dass das Wort unbescholten eine etwas altertümliche Formulierung für nicht vorbestraft und ähnliche Dinge, also Menschen mit einem einwandfreien Läumen und überprüfen, Vorstrafen und ähnliche Dinge und haben eine sehr scharfe Überprüfung. Das ist wahrscheinlich gemeint mit unbescholten. Also in meiner Jugend, die ein bisschen weiter zurückliegt als Ihre, hat man das auch noch so gesagt. Okay, weitere Fragen der Beisitzanwalt? Gut. Ich schlage vor, Team Tonhöfer als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer schließt sich meinem Votum an? Herr Vorsitzender, darf ich noch? Ja, lassen Sie mich eben die Rufe. Ich wollte nicht unterbrechen. Ja, bitte. Ich wollte noch eine Anmerkung machen, weil ich den Vergleich von zwei Seiten hatte, weil ich ja selber mal fünf Legislaturperioden im Bundestag war. Ich wollte als erstes sagen, dass ich mich von den und wir uns von dem Bundeswahlleiter und seinen Mitarbeitern außerordentlich gut betreut gefühlt haben, obwohl das natürlich für uns... Ich bin froh, dass Sie das jetzt, nachdem mein Votum erst geschlossen haben, sonst würde es als Beeinflussung dargehen. Deswegen, ich wollte da nichts falsch machen. Aber ich wollte auch was Kritisches sagen. Ich hätte mir, wenn Sie gestatten, das ist ja eine Gelegenheit, die man selten hat, dass man zusammensitzt. Ich hätte mir als Abgeordneter einer großen Partei, damals die CDU, nie vorstellen können, wie schwer man es neuen Parteien macht, zum Bundestag zur Wahl zugelassen zu werden. Es geht nicht an Sie. Von den Bundeswahlleitungen bin ich ausgesprochen beeindruckt. Und es gab einige Dinge, und ich sage da nur zwei, die ich und gibt es, die ich nicht sehr demokratisch finde. Zum Beispiel das Genehmigungsverfahren für unsere Kundgebung, obwohl es da nichts zu genehmigen gibt. Das ist Artikel 8, Versammlungsrecht, da haben wir zu informieren und das Gesundheitsamt kann Auflagen machen. Die Auflagen des Gesundheitsamts, also diese Veranstaltungen sind uns außerordentlich erschwert worden. Finde ich nicht demokratisch. Die Auflagen des Gesundheitsamtes an uns sind teilweise einen Tag vor der Großkundgebung eingegangen. Das heißt, obwohl unser Anwalt die letzte Woche jeden Tag gebeten hat, bitte sagt uns, wir wissen nicht, ob wir für 100, für 200, für 500 oder für 800 planen sollen. Und wir haben die Mitteilung dann bekommen am Tag vor der Veranstaltung. Das hat es unmöglich gemacht, die Veranstaltung ordentlich zu planen, richtig einzuladen. Wir hatten keine Ahnung, wie viel Sie zulassen. Sie hatten signalisiert, 200, die anderen großen Parteien kriegen auch nicht mehr. Dann waren es viel mehr. Sie haben gesagt, ein Abstand von zwei Metern, der mir unbekannt war, aus anderen Verfügungen bei einer grundgesetzlich garantierten und erlaubten Versammlung. Wir hatten keine Chance auf eine ordentliche Vorbereitung, keine Chance auf eine Nutzung des Rechtsweges. Wir haben gerade noch den Verwaltungsgerichtshof gekriegt. Ich bin selber Richter von Beruf mal gewesen. Das Oberverwaltungsgericht haben wir nicht mehr gekriegt. Die waren schon im Wochenende. Und Polizisten bei einigen Veranstaltungen sind in großer Menge aufgetreten und durch die Reihen des Publikums gegangen. Ich kann nur sagen, das ist keine Wahlveranstaltung in einem freien Staat. Und andere hier haben das auch erlebt. Das sollten jetzt zum Ende kommen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich glaube, dass das jetzt nichts mit Vereinigung und Parteien zu tun hat. Wenn Sie Sportverbände hören, die klagen über ein Ähnliches. Das ist halt nun in Pandemiezeiten alles etwas schwierig. Und ich bin immer froh, dass ich nicht in Gesundheitsämtern und Ordnungsämtern sitzen muss und da Entscheidungen treffen muss in den Stellen. Ich kann nur hoffen, dass wir bald wieder ohne Pandemiezeiten da in anderen Dingen laufen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine Zielsetzung ist. Parteien im Übrigen ist dafür die Kommunalverwaltung zuständig. Herr Vorsitzender, darf ich einen Satz wenigstens noch sagen? Wirklich nur einen, und dann müssen wir, wir haben jetzt den Herrn Risse auch schon herausgefordert, da müssen wir auch noch was sagen, und dann sollten wir aber weitergehen. Und dieser einen Satz heißt, das Bundesverfassungsgericht fordert absolute Chancengleichheit aller Parteien. Und die ist, aber das ist jetzt Sie, in diesem Wahlkampf nicht gegeben. Ja, gut. Herr Risse? Man kann vieles diskutieren, nur wir sind für das, was Sie kritisieren, nicht der richtige Adressat. Gut. Also, was bleibt? Wir nehmen jetzt gerne mit, den Dank an die Mitarbeiter, das hören die gerne, also vielen Dank. Jetzt müssen wir noch die Formale beenden. Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei, Kurzbezeichnung Team Todenhöfer, wird als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 Bildung des Wahlgesetzes anerkannt, da die Vereinigung insbesondere durch Landesverbände in allen Ländern mehr als 5000 Mitglieder und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit unter Berücksichtigung ihres erst kurzen Bestehens die Kriterien des Parteien Eigenschaft gemäß Paragraf 2 Parteiengesetz erfüllt. Vielen Dank fürs Kommen. Dann gehen wir weiter. Ökologisch-demokratische Partei, Kurzbezeichnung ÖDP. Da müsste Herr Björn Benken da sein. Ja. Herr Benken, schön. Prima. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige sind erfüllt. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. Die ÖDP wurde am 10.10.81 gegründet. Nach den Veröffentlichungen des Deutschen Bundestages über die Festsetzung der staatlichen Mittel hat die Vereinigung für die Rechenschaftsjahre 2014 bis 2019 fristgerecht Rechenschaftsberichte bei ihnen eingereicht. Die Vereinigung hat daher nicht gemäß Paragraf 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Die Vereinigung verfügt ausweislich der bei mir geführten Unterlagensammlung und nach Angabe der Vereinigung über Landesverbände in 15 Ländern, über 153 Regional- und Kreisverbände, so über 92 Ortsverbände. Der 16. Landesverband, der Landesverband Bremen, hat derzeit keinen Landesvorstand. Die Vereinigung wurde am 26.11.81 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung wurde im April diesen Jahres angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut Angabe der Vereinigung am 31.03.2021 8.072 Mitarbeiter. Im Rechtschaffungsbericht für das Jahr 2019, den die Vereinigung übersandt hat, ist die Zahl der Mitglieder mit 7.708 angegeben. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat seit dem Jahr 2020 an vier der fünf Bundestagswahlen und an allen Europawahlen teilgenommen. Sie ist mit einem Sitz im Europäischen Parlament vertreten. Außerdem hat sie an zahlreichen Landtagswahlen teilgenommen. Zuletzt in diesem Jahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Sie hat außerdem mitgeteilt, dass sie an zahlreichen Kommunalwahlen teilgenommen habe und insgesamt 533 kommunale Mandatsträger stelle. Zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit hat sie mitgeteilt, dass sie eine Großzahl an Veranstaltungen zu Bundes-, Landes- und kommunalpolitischen Themen organisiere. Sie beteilige sich an Volksbegehren in Bayern und habe Klage von dem Bundesverfassungsgericht und anderen Gerichten eingereicht. Darüber hinaus hat sie auf ihrer Internetseite und ihrem Videokanal verwiesen. Dreimal im Jahr erscheine ein Parteijournal für alle Mitglieder, das auch in einigen Bibliotheken verfügbar sei. Als Nachweis hat sie ein Belegexemplar des Heftes Ökologie-Politik sowie eine Liste aktueller Veranstaltungen und Termine von April bis September eingereicht. Wollen Sie etwas ergänzen? Eine kleine Ergänzung. Mittlerweile gibt es auch im Land Bremen wieder einen Landesvorstand und damit auch 16 Landesverbände. Am 8. Mai wurde der Landesvorstand dort neu gewählt. Beisitzerin oder Beisitzer, eine Frage, das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die ÖDP als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Ich bitte um Stimmabgabe. Die ÖDP, Ökologische Demokratische Partei, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt, da sie insbesondere durch 15 Landesverbände und den neu gegründeten Landesverband, Vorstand bestellten Landesverband Bremen, also 16 Landesverbände und 253 weitere Gebietsverbände, mehr als 8000 Mitglieder Teilnahme an den Bundestagswahlen 2002, 2009, 2013 und 2017, kontinuierliche Teilnahme an Europawahlen sowie einer Vielzahl von Landtagswahlen, ihr sonstiges Hervortreten in der Öffentlichkeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 erfüllt. Vielen Dank für's Kommen. Jetzt kommen wir zu Nummer 35. Aufbruch C. Da ist jemand da, Aufbruch C. Das ist nicht der Fall. Nicht der Fall. Mit Mail vom 23.06. hat der Vorsitzende der Vereinigung mitgeteilt, seine Erklärung über die Teilnahme der Aufbruch C christliche Werte für eine menschliche Politik an der Wahl zum 20. Bundestag, ebenfalls per Mail bei mir eingegangen, am 9.04. zurückzunehmen. Ich schlage vor, festzustellen, dass die Beteiligungsanzeige der Aufbruch C wirksam zurückgenommen ist. Jetzt wünscht einer der Beisitzerinnen und Beisitzer das Wort. Habt ihr Abstimmung? Alle, waren alle? Ja, gerne. Lauter, sonst versteht die Kollegin jetzt nichts. Es war eine Beteiligungsanzeige, die war schon nicht formal sauber. Und da ist nachgefragt worden. Und dann hat er gesagt, ich nehme zurück. Also es hätte sonst, wenn er jetzt nicht, wäre auch nicht die Sache, wäre nicht formal sauber gewesen. Ja? Die war nicht von drei unterschrieben worden ist. Müsste dann nicht richtigerweise unsere Entscheidung lauten. Ja, das habe ich jetzt auch gerade. Es hat gar keine wirksame Beteiligungsanzeige vorgelegen und da braucht auch nichts zurückgenommen werden. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir sagen in der Tat, wir müssen jetzt entweder sagen, es hat gar keine wirksame Beteiligung stattgefunden, dann braucht nichts zurückgenommen werden. Oder wir machen, das finde ich jetzt besser, ganz formal, wir weisen das zurück, weil keine wirksame Beteiligung da ist und geben eine Rechtsbelehrung mit. Ja? Sind wir da? Sind wir da? Ich glaube, das finde ich jetzt besser. Dann müssen wir jetzt, Herr Stemmer, noch bedenken? Gut, dann müssen wir jetzt wie folgt formulieren. Dann müssen wir jetzt mal frei formulieren. Also, wir sind jetzt, also wir lehnen das jetzt ab, weil die Aufbruch C wird nicht als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die formalen Voraussetzungen sind nicht erfüllt, da keine wirksame Beteiligung und die Vereinigungsanzeige eingegangen ist. Jetzt kommt die Rechtsbelehrung. Gegen die Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Ja, alle beieinander? Ja? Gut, das machen wir jetzt nochmal sauber. Herr Stemmert recht. Sind alle mit dem jetzt von mir gevorlesenen Ergebnis einverstanden? Ja, gut. Damit haben wir das jetzt sauber hingekriegt. Dann komme ich zur laufenden Nummer 36. Das sind die Partei Aktive Demokraten. Können Sie bitte Ihren Namen, Mikrofon bedienen und Ihren Namen einfach sagen. Markus Ott. Herr Ott. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Die Partei wurde am 6.02.2021 gegründet. Ein Verlust der Rechtsstellung der Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die neu gegründete Vereinigung hat keine Angaben zur Existenz von Landesverbänden und Gebietsverbänden auf kommunaler Ebene gemacht. Die Vereinigung hat im Februar 2021 die Aufnahme in die Unterlagensammlung beantragt. Zur Zahl der Mitglieder hat die Vereinigung keine Angaben gemacht. An den Parteitagen am 22. April und am 13. Mai haben laut Protokoll jeweils vier Personen, alle samt Gründungsmitglieder, teilgenommen. Die Vereinigung hat bislang nicht an Wahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Partei keine Angaben gemacht. Ich glaube, jetzt müssen Sie mal ein paar Angaben uns machen, damit wir eine Entscheidungsgrundlage bekommen, wenn ich Ihnen das Wort erteilen dürfte. Also wir haben uns gegründet und als wir dann die Gründung fertig hatten und nach etlichen Querelen mit unserem Wahlkreis 170 haben wir dann versucht, einen ganz normalen Wahlkampf zu machen, was uns durch die Pandemie erheblich erschwert wurde. Weil wir haben zwei. Einmal sind wir im Waldeck-Frankenberg und einmal sind wir den gesamten Schwalm-Eder-Kreis. Und in Waldeck-Frankenberg durften wir eigentlich gar nichts machen. Und im Schwalm-Eder-Kreis wurde uns eigentlich immer mit der Polizei das Heft aus der Hand genommen, wenn wir irgendwas angefangen hatten und haben uns da hingestellt und wollten irgendwie Beikampf machen. Das hat uns natürlich ganz zurückgeschmissen. Wir haben im Moment sechs Mitglieder. Und ich habe 30, 35 Mitgliedsanträge sind raus. Die haben also gefragt, ob sie bei uns Mitglied werden können. Ich warte noch auf die Rückläufer. Und jetzt hoffe ich mal, dass das relativ schnell und unbürokratisch von denen eben dann über die Bühne geht. Also wir verstehen uns als Partei, die sich in der Region wesentlich stärker etablieren möchte, weil wir sehen, dass viele Dinge bei uns in der Region vom Landwirtschaftlichen und auch von einigen anderen Sachen wie zum Beispiel Hartz-IV-Empfängern oder so erheblich Defizite sind. Wir möchten gerne in der Bundes-, also jetzt auf Bundes- oder auf Landesebene, möchten wir gerne verschiedene Dinge ändern im Punkto auf Sozial- und Energiepolitik. Und ja, bisher konnten wir noch nicht sehr groß irgendwie mit Parteitagen oder so etwas Punkten, weil bei vier Mitgliedern oder sechs Mitgliedern, die wir jetzt sind, ist das alles ein bisschen schwierig, weil eine große Halle kann man nicht mieten. Und wir haben das eigentlich alles so zu Hause im Wohnzimmer bisher immer gemacht. Und das ist halt alles, was ich dazu sagen kann. Herr Risse. Sie haben die eindeutige Zahl von sechs Mitgliedern genannt. Sie haben dann noch von 35 weiteren, die vielleicht Mitglieder werden könnten. Wir haben, ich habe jetzt nächste Woche mit Sicherheit Mitglied oder was muss man sich darunter vorstellen? Also eine gewisse Anzahl von Mitgliedern muss ja da sein, sonst kann man nicht Partei sein. Also wir haben, ich habe die alle rausgeschickt. Die Menschen möchten bei uns Mitglied werden. Die haben auch die Anzeige, also jetzt diese Mitgliedsdinge gekriegt. Es ist einfach das Problem, dass bei uns einige Leute rumgehen. Wir wissen nicht, wer das ist, die irgendwelche Namen und Unterschriften für irgendwas sammeln. Wir wissen nicht, was wir haben keine Ahnung. Die sind also viele Leute sagen dann ja, wir lesen uns das durch. Wir gucken uns das an und ob dann was zurückkommt, wissen wir auch noch nicht. Weil wir hoffen, dass es jetzt die nächsten zwei, drei Wochen alles zurückkommt. Aber die Leute sind bei uns dermaßen verunsichert. Ich weiß es nicht. Ich bin auch ehrlich. Also warum soll ich lügen? Nachfrage. Sie haben 35 Personen angeschrieben, von denen Sie hoffen, dass sie Mitglied werden möchten. Die haben es direkt zu mir gesagt, sie wollen den Mitgliedsantrag haben. Den habe ich denen auch gegeben, also direkt ausgehändigt. Und jetzt muss man gucken, dass die unterschrieben zurückkommen. Und dann bekommen sie eine Mitgliedsbescheinigung. Und dann sind sie Mitglied bei uns. Gut. Weitere Fragen? Herr Brenner? Ich finde in Ihrer Satzung, ehrlich gesagt, keine Bestimmung über die Schiedsgerichtsbarkeit, die ja in Parteien... Das haben wir noch nachgereicht. Im Schwalm-Eder-Kreis bei dem dortigen Wahlleiter. Da ist eine Satzung geändert worden am 29.05. Die Satzung, die uns jetzt vorliegt, enthält nämlich noch keine Bestimmung. Da steht nur drin, dass für den Fall, dass die Mitglieder gegen die Satzung verhalten, das zuständige Schiedsgericht angerufen werden kann. Aber ich finde keine Bestimmung über das Schiedsgericht, dass das Schiedsgericht etabliert wird. Aber wenn Sie sagen, dass das in einem Nachtrag zur Satzung... Wir haben das im Nachtrag noch mal... Wir hatten das noch mal angemahnt. Und dann hatten wir noch mal extra Parteitag gemacht. Haben das also komplett die Satzung noch mal geändert. Weil, muss ja sein. Mein Votum wäre, ich schlage vor, die parteiaktive Demokraten nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Wer würde meinem Votum folgen? Alle? Einvernehmlich. Die parteiaktive Demokraten wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere unverändert über lediglich sechs Gründungsmitglieder, circa sechs, verfügt und bisher in der Öffentlichkeit gar nicht hervortritt. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Nummer 37. Das ist die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Kurzbezeichnung Büsow. Da müssten jetzt da sein, Herr Klaus Fimmen und Herr Dr. Wolfgang Ligge. Sind die da? Fimmen, Herr Dr. Ligge ist nicht gekommen. Okay. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige sind nach dem Ergebnis meiner Vorprüfung erfüllt. Die Büsow wurde am 23.03.1986 gegründet. Mit Schreiben vom 23.06.2021 hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung zumindest für das Jahr 2019 fristgerecht einen Rechenschaftsbericht eingereicht hat. Die Vereinigung hat nach der Mitteilung des Deutschen Bundestages nicht die Rechtsstellung der Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Zu Umfang und Festigkeit der Organisation. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass sie in zehn Landesverbänden gegliedert ist. Das stimmt mit den Angaben der Unterlagensammlung überein. Weitere Untergliederungen bestünden nicht. Die Vereinigung wurde am 9.05.86 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung stammt vom Dezember letzten Jahres. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut Angabe der Vereinigung unter Verweis auf den Rechenschaftsbericht vom Jahr 2020 insgesamt 627. Im zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 ist die Zahl mit 824 angegeben. Zum Hervortreten in der Öffentlichkeit ist Folgendes zu sagen. Seit dem Jahr 2000 hat die Vereinigung an allen Bundestagswahlen an drei der vier Europawahlen, und zwar in den Jahren 2004, 2009 und 2014, sowie an 25 Landtagswahlen zuletzt 2018 an der Landtagswahl in Hessen und 2019 an der Landtagswahl in Sachsen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung mitgeteilt, dass sie auf ihrer Internetseite Videos, Berichte und Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung zur Verfügung stelle, sowie Flugblätter zum Selbstausdrucken anbiete. Über YouTube veröffentlicht sie einen wöchentlichen Webcast mit dem Parteivorsitzenden. Sie sei auch in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook präsent. Per Zoom finde eine wöchentliche Büso-Aktivistenaufruf zu erfolgsenden Themen statt. Wegen Corona hätte sie 2020 und 2021 nur sehr eingeschränkt Infostände, Flugblattaktionen und Veranstaltungen durchgeführt. Zum Beleg hat sie zahlreiche Nachweise eingereicht, unter anderem Exemplare mehrerer Publikationen zu verschiedenen politischen Themen. Ein Flugblatt, ein Foto von Plakatwerben in Sachsen, eine Vielzahl an den Genehmigungen für Informationsstände in den Jahren 2018 bis 2020, sowie Fotos von Informationsständen und Einlagen zu virtuellen und zu Präsenzveranstaltungen, außerdem Screenshots des YouTube-Kanals. Haben Sie Ergänzungen dazu? Nein, das stimmt so. Prima. Will einer der Beisitzerinnen und Beisitzer ein Wort haben? Dann, ich schlage vor, die Büso als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Wer würde sich anschließen? Die Bürgerrechtsbewegung Solidaritätskursbezeichnung Büso wird als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt, da sie insbesondere durch zehn Landesverbände, mehr als 600 Mitgliederteilnahme an allen Bundestagswahlen seit dem Jahr 2000, den Europawahlen 2004, 2009, 2014, sowie zahlreichen Landtagswahlen und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 erfüllt. Gut, vielen Dank fürs Kommen. Dann kommen wir zu der laufenden Nummer 38. Das ist die Praktikapartei. Da hat sich Herr Heiko Rau angemeldet. Ist einer im Raum? Ja, Herr Rau. Willkommen. Die Prüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß §18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß §2 lässt sich Folgendes sagen. Die PPP wurde am 03.04.2021 gegründet. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Zu Umfang und Festigkeit der Organisation, die Vereinigung hat angegeben, dass keine Landesverbände oder Gebietverbände auf kommunaler Ebene bestehen. Die Vereinigung wurde am 05.07.2021 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die Zahl der Mitglieder hat die Vereinigung mit 24 angegeben. Laut Gründungsprotokoll vom 03.04.2021 waren in der Gründungsversammlung vier Personen anwesend. Aufgrund ihres erst kurzen Bestehens hat die Vereinigung bisher nicht an Wahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung das Verteilen von Visitenkarten genannt und hierfür ein Foto eingereicht. Wünschen Sie einen ergänzenden Vortrag oder Hinweise? Bisher war es quasi nur so Mund-zu-Mund-Propaganda und im kleinen Kreis. Eigentlich rechnen wir nicht unbedingt mit einer Zulassung bzw. Anerkennung. Aber wir nutzen das jetzt als praktische Übung vielleicht in vier Jahren. Gut. Wie viele Mitglieder haben Sie denn jetzt? Gut. Dann haben Sie jetzt die praktische Übung, finde ich gut. Die Aktivitäten. Gibt es noch was Neues? Nein, sonst hätte ich es vorgetragen. Okay. Keine weiteren Fragen. Ich schlage vor, die PPP nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Wer schließt sich meinem Votum an? Die Praktika-Parteikurzbezeichnung PPP wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere gelegentlich 24 Mitglieder zählt und auch unter Berücksichtigung ihres kurzen Bestehens keine ausreichenden Nachweise zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eingereicht hat. Rechtsbehelfsbelehrung gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Herr Rauf, vielen Dank fürs Kommen. Dann gehen wir weiter zu Nummer 39. Das sind die liberalen Demokraten, die Sozialliberalen. Da müsste Herr Wojcik-Paul, ist der anwesend? Ja, vielen Dank. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige sind erfüllt. Die LD wurde am 28.11.82 gegründet, also vor mehr als sechs Jahren. Mit Schreiben vom 23.26.21 hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung zuletzt für das Jahr 2018 in Fristgerecht einen Rechenschaftsbericht bei ihm eingereicht hat. Die Vereinigung hat nach der Mitteilung des Deutschen Bundestages nicht gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz die Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten verloren. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass sie drei Landesverbände, und zwar in Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen hat. Außerdem besteht ein Kreisverband in Köln. Die LD wurde erstmals im Mai 1983 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Im August 2001 ist sie aus der Unterlagensammlung herausgenommen worden. Sie hatte sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl teilgenommen. Im Jahr 2005 wurde sie nach der Teilnahme an der Landtagswahl in NRW 2005 wieder in die Sammlung aufgenommen. Im Januar 2021 ist die letzte Änderungsmitteilung bei mir eingegangen. Die LD hat nach eigener Auskunft 41 Mitglieder. Einen Nachweis zur Mitgliederzahl hat sie nicht vorgelegt. Laut Protokoll haben am Bundesparteitag am 5. September 2020 zur Wahl des Vorstandes 14 stimmberechtigte Personen teilgenommen. Zum Hervortreten in der Öffentlichkeit. Die LD hat sich bislang nicht an Europawahlen beteiligt. An einer Bundestagswahl hat sie zuletzt 1994 teilgenommen. In der jüngeren Vergangenheit hat sie vor allem auf Landesebene aktiv. Seit dem Jahr 2002 hat sie an vier Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen teilgenommen, zuletzt im Jahr 2017. Außerdem hat sie mitgeteilt, 2020 bei der Kommunalwahl in NRW angetreten zu sein. In Bezug auf ihre Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung unter anderem mitgeteilt, sie habe offene Online-Veranstaltungen abgeheilt. Einmal im Monat führe sie einen öffentlichen Cyber-Stammtisch durch, an dem alle Interessierten teilnehmen können. Außerdem sei sie in den sozialen Netzwerken aktiv. Neben mehreren Werbepräsenzen hat sie außerdem Druckwerbemittel in hoher Auflage und Online-Werbung, sowie ein Newsletter als Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit genannt. Am 14.06.20 habe sie eine Strategiekonferenz durchgeführt, zu der auch Gäste zugelassen wurden. Im Übrigen hat sie sie auf ihre Werbeaktivitäten zu den Kommunalwahlen im Jahre 2020 verwiesen. Für ihre Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus seien bereits Flugblätter hergestellt. Als Nachweis hat sie unter anderem Wahlwerbung und einen Pressebericht zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Fotos von Werbematerial zur Kommunalwahl in NRW und Pressemitteilen des Bezirksverbandes Köln aus den Jahren 2017 und 2018 eingereicht. Außerdem hat sie die Unterzeichnerliste, eine Online-Petition der Vereinigung vorgelegt und eine Pressemappe für die Zusammenarbeit mit fünf anderen Parteien und Organisationen übersandt. Zum Nachweis von Online-Diskussionen und Cyber-Stammtischen 2020 hat sich Screenshots von Ankündigungen auf ihrer Internetseite und auf Facebook übermittelt. Da haben dann jeweils weniger als zehn Personen teilgenommen. Würden Sie, Herr Wojcik, wollen Sie da irgendwas ergänzen im Sachverhalt? Die aktuelle Mitgliederanzahl beträgt 53. Fragen der Beisitzerinnen und Beisitzer? Nicht der Fall. Ich schlage vor, die LD als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Ich bitte um Handzeichen. Einvernehmen. Liberale Demokraten, die Sozialliberalen, Kurzbezeichnung LD, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt, da sie insbesondere durch Landesverbände sowie einen weiteren Gebietsverband nach Angaben der Vereinigung, jetzt muss ich wieder gucken, die Zahl, 53 Mitglieder und Mitglieder hat kontinuierliche Teilnahme an den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2002 und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 erfüllt. Vielen Dank für das Kommen. Jetzt kommt Bündnis der Generation Rentner und Familie, Kurzbezeichnung Rentner. Ist da jemand da? Das ist nicht der Fall. Die Vorbrückung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Rentner wurden am 13.11.2016 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Der Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass sie neben dem Bundesverband über keine Landes- oder sonstigen Gebietsverbände verfüge. Sie wurde am 30.04.2018 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung stammt vom Juni diesen Jahres. Die Rentner hat nach eigenen Angaben zwölf Mitglieder. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat bisher nicht an Europawahlen, Bundestagswahlen oder Landtagswahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie mitgeteilt, aufgrund der Corona-Pandemie auslich über das Internet mit eigener Homepage und einer Facebook-Seite sowie durch Pressearbeit öffentlich hervorzutreten. Es seien unter anderem Stellungnahmen an Senats- oder Regierungsmitgliedergeschichte, eine Online-Petition initiiert worden. 2019 sei die Vereinigung noch mit Infostellen und Wahlfolgen sowie Flyern in Erscheinung getreten. Als Nachweise hat sie unter anderem verschiedene Schreiben mit Wahlwerbung und politischen Stellungnahmen und ein Fallblatt als Datei übersandt. Fragen der Beisitzerinnen und Beisitzer? Wieder die gleiche Frage. Reichen zwölf Mitglieder aus, um die Parteieigenschaft zu begründen? Da hätte ich doch erhebliche Zweifel. Ich schlage vor, die Rentner nicht als Partei im Sinne von Paragraf 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer würde sich meinem Vorschlag anschließen? Schwächer Erscheinung. Okay. Die Bündnis der Generation Rentner und Familie, Kurzbezeichnung Rentner, wird nicht als Partei im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß Paragraf 2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere lediglich zwölf Mitglieder zählt und diese nicht nachgewiesen hat, an Wahlen trotz ihres Bestehens seit fünf Jahren noch nicht teilgenommen hat, einen Aufbau von Organisationsstrukturen nicht erkennen lässt und in der Öffentlichkeit auch unter Berücksichtigung der Beschränkung von Covid-19 kaum hervortritt. Rechtsverhältnis, gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tage ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlarganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längstens bis zum 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu verhandeln. Wir kommen zu Nummer 41. Das ist die Solidarität. Ist jemand für die Solidarität hier? Zum Ergebnis der Vorprüfung. Die Solidarität wurde am 22.04.2021 gegründet. Mit Schreiben vom 26.04. hat sie ihre Beteiligung an der Wahl zum 20. Bundestag angezeigt und einen Antrag auf Anerkennung als Partei einer nationalen Minderheit gestellt. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 sind nicht erfüllt, da die Anzeige nicht von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes unterzeichnet war. Ich habe die Vereinigung schriftlich am 30.04.2021 über das Ergebnis meiner Vorprüfung in Kenntnis gesetzt. Mit E-Mail vom 10.06.2021 hatten wir die Vereinigung ein Protokoll übersandt, aus dem sich ergibt, dass die bisherigen drei Gründungs- und Vorstandsmitglieder aus der Vereinigung ausgetreten sind, um auf diese Weise die Auflösung der Vereinigung zu erreichen und sich unter gleichen Namen neu gründen. Als Nachweis wurden wir die schriftlichen Austrittserklärungen der drei Gründungsmitglieder vom 20.05.2021 elektronisch übersandt. In derselben Versammlung wurde ausweislich des Protokolls eine neue Vereinigung mit demselben Namen gegründet. Die neu gegründete Vereinigung hat ebenfalls eine Beteiligungsanzeige bei mir eingereicht. Auf diese Beteiligungsanschließung kommen wir anschließend zurück. Auf telefonischem Nachfrage meines Büros hat das bisherige Vorstandsmitglied Herr Gabries bestätigt, dass die im April gegründete Solidarität bisher ausschließlich aus drei Gründungsmitgliedern bestand, also aus jenen Personen, die aus der Vereinigung ausgetreten wird. Damals hat sie am 22.04. gegründete Vereinigung Solidarität seit dem 20.05. keine Mitglieder mehr. Wenn eine Partei keine Mitglieder mehr hat, ist sie faktisch aufgelöst. Ist die rechtliche Existenz einer politischen Vereinigung beendet, kann sie nicht mehr an dem politischen Bildungsprozess des Volkes durch Wahlen teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss kann in diesem Fall nicht mehr feststellen, dass die Vereinigung für eine Wahl als politische Partei anzuerkennen ist. Die Beteiligungsanzeige ist gegenstandslos. Ich schlage daher vor, festzustellen, dass die Beteiligungsanzeige der am 22.04. gegründeten Vereinigung Solidarität gegenstandslos, weil die Vereinigung inzwischen aufgelöst ist. Wünscht einer der Beisitzer dazu das Wort? Es wäre jetzt die Frage, ob wir das nicht genauso machen wie bei der anderen Sache, dass wir es wieder ablehnen. Das haben wir bei der anderen Sache auch gemacht. Er war ja mal eine Sekunde wirksam und dann wurde er durch Auflösung... Ja, nicht von drei, die hätte gar keinen Antrag stellen können. Aber es ist die Frage, ist er unwirksam, ist er formal falsch gewesen und wir gehen deshalb ab oder ist er jetzt gegenstandslos, weil keiner mehr da ist. In dem Fall ohne praktische Konsequenzen, weil niemand da ist, der Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht hat. Wir werden mit dem Fall keine Rechtsgeschichte schreiben, das ist uns klar. Was machen wir? Gegenstandslos oder ablehnen? Ich bin eigentlich eher für, aus förmlichen Gründen ablehnen und Bescheid zu geben. Ja, da kann man nicht mehr zustellen. Das wäre der Nächste. In der Tat, praktischer Hinweis. Stimmen Sie mit mir überein, dass der Antrag gegenstandslos ist. Dann machen wir es so. Bitte, Handzeichen. Und dann ist aber auch der zweite, damit ist auch gegenstandslos der Antrag als Anerkennung als Partei einer nationalen Minderheit. Der ist dann auch gegenstandslos. Wir müssen zwei, der eigentliche Antrag und der, beide sind gegenstandslos. Ergebnis, okay. Damit brauchen wir keine Rechtsmöglichkeiten. Jetzt kommen wir zu Nummer 67. Wir sind jetzt nicht so schnell durch, das ist aber nur bei 41 nicht, haben wir ja eben gesagt. Das ist wieder die Solidarität. Ich frage nochmal, ist zur laufenden Nummer 67 Solidarität jemand im Raum noch? Wie ich gerade mitgeteilt habe, haben einige Gründungsmitglieder der inzwischen aufgelösten Vereinigung Solidarität eine neue Vereinigung mit demselben NAB gegründet. Diese am 03.06.2021 neu gegründete Vereinigung hat ebenfalls eine Beteiligungsanzeige bei mir eingereicht. Wegen des sachlichen Zusammenhangs ziehen wir diese Beteiligungsanzeige vor und weichen ausnahmsweise von der Reihenfolge ab. Die Gründungsmitglieder der neu gegründeten Solidarität haben einen neuen Vorstand gewählt und eine neue Satzung und ein neues Programm beschlossen. Die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 sind erfüllt. Die Solidarität wurde am 03.06.2021 gegründet. Wegen der erst vor kurzem erfolgten Gründung kann sie eine mögliche Parteieneigenschaft wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten noch nicht verloren haben. Zum Umfang und Festigkeit der Organisation. Die Vereinigung hat keine Angaben zur Existenz von Landesverbänden oder Gebietsverbänden auf kommunaler Ebene gemacht. Sie wurde am 28.06.2021 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Sie hat laut der vorgelegten Mitgliederliste sieben Mitglieder. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat bisher noch nicht an Wahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie keine Angaben gemacht. Ich wünsche einer der Beisitzerinnen und Beisitzer das Wort. Ich schlage vor, die Solidarität nicht als Partei im Sinne von §18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer würde dem Votum folgen? Die Solidarität wird nicht als Partei im Sinne des §18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß §2 Parteiengesetz sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere lediglich sieben Mitglieder hat und keine Angaben zu ihren Hervortreten in der Öffentlichkeit gemacht hat. Dass bisher keine Angaben zu ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit bisher gemacht hat oder noch gar nicht hervorgetreten ist. Rechtsbehelfbelegen. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Befährte zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 42. Das ist Kurzbezeichnung Wir 2020. Da müsste Frau Bartels und Herr Mestin-Zeck anwesend sein. Schön, dass Sie da sind. Die Beteiligungsanzeige war von drei Personen unterzeichnet. Neben der Satzung und dem Programm war unter anderem zum Nachweis der satzungsmäßigen Vorstandsbestellung ein Protokoll des Bundesparteitages vom 13.03.2021 sowie vom 8.04.2021 beigefügt. Zu dieser Beteiligungsanzeige sind Beschwerden bei mir eingegangen, über die Mitglieder des Bundeswahlausschusses in Kenntnis gesetzt worden. Daran wird unter anderem Bezug auf verschiedene Gerichtsentzeigen unter anderem ausgeführt, dass die Unterzeichner der Beteiligungsanzeige nicht wirksam zu Vorstandsmitgliedern bestellt worden seien und deshalb nicht vertretungsberechtigt seien. So sei die Berufung der Vorstandsmitglieder auf Grundlage einer am 4.07.2020 beschlossenen Satzung erfolgt. Nach einer Entscheidung des Amtsgerichtes Hamburg sei die Beschlussfassung über die Satzung am 4.07. jedoch ungültig und die geänderte Satzung daher nichtig. Ab dem 4.07.2020 seien daher alle Handlungen der Vereinigung rechtswidrig und nichtig, weil sich diese auf eine nichtige Satzung bezögen. Meines Erachtens kommt es im Ergebnis aber hierauf nicht an. Das heißt auch die Gültigkeit der Satzungsänderung vom 4.07.2020 für die Wirksamkeit der Beteiligungsanzeige nicht an. Ausweislich des Protokolls wurden bei Einberufung des Parteitages zur Vorstandswahl am 13.03.2021, ich ziziere sichterhaltshalber, auch die Einlage- und Beschlussfähigkeitsmodalitäten der Gründungssatzung vom 14.06.2020 berücksichtigt. Die Beschlussfassung auf dem Parteitag am 13.03. bis 8.04.2021 erfolgte also jedenfalls laut Protokoll unter gleichzeitiger Anwendung der unstrittig gültigen Regelung der Gründungssatzung. Nach meiner Auffassung kann daher offen bleiben, ob die Satzungsänderung am 4.07.2020 wirksam war. Es wurden auch sonst keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sich nach meiner Auffassung ergibt, dass die Unterzeichner keine gültigen Beteiligungsanzeige eingereicht haben. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Überprüfung rein parteiinterner Vorgänge nicht zu den Aufgaben des Bundeswahlausschusses gehört. Er ist nicht dafür zuständig, im Rahmen einer Beteiligungsanzeige zu kontrollieren, ob bei der Durchführung von Parteitagen sämtliche gesetzlichen und parteiinternen Regelungen eingehalten sind, etwa ob an den Wahlen möglicherweise Personen teilgenommen haben, die keine Parteimitglieder sind. Ich komme daher zu dem Ergebnis, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes festhalten. Die WIR 2020 wurde am 14.06.2020 gegründet. Ein Verlust der Reststellung als Partei wegen Verstoßes gegen die Rechenschaftspflicht ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass aktuell zwölf Landesverbände existieren. Die Vereinigung wurde am 4.12.2020 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung wurde im Mai 2021 angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut der von der Vereinigung vorgelegten anwaltlichen Bestätigung am 26.04.2021 insgesamt 5.858 Mitgliederinnen und Mitglieder. Die Vereinigung hat bisher an den Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung Folgendes angegeben. Internetseite, YouTube-Kanal. Als Nachweis hat sie unter anderem eingereicht Fotos von Fallblättern und Handzetteln, einschließlich Belegexemplare, Fotos von Wahlplakaten, einem Zeitungsartikel, Nachweise von Werbebanner. Wünscht einer der Parteiviertreter das Wort? Ja, also ich würde gerne da noch ein bisschen was dazu sagen. Also wir sind seit dem 12.06. haben wir noch mal einen Präsenzparteitag gehabt. Da wurde der Vorstand noch mal vollkommen neu gewählt. Ich habe allerdings erst vergangenen Montag die Unterlagen eingereicht. Also vielleicht war da noch gar keine Zeit, die durchzusehen. Und wir haben nicht mehr so viele Landesverbände, wie bei Ihnen noch angegeben sind. Wir haben also einen Mitgliederschwund leider zu verzeichnen. Ja, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass das nochmal... Wie viele Landesverbände haben Sie denn derzeit noch? Wir haben jetzt noch acht Landesverbände. Gut. Dankeschön. Fragen der... Ja, Frau Kassner. Können Sie mir sagen, in welchem Verhältnis Sie zu der hier bei uns unter der laufenden Ziffer 84 stehenden Vereinigung, die ebenfalls Wir 2020 heißt, stehen? Ist das irgendwie eine Abspaltung von Ihnen oder ist es eine völlig andere, sodass wir möglicherweise über eine Verweckungsgefahr nachdenken müssen? Ja, das ist eine Abspaltung, leider. Ja, wo wir auch rechtlich immer wieder große Probleme haben. Und da ist auch noch rechtlich noch nicht alles fertig geklärt. Können Sie uns nochmal die Zahl der Mitglieder bitte sagen? Die aktuelle Zahl sind 4.268. Also ich glaube, die ist jetzt eine Woche alt oder so. Ich bin übrigens die neue Landesvorsitzende und wir haben einen völlig neuen Vorstand, der also auch, ja, aus diesen Rechtsstreitigkeiten ein Stück aussteigen will, weil das uns auch richtig an der Arbeit behindert. Wir wollen also mit Mediation arbeiten, weil das sind letztendlich Streitereien von, ja, aus, wie soll ich das ausdrücken, Gründungsproblemen. Wenn eine Partei neu gegründet wird, dann gibt es ja manchmal auch so Menschen, die es ein bisschen schwer haben, sich zu einigen, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Ja, also wir haben einen Neustart versucht. Aber wie kommen dann beide auf den Zettel? Wie soll das der Wähler? Gut. Also nochmal hierfür, das wäre dann ein Problem der Landeswahlleitung, nicht unser Problem, ja, also wenn bei Namen Doppelung ist das ein Problem, das muss der Landeswahlleiter dann lösen an der Stelle. Es ist mehr, es gibt ja zwei Vereinigungen. Also es gibt, es könnte ja sein, dass beide zugelassen werden. Dann haben wir zwei mit den gleichen Namen und das muss die Landeswahlleitung lösen. Wir müssen rein formal sagen, zugelassen, nicht zugelassen. Für beide jetzt getrennt, so als hätten sie unterschiedliche Namen. Ja, so sehe ich das. Ja, es gibt also auch wegen dieser Namensrechte ständig Streitereien. Herr Lahn. Ich habe nur eine Frage. Auf unseren Papieren sind Sie mit dem großen R geschrieben und die anderen mit dem kleinen R. Das ist also richtig. Das ist richtig. Wir sind die mit dem kleinen I, mit dem Pünktchen. Sie sind die mit dem kleinen? Wir sind die mit dem kleinen. Ja, weil Sie hier dann als Großes zum Beispiel stehen, also in meinen Unterlagen. Dann ist da was verkehrt. Also wir sind die mit dem kleinen I-Punkt. Das sind die, die auch in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg zur Landtagswahl angetreten sind. Nein, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wenn beide zugelassen werden, haben wir hier eine ganz klare Verweckungsgefahr, die können wir dem Wähler nicht zumuten. Das muss der Landeswahlleiter leisten. Ich habe jetzt noch eine Frage. Dafür habe ich verstanden. Es steht in meinen Unterlagen Groß-W, Klein-I, Groß-R. Und die 84 ist Groß-W, Klein-I, Klein-R. Also wir sind die mit dem kleinen I. Ja, die I ist beide mal klein. Ach so. Und das R, der Robert, ist der bei Ihnen groß oder klein? Großes R. Also Großes W, Kleines-I, Großes R. So wie wir auch in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Haben die gerade gesagt, müsste der Landeswahl. Ja, ja, klar. Frau Schoenler. Darf ich noch mal kurz nach? Kommt noch mal zusammen. Wir haben jetzt erst mal nochmal bergwürtet. Die Namensverwechslung Gefahr, die ja ausgerollt, haben wir ja gerade selbst erlebt. Wer ist dafür zuständig, dass es nicht zwei Vereinigungen mit gleichem Namen gibt? Das kann ja nur dazu kommen, wenn in einem Land mehrere Landeslisten eingereicht werden oder in einem Wahlkreis mehrere Wahlkreiskandidaten antreten. Und dann entscheidet der Landeswahlausschuss oder der Kreiswahlausschuss über eine zusätzliche, über eine Ergänzung des Namens. Und wenn die einen in Hamburg antreten und die anderen in Bayern antreten, wer entscheidet dann? Nein, bundesweit antreten. Ich muss es noch vergessen. Dann haben Sie auch das Problem. Ja, wir haben ja bei der Bundestagswahl immer noch. Okay. Dann nicht auftreten. Gut. Herr Langer, und dann kommen wir wieder. Arbeiten wir es wieder alles ab. Es gibt also eine gesetzliche Vorschrift, ein Parteiengesetz, Paragraf 4, Absatz 1. Der Name einer Partei muss sich von dem Namen einer bereits bestehenden Partei deutlich unterscheiden. Das Gleiche gilt für Kurzbezeichnungen. In der Wahlwerbung und im Wahlverfahren darf nur der satzungsmäßige Name oder dessen Kurzbezeichnung geführt werden. Zusatzbezeichnungen können weggelassen werden. Genau, aber es gibt keine Instanzen, die das überprüfen. Deshalb streiten Sie sich wahrscheinlich vor dem Zivilgericht. Darf ich noch mal fragen? Ja, gerne. Sie hatten gesagt, das sei eine Abspaltung. Aber Sie haben beide dasselbe Datum der Gründung. Also was ist da? Verstehen. Also das ist so kompliziert, dass selbst die Gerichte sich rumstreiten. Und ich bin erst seit vier Wochen im Amt. Ich glaube, diese Unterschiedlichkeit können wir aber jetzt nicht für unsere Prüfung als Grundlage machen. Sehr zweifeln. Ich weiß nicht. Wir haben immer wieder neue Fälle. Das finde ich das Spannende hier. Ja, das ist jetzt wirklich nur. Also die Frage ist aus meiner Sicht, wenn eine Partei unter einem nach dem Parteiengesetz unzulässigen Namen auftritt, was hat das für Folgen für die Parteieigenschaft? Ja, aber wer ist unzulässig, die sind zur gleichen Zeit gegründet worden? Das ist ja noch das Problem. Das können wir gar nicht feststellen. Ja, ja. Darf ich vielleicht kurz was zu sagen? Weil wir verfolgen natürlich das von Wir 2020 schon von Anfang an. Das sind quasi gleichzeitig entstanden. Die Basis und Wir 2020 kommen eigentlich aus derselben Bewegung, sage ich jetzt mal. Sie heißen eigentlich auch Wir. Also das war eigentlich erstmal natürlich eine Partei nur, Wir 2020. Und dann hat eben im August, letzten Juni wurde die gegründet und im August hat dann ein Parteitag stattgefunden, wo es ein neuer Vorstand gewählt wurde. Das war ein Herr Romberg, den ihr sicherlich auch kennt, der dann die Partei geführt hat. Aber zu diesem Parteitag sind eben nicht alle Mitglieder eingeladen worden. Es war ein reiner Online-Parteitag und es gab keine Briefwahl hinterher. Und deswegen waren dann die ursprünglichen Vorstände quasi nicht einverstanden. Die wurden quasi abgewählt und haben quasi dann im August eine Abspaltung davon gebildet. Und sind seitdem rechtlich eben in Konkurrenz, haben einige Verfahren geführt. Der Herr Romberg ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist der Herr Romberg abgewählt worden? Der Herr Romberg ist aktuell der zweite Vorsitzende und ich bin die erste Vorsitzende. Also so in etwa die Geschichte, sie sind am selben Tag entstanden als eine Partei und haben sich dann erst später abgespalten. Ich habe eine Anregung. Wir haben ja eben auch bei einer der Vereinigungen beide geprüft. Ich würde anregen, dass wir das hier an dieser Stelle auch tun. Denn ich finde sonst morgen neuer Tag, neue Tagesordnung und dann sprechen wir wieder darüber. Und jetzt sind Vertreter von beiden Teilgruppierungen da. Nein, 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 es gibt nur ein Wir hier. Nein, das muss ich korrigieren. Der andere Wir 2020-Vertreter kommt morgen. Das ist das nächste Problem. Und wer ist der Herr, der da gerade gesprochen hat? Wir sind hier zu zweit. Das ist die dritte. Die haben Sie auch von der Redezeit bedankt. Das heißt, es ist mit dem Wir und dem kleinen I bei Herrn Mestinsek und mir. Genau, jetzt haben wir das geklärt. Ja, gut, wenn die nicht da sind, können wir das natürlich nicht machen. Ja, ja. Die Verwechslungsgefahr ist da. Ich habe so ein bisschen Zweifel, wie das praktisch gelöst werden soll. Aber das dürfen wir meinen, sagten Sie jetzt hier nicht zum... Herr Lange, Sie hatten aber noch... Eine richtig gute Lösung habe ich auch nicht. Aber zufrieden bin ich jetzt auch nicht, wenn zwei Parteien mit gleichem Namen hier sozusagen konstitutiv feststellen, dass sie so teilnehmen dürfen an der Bundestagswahl. Also den Landeswahlleitern bleibt dann nichts anderes übrig, als das so zu übernehmen. Also die Prüfung weiterzuschieben. An eine Stelle, wo sie dann stattfindet, das sehe ich jetzt... Ja. Ja. Das ist geregelt, dass die Preiswahrtabendung... 36. 36 Absatz 4 und die Bundeswahlautung... ...und die Bundeswahlautung... ...und die Bundeswahlautung... ...und die Bundeswahlautung... ...und die Bundeswahlautung... Aber da geht es natürlich um die Kreiswahlvorschläge und nicht um die Landeslisten. Ja, das gilt für die Landesliste. Das ist § 23 Absatz 1. Okay. Dann überlassen wir das den Landeswahlausschüssen oder Landeswahlleitern. Aber das würde dann im Ergebnis vielleicht dazu führen können, dass wir 16 unterschiedliche Bezeichnungen in 16 Bundesländern haben. Je nachdem, wo Sie antreten. Also das kann, wie gesagt, je nachdem, wo Sie antreten, ja klar. Das kommt immer nur dann zum Fragen, wenn Sie dann mit meinen Sachen antreten. Also das ist eine missliche Lage. Ich sehe aber keine Sache jetzt hier, die formalen und wenigen materiellen Dinge, die wir haben, daran jetzt scheitern zu lassen. Das ist ein anderes. Vorfrage, die juristische wäre ja vielleicht die Macht, der Verstoß gegen die Namensbestätigung in § 4 Bundesparteien gesetzt, die Partei zur Nichtpartei. Und das tut sie wahrscheinlich nicht. Und demzufolge müssten wir, wenn die Voraussetzung im Übrigen erfüllt ist, zulassen und der Kreis- bzw. Landeswahlleiter müsste sehen. Also wir stellen jetzt mal fest, in der elften Auflage des Schreibers für die Zuschauer, das ist dieses dicke Werk, ist dringender Nachholbedarf, dieses Problem jetzt zu lösen. Das steht nämlich nicht hier drin, so in der Richtung. Ja, die muss man ergänzt werden. Die zweite Sache, Sie merken, das ist das Schöne einer öffentlichen Diskussion. Das kommt halt dann in solchen Sachen jetzt vor. Und insofern ist das jetzt live. Und dann machen wir jetzt noch mal eine Runde, und dann kommen wir aber, glaube ich, zum Ergebnis. Herr Risse. Also, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, heute und morgen, dass zwei Parteien mit einem sehr ähnlichen Namen als Parteien anzuerkennen sind. Wir haben gesehen, am Ende müssen die Landeswahlleiter, dann bleibt uns doch nur noch der Hinweis, Landeswahlleiter, passt auf, dass da kein Chaos entsteht. Da sind zwei mit ähnlichen Namen dabei. Das heißt? Die Landeswahlleiter dürfen ja auch miteinander telefonieren, um möglichst klare Unterscheidungen. Genau, das ist ein sehr guter Vorschlag. Also, wir schreiben, wir machen für das Protokoll, machen wir das genau, was Sie jetzt gesagt haben, kommt ins Protokoll als Hinweis. Der zweite Punkt, wir haben sowieso Besprechungen mit den Landeswahlleitern permanent. Da machen wir das auch noch mal, dass Sie das direkt schon mitbekommen. So, dass wir jetzt diese praktischen Probleme, die wir jetzt haben und sehen, die machen wir jetzt nicht zur Gegenstand unserer jetzigen Entscheidung. Und das Problem löst sich vielleicht, weil die eine oder andere Partei vielleicht gar nicht die nötigen Unterstützungsunterschriften beibringen wird. Umgekehrt, Herr Renner, es gibt noch viele andere Schreibweisen für dieses Wir-Problem. Auch das, auch das. Gut. Okay, Herr Lange. Aber ein bisschen gefährlich ist es halt schon. Also, weil es lädt jetzt dann natürlich dazu ein, dass demnächst die Grüne mit großem Ü oder kleinem Ü oder und die Linke mit großem E am Schluss sich hier anmelden und wir schieben das Problem weiter. Nein, wir würden, Herr Lange, richtig, aber ich habe ja schon eben mal gesagt, wir werden am Ende unserer Zeit als Bundeswahlausschuss, würde ich noch mal sagen, machen wir ein paar Hinweise, was wir gerne verändert haben wollten. Und da sollten wir das aufnehmen. Ich glaube, heute können wir es, wir sind an das, was der Gesetzgeber uns sagt und da können wir, glaube ich, jetzt hier nichts ändern an der Stelle. Wäre das so, also wir klammern, wir haben es erkannt als Problem, es gibt an die Kreiswahlleitungen einen Hinweis und wir werden, wir sind ja auch verpflichtet, dass der Wähler ein klares Bild hat und nicht da jetzt mit der Lupe gucken muss, wie das geht. Und wir werden das Problem aber im Bundeswahlausschuss am Ende auch noch mal adressieren an den Gesetzgeber, dass hier vielleicht doch Handlungsbedarf und Verordnungsgeber, dass Handlungsbedarf hier besteht. Denn das bin ich bei dem Herrn Langer. Das Problem scheint gerade in Gründungsphasen von Vereinigungen immer ein sehr starkes zu sein. Wir haben das ja durchaus schon häufiger gehabt, dass die Vereinigungen sich mehrmals aufgesplittet haben, bis sie in eine feste Struktur hineingekommen sind untereinander. Herr Renner. Noch eine Frage. Wollen Sie das als Bundeswahlleiter einfach informell mitteilen oder sollen wir jetzt im Gremium einen Beschluss fassen, dass die Landeswahlleiter darauf hingewiesen werden? Ja, ich habe das jetzt so verstanden. Das war gleich ein Beschluss. Das war gleich ein Beschluss. Wir müssen ja noch ein bisschen beschließen, dass wir das als weiteren Beschluss da reinnehmen. So, Frau Kahn, ihr habt ja alle einverstanden. Dann kommen wir jetzt erst mal zum Beschluss. Erster Teil. Ich schlage vor, die Wir 2020, ich muss jetzt genauer sagen, großes W, kleines i, großes R 2020 als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer folgt meinem Vorschlag? Dann kommt jetzt das Ergebnis. Die Wir, großes W, kleines i, großes R 2020, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt, da sie insbesondere durch acht Landesverbände und 4.300 Mitglieder und Mitgliederinnen, Teilnahme an zwei Landestagswahlen 2021 und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt. Dann kommt als neuer Beschluss dazu, der Bundeswahlausschuss macht die zuständigen Landes- und Kreiswahlleitungen darauf aufmerksam, dass es bei Wir 2020 und bei Wir 2020 in den jeweiligen Schreibweisen zu Verwechslungen kommt, kommen kann, zu Verwechslungen kommen kann, die bei der Aufstellung der Zulassung der Landeslisten und der Wahlvorschläge unbedingt zu lösen sind. Die Unterscheidungsmerkmale zu verwenden sind. Gut, dann haben wir das so an der Stelle. Hatten wir auch noch nicht so ein Problem. Jetzt kommt die nächste Nummer 43. Ist ein Vertreter der DVB anwesend? Das Volk bestimmt. Das ist nicht der Fall. Wiedersehen. Die Vorbrechung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes sagen. Die DVB wurde am 01.01.2019 gegründet, also innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Wahljahr. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen des Nicht-Einreichens von Rechenschaftsberichten ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hat eine Satzung eingereicht, die die Mindestanforderungen des § 6 nicht erfüllt. Die Vereinigung hat keine Angaben zur Existenz von Landesverbänden oder Gebietsverbänden auf kommunaler Ebene gemacht. Die Vereinigung hat bisher keinen Antrag auf Aufnahme in die Unterlagensammlung gestellt. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass sie 127 Mitglieder hat. Einen Nachweis hat sie nicht vorgelegt. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat bisher nicht an Europawahlen, Bundestagswahlen oder Landtagswahlen teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung Folgendes angegeben. Zeitungswerke, gedruckte und online Internetauftritt, Facebook- und YouTube-Kanal. Als Nachweis hat sie eingereicht, Screenshots der Internetseite, des YouTube-Kanals und des Facebook-Ausdritts, Printwerbung. Hat einer der Beisitzerinnen und Beisitzer dazu eine Anmerkung? Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, die DVB nicht als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Ich bitte um Stimmabgabe. Einvernehmen. Die, das Volk bestimmt, Kurzbezeichnung DVB, wird nicht als Partei im Sinne des § 18 anerkannt. Die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 sind nicht erfüllt, da die Vereinigung insbesondere die Zahl ihrer Mitglieder nicht nachgewiesen hat, an Wahlen noch nicht teilgenommen hat und in der Öffentlichkeit kaum hervortritt. Gegen diese Feststellung kann die Vereinigung binnen vier Tagen ab der heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes längst bis zum Ablauf des 59. Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. So, meine Damen und Herren, damit wären wir für den heutigen Teil der Dinge durch. Wir könnten uns zwar noch ein bisschen weiter machen, aber für morgen sind die Vereinigungen geladen und auch die Teilnehmer. Deshalb muss jetzt hier einfach auch dann Schluss sein. Ich darf noch mal daran erinnern, morgen früh um 9 Uhr geht es weiter. Es wäre schön, wenn Sie vielleicht etwas früher da wären, dann können Sie schon Teile des Protokolls, die wir fertig haben, muss man sehen, wie weit wir kommen, durchlesen und wieder die Rückmeldung geben. Wir können ab 6 Uhr hier kommen. Nein, also Scherz beiseite. Ich würde sagen, ab 8 Uhr ist das hier möglich. Ich selbst werde hier ab halb 8 Uhr, weil ich Termine noch habe. Also zwischen 8 Uhr und halb 8 Uhr können Sie hier reinkommen. Die Forte ist ja immer besetzt. Und dem Herrn Henning sagen wir das dann auch, dass er da war. Also insofern vielen Dank fürs Mitwirken. Es waren ja doch wieder einige, obwohl es immer wieder gleiche Verfahren kommt, immer wieder was Neues im Lebensverfahren. Das macht die Sache spannend. Vielen Dank für die angerügte Diskussion und Mittagsringen um Lösungen. Bis morgen früh und bleiben Sie gesund und kommen gut durch den Abend. Wiederhören.